Ich habe es nicht so einfach mit sozialen, ich habe keine Ahnung. Ich kann es verstehen, man hält es begrenzt. Hey, können wir nachher doch nochmal ein kurzes Patschip? Ja. Das geht mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf. Jordan, was ist los? Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich habe gerade vorher gemerkt, dass mein Herz für Chloe schlägt. Was? Ich möchte einfach nicht, dass Ihnen etwas passiert, wie wäre es damit? Sie meinen als Ausgleich für gestern? Wie gesagt, die werden jetzt gerade den OG angerufen haben und sagen, dass sie hier sind. Ich... Oh fuck. Vertrauen Sie mir, halten Sie sich gut fest. All the way. Warum wollen Sie mir helfen? Wirklich jetzt? Wirklich. Sie erinnern mich ein bisschen an meine Frau... Dann ist es hier vorbei. Frau Green? Mr. Holloway? Nehmen Sie das nicht persönlich. Du weißt, dass ich nicht immer freundlich kann, John. Okay? Du? Ja, ich? Fuck man, du weißt, woher ich komme? Du weißt, was ich im Leben durchgemacht habe? Und du ziehst hier manchmal Nummern auf? Ich bin besser als du, der Mitglied des Sonsoranik. Oh, du hässliches dummes Stück Scheiße. Alter, glaub mir, dich packe ich noch ein. Du hässliche Hure, Alter. Was? Ja, ja. Ach so, meinst du mich? Bist du die einzige Hure hier? Aussteigen. Echt? Stimmt, Mutti ist nicht da. So, vor. Wie gesagt, einer hat doch vor mich hingerotzt und rumbeleidigt. Und das ging bei mir hier rein und da raus. Ich habe sie jetzt ein paar Mal beobachtet, als du in der Situation war. Ich denke mir, ey, bei diesem Sonsoranik wird direkt ausgerastet. Was soll ich machen? Wegen, 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 wegen einmal Hure? Heulen? Wie? Hä? Ich krieg die Tür nicht... Wie sieht's denn hier wieder aus? Mike? Weißt du das? Ja. Na ja. Ja? Hast du schon mal auf die Uhr geguckt? Ich komme... Ja, wir haben nichts zu fressen mehr im Kühlschrank. Ich warte und sitze hier die ganze Zeit schon. Du könntest auch... Und wann kommt die, wann kommt die gnädige Dame? Ha? Hast du dir wieder viel Zeit gelassen? Was hast du denn wieder getrieben? Ich habe gearbeitet. Ich musste Überstunden machen. Ja, gearbeitet. Überstunden. Überstunden. Du hättest doch rausgehen können. Als ob ich dir das glauben würde, Überstunden. Was meinst du denn? Du hättest rausgehen können. Als wenn ich mich von dir hier verarschen lasse. Überstunden. Sei nicht zu, dass was zu fressen auf den Tisch kommt. Ich habe Hunger. Setz mich wieder vor den Fernseher. Na, meinst du dir wieder ein neues Gesicht? Als ob das was bringen würde. Naik, ich mache mich fertig für die Arbeit. Lass mich. Ach, für die Arbeit? Ach, für die Arbeit machst du dich fertig. Warum? Nachher wieder Überstunden. Das kenne ich schon. Das kenne ich schon. Wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Ich muss... Es gibt keinen ihn. Okay? Das ist gar nicht besser als ich. Ich muss Überstunden machen, weil du nicht arbeitest. Und jetzt lass mich hier raus. Du weißt genau, worum ich nicht arbeiten gehe. Das geht halt einfach nicht. Willst du mir das wieder vorwerfen? Ich hab dir gesagt, du sollst in... Ach, in letzter Zeit. In Therapie gehen. Lass mich einfach jetzt durch. Ich muss zur Arbeit machen. Du merkst jetzt. Lass mich! Ah! So. Denk immer dran, mit wem du redest. Ich bin immer noch sorgend. Magst du dir das eine Lehre sein? Schlampe. Follower. Follower. Du bist besser. Thief ist doch. Das war. Du bist besser. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 war super, so ist das Leben hart, aber ungerecht Trägerwarnung, okay, alles klar okay ja okay also sollte ich nochmal so eine sensible Thematik im IP haben dann werde ich euch vorher warnen, okay ist das ein Deal, Chat, ist das ein ich muss jetzt mein Handy anschalten im IP okay, gut okay es tut mir, wie gesagt okay, alles klar wie gesagt, ich geht da ziemlich mit der Echtheit des IPs keine Ahnung ja ja, ja, deswegen ich habe Respekt vor allem meinen Zuschauern das ist ein ganz sensibles Thema ich will das nicht hier verharmlosen oder ähnliches ja, ich habe ja ähm naja äh doch ich habe sogar eine SMS bekommen ach so, was ihr nicht wusstet ähm was ihr nicht gewusst hattet ist, dass ähm äh äh der IP äh der Server hatte ein Reset von von äh zwei Tagen ähm also während ja ja hallo sorry ich wurde nicht gezogen scheiße ich bin im DS nicht gezogen shit fuck hallo hallo ah, hi ja hi ähm hast du nachher nach eurer wunderschönen Gerichtsverhandlung mal Zeit wir müssten äh quatschen äh in Academy das mal kurz ja, das auch lassen wir hier auf die Straße äh auf den Burgersteig gehen nicht, dass wir hier gleich umgebrezelt werden ja, was denn? ähm ja, wir müssten einmal mit dem äh der Luca reden nochmal bezüglich? achso, wegen Academy äh nee äh der hat wohl gestern ein bisschen ja, ich sag jetzt mal gepöbelt genauso wie äh Taser unnötig benutzt äh ja, einfach mal nochmal ich hatte vorhin das Gespräch einmal mit ihm gesucht gehabt weil ich mir die Lage mal anhören wollte ok und äh gegenüber wen? gegenüber einem äh Insassen oder was? genau der hat wohl äh den Herrn äh wie heißt der nochmal? ähm der eine Herr der die ganze Zeit aber ja, aber nee aber ja sagt wollte ich auch sagen ja, nee ja, wie heißt der nochmal? ok ja, äh Eisenhauer Eisenhauer genau, äh den hat er wohl irgendwie getasert gehabt äh hat die Stimme sehr aggressiv gegen ihn erhoben ok und das war einfach da, dass du weil du ja die wunderschönen Gespräche machst ähm dass wir uns da einfach nochmal beide mit ihm einmal unterhalten hm äh ich hab ihnen gesagt ok, ich komm dann nachher nochmal mit also ich unterhalte mich aus kurz mit dir äh unterhalte mich dann nochmal mit meiner Kollegin und komm dann nochmal mit äh auf ihn zu dadurch dass du ich wusste nicht dass du dir jetzt die Gerichtssäure nur hast deswegen müssen wir dann einen Notfall danach machen ok, alles klar gut alles klar bis dahin Raya schweigt ja, Peanut hast du es gesehen Holly, hat es dir gefallen das Flashback deswegen hab ich deinen Schuss gebraucht wie gesagt ich kann es mittlerweile wenn es nicht so weit zurück wäre bei Leuten nicht so lange her kritisch wollten euch nur sagen wartet mal ganz kurz ich muss diese Tür hier zumachen äh die ganze Wohnung nach Pizza riecht die mein Honey Bunny gegessen hat und mir nichts gegeben hat ähm passt auf äh genau ähm ich mach Spaß Schatz I love you ich geh jetzt weg immer ich muss mit Leuten und da sag mal ich bin grad mit jetzt geh doch bitte kommst du auch ich geh jetzt weg okay hm 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 seit wann hab ich einen Blumenstrauß hm 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 da ist ein Inventar da ist ein Inventar gucke mal im Stream und bitte Tür zu Dankeschön ach Muttertag ach Muttertag vergiss es vergiss es vergiss es vergiss es ähm 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 warte immer noch könntest du könntest du die SMS länger zeigen oder vorlesen okay alles klar wir werden die SMS länger zeigen vorlesen ähm ja ne hätte ich jetzt direkt hätte ich direkt jetzt machen müssen ne Ginger hätte ich jetzt direkt machen müssen direkt ähm also äh für euch alle ähm also wie gesagt ich hoffe dass ihr sieht dass ich Respekt zu jeglichen sensiblen Themen im RP bin okay ich hab da absolute Achtung und absoluten Respekt okay ähm ja 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 ich will jetzt nicht ganz so privat von mir werden aber so ja ne und ich werde vorher warnen also irgendwie ja deswegen also bei ihr wird's also deswegen bitte ich an dieser Stelle Leute die mit diesem extrem realen weil es ist nicht fern der Realität ich meine wir reden hier im RP die ganze Zeit über ne so abschießen und töten und sonst was und wir warnen euch einfach okay Raya die Pidimutti ach so ja genau ich hab ne SMS bekommen dass Street mit mir reden will und äh zusätzlich äh ja wir müssen mal in den Dienst ich geh ich geh in Kleidung geh ich da hin hallo 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 Frau Green ja haben sie bezüglich der Akte die sie mir gestern übergeben haben zufällig noch die Dokumente dazu mhm jep moment wenn sie mir die mal kurz zukommen lassen könnten das wäre super ja natürlich bei den Rest hab ich alles kopiert aber jep und dann schick ich ihnen das doch okay Gerichtsemin auf 20.15 verschoben mhm das wird die Tarikami Geschichte korrekt ja 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 korrekt Kontoauszug Originalvertrag so okay bitteschön dankeschön genau genau deshalb wurde auf zwei Tage zurückgesetzt also hatten wir extrem viel Glück im Unglück weil während der Ding lief der Countdown hier hab ich mich eingeloggt und bin mit der Kleidung von dieser einen Nacht vor dem Hotel hier am PD erschienen und während der Trailer lief bin ich ganz schnell zu einer Garage gerannt vielleicht hat irgendjemand irgendwo mal Motorrad Sound gehört und bin mit der Double T zum Apartment weil ich wollte den Stream im Bett wieder starten weil es ein Traum war also wow ich bin so froh dass ich das gemacht habe sonst wären wir mitten auf der Straße und dann wäre es nicht so ganz so schön gewesen ich wollte das so in der Wohnung ich habe Feedback mäßig mitbekommen dass irgendwie dieser Lilly Thema Harry Potter Sound manche nicht mehr hören kann aber ich versuche immer dieses Lied abzuspielen wenn es um ihre Vergangenheit geht ähm hey ich bin da mein kleines gesichert wie der Inventar wo man gesichert verschoben hat ja ich hatte auch nicht mehr die Wohnung ich hatte auch nicht mehr die Wohnung also ich musste das Apartment nochmal schnell mieten ja genau und ja hey ich will euch okay ich lasse es einfach so jetzt insgesamt einfach in den Raum stehen ja Elnes Auto habe ich glaube ich auch nicht deswegen bin ich gar nicht der ist hingegangen weil ich nicht wusste wie ich es im RP erklären soll jetzt ja wir machen jetzt einfach so Reihe hat keine Angst oder sowas ich möchte hier allen sagen okay mit den Flashbacks ist es noch nicht fertig und ich lasse jetzt einfach so allgemein im Raum stehen wegen dem Trigger Thema okay also ihr müsst bei Thema Flashback wirklich immer damit rechnen dass es etwas sensiblen sein kann okay okay also wir werden nicht allzu krass aber es kann sein dass da nochmal eine Thematik kommt die etwas ja okay somit seid ihr alle verwarnt okay gut wunderbar ich hab euch lieb ich hab euch gern ich will einfach ne keine Ahnung äh meine Beförderung das weiß ich gar nicht ne ich weiß es gar nicht na müsste ich mal stimmt eigentlich auch die Beförderung müssten dann eigentlich hast du eigentlich eine Musik playst von der Musik am Spiel die du öffentlich hast hey mpd geben wir privat oder im dienst oder gerichtsverhandlung wir sind ja als mitarbeiter werden wir ja da als zeugel gefragt die gerichtsverhandlung john das frage ich mich äh frag mal den den chief okay ich ruf mal an ja ja okay weil wir werden ja nicht als pre okay vergiss mir ist eigentlich egal hallo bitte hallo ähm gehen wir da zu dieser verhandlung ähm privatin oder dienstlich dienstlich selbstverständlich okay wunderbar alles klar dann sag ich mir nirgendwo alles klar tschüss bis ja green dienstlich dienstlich jup ja okay und die ist verschoben auf viertel nach acht ah oh dann hab ich ja dann leg ich mich nochmal hin warte mal du kommst jetzt sofort zum pd ist gleich was ja okay ja ja bis gleich wir werden es ja sehen am nächsten paycheck und wir müssen auch die paycheck dinge nachtragen so geht's euch gut ja so gut ich schick mich statt schlafen ich hab oh nein ja gut dass wir hier sind ach bin ich froh kann ich ja nochmal aufs klo ich überlege gerade kann ich noch irgendwas essen ich kann noch nicht essen gleich ist die griechstverhandlung aber was kann ich essen wenn überhaupt ich äh nachdem ihr street aus der dienst ist äh ich hätte jetzt gleich mal eine stunde äh leitstelle wegen der ausbildung angefangen will das auch dann dementsprechend mit sieben diensten oh wand oder sowas wetten wetten wir knallen wieder gegen die wand gott diese lichte ich geh einfach weiter geradeaus trau ich schwöre es euch im ende weiß ich gar nicht wo ich bin alles klar gute nacht mandy träum süß wer hat mit diesem twist null gerechnet wer hat so gedacht so was aber er war doch so lieb richtig so oh mein gott ach okay random rini das war doch schon so genervt auf der fahrt zur reihe es eltern geht um den flashback geht um den flashback komplett unerwartet äh random rief du musst aber den anfang des streams sehen ähm da äh ja da wird es da wird es ein bisschen da wird es ein bisschen heftig wird das das wird heftig so äh ich bin ja das wird es ein bisschen heftig 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 wird es ein bisschen Dankeschön, Davidski. Dankeschön. So, chattychat. Okay, es ist kein Reis geworden, es ist Sujuk geworden. Roma. Das heißt, wenn ich, wenn ich äh... Herr Black, wann wäre das Gespräch? Follower. Hallo. Hallo. Ja. Mhm. Äh... Und? Dann halt eben noch und das war's eigentlich. Bitte? Aber warum? Okay. Was ist los? Dann kann ich überstehen, dass ich hier rumstehe. John, was ist los? Wo bist du? Hallo? John? John? Wo bist du? Ich... Was ist... Scheiß... Oh nein, fuck! Was? Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. John? Wo bist du denn? Mitten auf der Autobahn. Wie? Mitten auf der Autobahn? Ja, echt. Ach, ich hol dich ja ab. Warte mal. Und ich... Ich muss... Verzeihung? Wer von euch ist die Leitstelle? Äh, ich. Okay, könnten Sie, ähm, mich in eine Streifehinterne? Ich muss PD55 abholen? Ach, ich glaub... Da ist ein Taxi! Da ist dein Taxi! Da ist dein Taxi! Ach, okay, das hat sich erledigt. Verzeihung. Ich wollte jetzt den Kollegen abholen für die Gerichtsverhandlung und er redet aus von einem verschwundenen Taxi und Highway und hätte ich mir die 34 geschnappt, aber... Gut. Dann hat sich das erledigt, alles gern. So... So! Wir mampfen dann mal in Ruhe, so ein bisschen, wenn's geht. Danke, Son! Hallo, Kolibri! Kolibri, hast du den Flashback gehört? Es gab einen Flashback. Ich wollte auch mal sagen, es gab einen Flashback. Es gab einen Flashback. Was geht ab? Grüß die 34! Abmarsch! Schnell! Wir müssen dort sein! Ich hol dir ja. Okay, ähm... Die 55 und meine Mählichkeit, wir sind dann bei der Versammlung. Genau. Aber ich hol mir auch schon mein Fahrzeug. Fahrzeug. Ne, Verhandlung war noch nicht. Aber Flashback war. Ja. So. Gut. Wo ist denn der Penner jetzt? Ja, wo bist du? Ich bin im Fahrzeug. Raus mit dir jetzt! Ja, ich bin. Ja, ich bin. Nuh. beeil dich ey du schlender Tante ein rein mit dir ja dann abhalt deine Kondition und weniger rauchen nein ich hab ein paar bin ich nicht die beste bin ich nicht die beste ja du bist ganz okay was hast du da gesagt du bist super okay gut doch da sind ein paar hast du mir was zu erzählen äh ja ja wirklich was hast du schon wieder angestellt ich hab gar nichts angestellt es geht um dich achso Pörper kriegt einen Bericht über deine Stilgeschichte und Stil hatte mit mir reden wollen keine Ahnung und Stil hat gesagt dass er verlangt von mir für Informationen dass ich respektvoll bin das ist alles das klang alles etwas strange und lame okay ja scheiße was ist hier los Verhandlung okay soll mir privat angezogen kommen oder ja das ist jetzt ein bisschen egal scheiß drauf ja ich mein warum denn nicht das ist ja Officer ja stell dir vor hier ist ein Einsatz keiner hat eine Weste oder ähnliches gut okay das sind dann die Marshalls sind doch dafür zuständig ach komm die Weiche Eier was Weiche Eier hast du gesagt das ist ja ein Scherz wow Green das sind ganz harte Jungs achso sind die härter als du ne natürlich nicht ja siehst du aber ich sag mal so im Vergleich zu den normalen Officer sind die hart mhm okay äh weißt du noch wunderschönen Abend grüß dich Mr. Pepper am wenig darfst du kurz sprechen ja klar natürlich hey Mugitek hexelon naja ja ich bleib hier Leute dann kann ich in Ruhe mein Zucuk essen wenn ich mich jetzt zu jemandem stelle dann erwarten die ne Antwort von mir und so ein Scheiß deswegen lass mich mal in Ruhe fuck so green es geht los yep John es geht los hexelon hexelon hallo ja genau ich muss sie dann einmal durchsuchen achso sie sind äh ich möchte einmal durchsuchen bitte einmal da an die Wand Hände heben ich möchte einmal den Personalausweis okay dann drehen sie schon rum ich muss sie aber suchen ich muss ihn dafür bloß kurz Handschellen anlegen ja ach echt jetzt wird euch schon durchsucht sehr schön wir auch oder sind wir bei ihnen ich möchte sie auch kurz ätzeln ach das sind Zeugen oder was ich habe sie angeklagt endlich auch Entschuldigung durch okay Dankeschön Aimless alles klar die Kollegen von PD das passt gerade weit immer eintreten dann 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 muss ich nochmal kurz abklären hallo hallo dann dürfen sie einmal durch wurden sie versucht ja ich habe keine Ahnung wo wir hin müssen ja ich wollte Sie informieren dass ich jetzt im Dienst bin wegen einem Gespräch alles gut das hat sich jetzt mal bis auf weiteres verschoben ja ich bin in der Gerichtsverhandlung bis dann alles klar ich treffe zwei ebenfalls 10 das ist richtig 2 von 3 gute Quote 10 9 PD 24 ich wollte nicht gesucht weil wir durchgewogen wurden 10 4 live schenzen das alles für dies wir sprechen mit 0,2 wie kann ich Ihnen weiterhelfen ja hallo 0,2 hier ist die 1,30 die 55 und ich sind über Funk nicht mehr erreichbar einfach dann telefonisch anrufen ja alles klar okay bis dann bis dann jetzt zeugen müssen erst platz nehmen wie geht es Ihnen wundervoll und Ihnen ja so weiter auch ganz gut das freut mich hey mogitek vielen 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 Dank für den support dres monat dachs 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 Dankeschön und Gerichtsverhandlung srp geiles srp geiles srp hat Ihr Vater da die Socken vergessen oder was nee wer ist denn das ach das ist der Herr Meinert entschuldigung ja das ist so richtig djana hast du mit Danny gesprochen Green ne ich hatte noch keine Zeit dazu okay er ist auch glaube ich erst vor 20 Minuten gekommen und das war mir definitiv zu knapp alles gut äh Walker ich bin mal gespannt wie das jetzt wird guck mal wie das die Jura DZP hier ist ich bin echt gespannt wie das Urteil ausgehen wird hm also was erhoffen sie sich denn wie es ausgehen soll naja ich hab ziemlich lange ehrlich gesagt gehofft dass man eine Möglichkeit findet weil ich der festen Überzeugung war dass Herr Walker einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war und dort reingedrängt wurde check 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 aber nachdem ich die Information bekommen hab dass er unseren Funk an den Ballers verkauft hat dass er auf illegalen Routen unterwegs ist dass er unseren Funk abhört und so weit wir uns hinführen alle Zeugen einmal kurz mit reinkommen ok Anwesenheitsprüfung der Herr hier gut dann bitte alle Herrschaften in der ersten Reihe Platz nehmen äh sie ist halt oder ja die erste Reihe der Herr in Grau hat nicht verstanden was die erste Reihe ist sehr gut vielen Dank gut zu Beginn stellen wir einmal fest dass die Judikative zu Schulungszwecken vor Ort ist sowie die Leitung des FIB zuschauen wird ist jetzt Stand diesem Moment ist jemand nicht erschienen Herr Eifel Vater Sohn Vater Sohn Raya Ich werde überzeugen kurz Pörpers Send bitte Frau Raya Green Ja Ich bin anwesend ja Herr John Manning Ja anwesend Und Herr Giuliano Pörper Ebenfalls anwesend Großartig Dann beginnen wir hiermit offiziell die Hauptverhandlung in der Strafsache Staat gegen Herrn Max Walker Die Staatsanwaltschaft verliest bitte einmal an dieser Stelle die Anklageschrift Das wird spannend So weiter essen Ja Also reden Sie schon Dann sollten Sie etwas lauter reden bitte So Ich hoffe es kann mich jetzt wieder hören Ja Ja Also die Staatsanwaltschaft legt aufgrund ihrer Ermittlungen dem Angeschuldigten folgenden Sachbehalt zur Last Während seiner Dienstzeit hat er mehrfach über einen längeren Zeitraum vermutlich vom 1. 4. bis 1. 15. gegen das Dienstgeheimnis verstoßen um der Gruppierung platzinterne LSPD-Informationen zukommen zu lassen sowie Straftaten der Gruppierung platzbewusst verschleiert zu haben Ebenso hat der Angeklagte Herr Wolker nachweislich Waffengewalt gegen Staatsbedienstete angewendet Angeklagte der Verletzung des Dienstgeheimnisses mit Beihilfe zur Verschleierung Das Schlimme ist, Leute, die Platz gibt es nicht mehr auf den Server, ne? Also diese. AKG Paragraf 3 Verletzung des Dienstgeheimnisses AKG Paragraf 7 Verschleierung einer Straftate und StGB Paragraf 13 Drohung und B-Drohung Vielen Dank Herr Eifel Verehrte Anwälte wird sich Ihr Mandant zu den Sachen äußern? Ja, er wird sich dazu äußern Gut, dann bitte ich an dieser Stelle die Zeugen einmal den Gerichtssaal zu verlassen und vor dem Gerichtssaal Platz zu nehmen und dann kommen wir jetzt einmal raus da Ach ja Aber ich versuche sie lauter zu machen Ich bin ganz ehrlich ich bin ein bisschen traurig darüber dass ich Zeuge bin tatsächlich weil ich diese Verhandlungen gerne von vorne bis hinten miterleben würde weil die mich doch sehr beschäftigt tatsächlich Ja Wir können nur das Endergebnis bekommen Wir können nur das Endergebnis mitbekommen Vielleicht können die Kollegen vom FAB berichten Ich bin der Meinung sobald wir unsere Aussage getätigt haben können wir uns danach entscheiden ob wir gehen oder ob wir Platz nehmen wollen Also ich bleibe Ja ich würde mir das Endergebnis auch noch mit anhören wollen Ich auch für das Urteil Entschuldigung Gesundheit Dankeschön Ja Aber ich lasse mich davon nicht beeinflussen Ja Verteidigt der Arme sich selbst oder was Daneben ihm ein Anwalt sitzen Was ist jetzt die Fragestellung Own your scars bedeutet Sei Herr deiner Narben Das war bezogen auf den Flashback Raya ist Herr ihrer Narben ihrer Vergangenheit Deswegen ist sie so wie sie ist Also ne So steh darüber Also erkenne deine Narben und lass dich nicht von denen weißt du so Also Deswegen ist es ja so eine Begründung warum die Raya so tickt wie sie tickt ne Dieses die Kälte ja die Also ich hoffe dass für einige vieles schlüssig ist warum sie warum also dass hier einige sehen dass sowohl dieser Aspekt der Romantik eventuell zwischen Ian Brooks aber auch eigentlich primär das Vertrauen so heftig war versteht ihr was ich meine also er war jemand dem sie vertrauen wollte der sie aber enttäuscht hat und da da rastet dieses mit dem Helm und so ne weil die Herrschaften schon mit gezogenen weil sie ja und schon in das in den Streifenwagen quasi reingezielt hatten und dementsprechend wäre ein betätigendes Notknopf sofort gesehen worden das ist soweit korrekt das gab es gab also nicht direkt es gab die Beamte die noch im Dienst waren aber die waren halt nicht verfügbar die hatten bürokratische und Termine also die hatten bürokratische Sachen zu erledigen und hatten Termine sie waren wohl im Staat aber sie waren halt nicht so gesehen im Streifendienst tätig und bis sie halt als Verstärkung eingetroffen waren oder wären wäre die Situation schon eskaliert beziehungsweise schon Geschichte weil wenn sie selber die Topografie kennen von dem Staat ist es ein weiter Weg vom PD bis zu dem Handfeld und außerdem wären die Beamten noch nicht im Dienst gewesen sprich noch kein Fahrzeug keine Uniform keine Waffen demnach die erst im Dienst gehen müssen und dann hochfahren und bis die Uhr gehen wären wäre alles schon zu spät gewesen so fertig und mit Holloway war das ähnlich er ging ja er hat ja sehr viel für sie aufgegeben und das war dieses so vielleicht auch so eine Reaktion von wegen ich werde eh wieder nur enttäuscht geh weg das ist richtig okay wir haben ja eine Ausplattung muss man behandeln als Fall auch wenn die Fraktion es nicht mehr gibt ja das ist wirklich außerhalb der Hörarbeite des anderen wurden wir quasi halt also wie Sie sagten schon separiert ja Dankeschön also wenn mir jemand sagt ich will privaten Job trennen aber danach ganz einfach wieder weil ich Bescheid weiß schwierig da nicht von Verrat zu reden auch das ist korrekt ja man hat mir Fragen gestellt also was heißt Fragen gestellt es ist eigentlich mehr Aussagen getätigt es wurde mir mitgeteilt dass ich ab sofort wortwörtlich sogar dem Platz gehören würde ansonsten würde es PD-Bediensteten sehr schlecht ergehen und sie wüssten eh wo wer ist weil sie einen Informant im PD haben und von daher haben die gesagt äh ja äh nicht alle alle aber einige viele war auch sehr unhöf war sehr unschön OOC oder ihren Anweisungen nicht vollgeleisten ich finde auch nicht missbraucht aber bei ihm war es irgendwie heftig dass sie ihr Leben in seinen Händen gelegt hatte und dennoch dass sie Vertrauen gelegt hat dass sie ihn so krass bevisiert hätte dass wenn er nicht geschossen hätte ja das ist leider etwas lange her dazu kann ich keine Aussage tätigen mich an ihm Außer dienstlich nicht dienstlich schon durch allgemeine Verkehrskontrollen und dem alltäglichen Polizeidienst John willst du dich hinsetzen bitte ich bin ein bisschen nervös ehrlich gesagt ne für eine Zigarette kannst du jetzt nicht rausgehen musst noch warten bis später warte mal ist hier nicht die Toilette oder so wo man eben so einen wegziehen kann und dann irgendwie ein Alarm auslösen ne was er auf den Toiletten ist ein Feuer ja okay doch das macht Sinn das ist öffentlicher Raum ja sehr schlau bei einer Gerichtsverhandlung noch ein Feuer Alarm auslösen ja das also reiß dich zusammen und ansonsten setz dich hier hin ja gut okay ja ja also Brooks hat ihr Vertrauen verraten eine gute Tat getan wenn sie verstehen was meinen sie sie sagt es doch ja eine kleine nette Geste zu Frau Green wer das ist der Herr Manning und die Frau Green gegen die wurden die Drohung ausgesprochen sofern ich denn ja so Pralinen Blumen die Vorfälle melden würde John ja was was ist lass das bitte ja da habe ich keine Infos über also es ist mir explizit nicht aufgefallen ich habe halt wie gesagt den Kollegen im Blick gehabt und der Kollege wurde genauso umzingelt wie meine Wenigkeit und auch mit Waffengewalt bedroht aber was genau dort besprochen wurde und was der Kollege dort auch erdulden musste und erleiden musste kann ich mir nicht ausmalen und da habe ich auch keine Kenntnis zu ja ich denke also Brooks hat es nicht bei uns getan Alex aber sie hat halt ihre Vergangenheit ich versuche den ganzen Tag Brudi und Peace zu sagen dann bist du Digga fehlt noch und sie besser Gangster ich will ihnen nicht zu nahe treten und das soll jetzt auch nicht respektlos klingen aber wenn man auf der Straße unterwegs ist gerade als Cop und man lernt halt auch diverse Gangs kennen dann weiß man auch schon wie die Gangs agieren und die Gangs wären doof wenn sie nicht oder sogar unklug wenn ich das so sagen kann wenn sie nicht einfach so viel Quellen und Informanten wie möglich sich sichern weil sie so dann quasi einander abschauen können ob diese Informationen auch richtig sind weil wenn sie halt mehrere Informanten haben ist die Wahrscheinlichkeit dementsprechend auch höher dass sie diesbezüglich die Information abgleichen können und auch den Wahrheitsgehalte von den Aussagen der Informanten quasi bestätigen können also wie gesagt ja also ich schwöre Bruder geh mir nicht für einen Sack und ich mach ich hab jetzt zwar nicht richtig auf ihre Frage antwortet wollen sie die normal stellen bitte jalaimsch wartet oder so nicht jalaimsch sondern sondern glaubt ihr wie das Ganze ausgehen wird krasser Inhalt sorry schwierig zu sagen ich weiß jetzt nicht wie viele begeistert einmal hören inhalieren Gangsetcher bohr rieb level artist psychopath und ein bisschen sympathisch paranoia sag mir bist du verdraht richtig assi musik Ich wollte das Spuckblei. Yalla, good bye. Yalla, good bye. Yalla, good bye. Immer fresh, immer Knieparaschut frei. Hier kommt nicht hinterher. Yalla, good bye. Yalla, good bye. Yalla, good bye. Setz mich auf, gestern ist das Sommer plus drei. Doch komm mit zehn, kein Problem. Yalla, good bye. Oh, oh, oh. Erlamos, Prost, Broni. Was ist los? Mit den Gedanken dahingehend, dass man mir zuvor ja mit der Verletzung und Bedrohung von Kollegen vorher geht, also ich wurde ja vorher bedroht, dass man halt meinen Kollegen was antut und dergleichen, habe ich diesen Herrn fahren lassen. Jedoch habe ich in dem Punkt mitgeteilt, dass ein Fahrzeug, also die Fahrzeugbeschreibung habe ich durchgegeben und dass dieses Fahrzeug doch bitte von Kollegen in der Nähe der Stadt bitte nochmal kontrolliert wird. Dass man quasi, dass dieses Fahrzeug halt kontrolliert wird, aber halt nicht explizit von mir, weil so quasi dann ich den Verdacht, ähm, wie soll ich das erklären? Ich hoffe, Sie verstehen jetzt. Ich weiß, Tank, weil einige finden das so extrem assi, also ich mag, ich bin manchmal so. ...der Herr gefordert hat, so bin ich dann der Bitte der Baller, oder der Drohung der Baller nachgekommen, dass ich den durchwinke, aber ich bin der Arbeit als Kopfleiter gekommen. Mr. Bombastic, Superstock aus Plastik. Alltag! Fleisch bei Korn! Nunakit kein Taxit! Feldkragen, Jacke, Armani! Kopfnuss, Kaffa, Safari! Drei Gramm, Johnny, Versace, Rolex, Rainbow, Tekashi! Neu Köln Tower, 15. Stock! Nachts, Traphaus, Hemmsheri, Klopp! Hey, Bingo, Bersena, Ort! Olmas, Cem, Bende de Jok! Dein neues Album kommt aber, Jukkai! Ich würd lügen, wenn ich sage, I'm a good guy! Ich nehm dir alles weg, Kaffa, Schuppei! Die Walter, Schuppei! Yalla, good bye! Yalla, good bye! Yalla, good bye! Yalla, good bye! Immer fresh, immer Knie, Paraschuppei! Hier kommt nichts hinterher! Yalla, good bye! 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 Das ist auch so ein Lieblingsbeat von mir und Robert. Er hat's mir beigebracht. Mein, 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 mein Allmannmann. Ja, guck ich mal membrane, geschehen! Mikso! TMAM! joining leads to new Pilot Heute schneit es 100 Gramm. Nose könnte Tomam, Tomam. Ey, Balancoco! Durch die Stadt im Ferrari mit Karbas und Babys zu einer Achtzigatartin. Danke für den Support! Dreht nicht fangen. Der Beat geht babam, babam. Beste Ware aus Amsterdam. Easy, easy. Tomam, Tomam. An dieser Stelle möchte ich Summer Jam danken für seinen Beat, was bei mir ein Sub ausgelöst hat. Easy, easy, Tomam, Tomam. Egal, wo ich hingehe, ich werd erkannt. Frag mal, warum, weil ich bin bekannt. Nobu Malibu, wer kann, der kann. Easy, easy, Tomam, Tomam. Pronto, pronto, Babantilan. Komm mir nicht mit Valanfilan. Eine Faust, like. Valanfilan, ey. Das ist lustig. Tomam, Tomam, Tomam. Ich hab nicht. Ich hab eine Mali. Ich hab eine Mali. Ich fahr mit Hassan und Ali auf Schnaps und Bacardi zu einer Achtziger-Party. Natürlich ist das Wort. Der Beat geht babam, babam. Beste Ware aus Amsterdam. Easy, easy, Tomam, Tomam. Das ist ganz gut, wenn wir die Musik hören, weil dann können wir nicht das hören, was der da drinnen sagt. Auf der anderen Seite will ich es ja hören. Und ich meine, keine Ahnung. habe und ihn dann fahren hieß, habe ich diesbezüglich dem Kollegen gesagt, dass das Fahrzeug in meinen Augen nicht verdächtig ist, aber ich geb das dem Kollegen trotzdem nochmal durch und das tat ich dann auch über Funk. Ich habe das Fahrzeug, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, nochmal erneut im Funk gemeldet, dass man das Fahrzeug doch bitte kontrollieren soll. Wie gesagt, wir sind gefühlt 20 oder 25 Beamte. Tomam, Tomam. Uptown Riders stehen an der Wand. 50 Barren auf meiner Hand. Die AK steht in meinem Schrank. Easy, easy, Tomam, Tomam. Der Ugo hat die Preise genannt. Die Boote stehen bereit da am Strand. Das FIB hat uns mit Maske erkannt. No respect, Tomam, Tomam. Ich schmeiß einen Molli. Shake, shake your body. Durch die Stadt auf der Party. Mit Bikes und Barbies zu der Aftershow-Party. Red nicht, fang an. Der Beat geht bam, 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 bam. Beste Ware aus Palito, man. Uptown Riders, Tomam, Tomam. Erika. Tomam, Tomam. Tomam, Tomam. Tomam, Tomam. Uptown Riders, Tomam, Tomam. Tomam, Tomam. Tomam, Tomam. Tomam, Tomam. Easy, easy, Tomam, Tomam. Uptown Riders, flusen rasant. Funk auf grün, der Abzug gespannt. Ab und zu sliden, fahren auf Sand. Die Funken sprühen, wir sind halt krank. Mess verkaufen, Tomam, Tomam. Zivis benehmen sich wie John und Van Damme. Wieder super Sportler von der Straße gerammt. No respect. Tomam, Tomam. Schmeiß eine Molly. Erzähl mir keine Storys. Im weißen Gewand mit Takuchi und Barty zur Aftershow-Party. Uuuuh. Red nicht, fang an. Der Beat geht bam, 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 bam. Beste Ware aus Palette, oh man. Uptown Riders, Tomam, Tomam. Tomam, Tomam. Tomam, Tomam. Tomam, Tomam. Tomam, Tomam. Uptown Riders, Tomam, Tomam. Tomam, Tomam, Tomam. Tomam, Tomam. Das war eine Gang hier auf Desi. Wie geil ist das denn? Die Uptown Riders. I like it. Man könnte meinen, die Aufnahme ist mit so einem kleinen Delay über TS erfolgt. Also außerdem Delay. Das ist richtig. Das ist schon nice. Das ist schon geil. Ja, das ist im Fall Walker. Hi, Norea. Äh, Norea und Alltag, ne? Ähm, ihr müsst, äh, ihr müsst, äh, hier, Flashback. Müsst ihr euch anhören. Viereinhalb Minuten. Wollt nur Bescheid geben. Wo gibt's das? Es wurde mir grade geschickt, das ist auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ich das teilen darf. Dass es gewissen Personen im PD gesundheitlich bis hin zum Tode schlecht ergehen würde. Und diesbezüglich, wenn es heißt keinem, dann gibt's dort auch keine Ausnahme. Egal wo ich hingehe, ich werde erkannt. Die 31 ist weltbekannt. Egal wo ich... Das stimmt eigentlich. Egal wo sie hingeht, sie wird erkannt. Alter, machen wir mal ein bisschen Beat. Hashtag abgehoben. Es stimmt aber und sie, ich kann nix dafür. Wir brauchen die Soli-Version. Egal wo ich hingehe, ich werde erkannt. Haben wir irgendwelche Soundmixer, haben wir ein paar Rapper unter uns? Komm, wir setzen uns heute Nacht hin im TS und machen mal eine Soli-Version. Eine Reihe Green-Version. Wenn's okay ist. Durch die Stadt im Ferrari. Durch die Stadt in Explorer mit... Möchte nicht belästigt werden. So, gut. Entschuldigung. Also wie gesagt, mein Kollege und bester Freund Meinert hat natürlich gefragt... Meinert. Meinert, der am Tag meine Kündigung, meine Suspendierung, mir die Freundschaft gekündigt hat und mich geschlagen hat. Ja genau, der Meinert. Wenn man mir droht und man sagt, ich soll mit keinem reden, sonst geht das XYZ schlecht, dann heißt keinem für mich auch... Bin ich die Leitstelle, werde ich schackant. Mach nen Song, der geht bestimmt steil. Äh, ja, ja, ja. Vielleicht auch das Yalla-Goodbye, ne? Vielleicht in dem Yalla-Goodbye-Dings. Mit einer 8 in der Zelle. Da hau ich gut rein. Da, 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 bam. Yalla-Goodbye. Keine Ahnung. Irgendwas in der Art und Weise. I don't know. I really don't know. Alles klar. Natürlich. Also es betrifft nach wie vor immer noch PD-01, Simon Meinert, Herrn Manning, PD-55 und PD-31, Raya Green. Raya Green. Die exzessiv genannt wurden als mögliche Opfer, sofern ich auspacken würde. Naja, Raya Greens Historie, ne? Ist ja schon so ganz unrecht und ganz gelogen, hat er ja nicht... Welche Behauptung meinen Sie jetzt? Ja, natürlich, durch Telefonate und durch Mitteilungen wurden explizit des Öfteren mitgeteilt oder mich viel mehr daran erinnert, dass bevor ich irgendwie auf dumme Gedanken komme und das irgendjemandem sage, soll ich doch nicht vergessen, dass sie immer noch Infos aus dem PD beziehen, wo sich denn Meinert, Manning und Green aufhalten. Also mir wurde explizit öfters nochmal in Erinnerung gerufen, dass ich erpresst werde. Nein, anonyme Anrufe leider immer weg der Fendys. Okay, ich soll erstmal was hören? Das ist eine Einrichtung. Das ist eine Art An sayung. Ja, das ist eine Art Angriff. Also wenn ich Sie auf dem PD begehen. ... lege gerne aus dem PD. Wir versuchen, bei uns das angeboten ist, wenn ich mit fünf Minuten versuche, das dann noch so weiter in der Fendys. Und wenn du die Kader in dem, du bist, um den kleinen Ich habe einen Song geschickt bekommen, das ist für Dings, so ein bisschen für Designated extra gemacht, so bezüglich so, hier ist das EP auf Designated, wollt ihr sowas hören? Wollt ihr das mal hören? Das hat irgendein Spieler erstellt. Wollen wir das mal hören? So. Und halt vor möglichen Gefahren halt zu informieren. Ich habe als der Kollege... Also ne? Als der Kollege... Let's go. Hören wir rein. Bedenkt Leute, es ist einfach ein Community-Bember, der Bock hat, was zu machen, so why not? Okay. Yeah, du hast keinen Bock auf Fernsehen, komm auf Desi und lass uns zusammen RP'n, ne Community, die immer für einen da ist, geh im Whitelist und scheiß auf die Panik, ich kann nur sagen, hey, das Team ist korrekt, oder Desi, Nated Live hat RP neu geweckt, neue Lust, neue Ideen und neuer Spielspaß, du willst dich einloggen, wir wünschen dir viel Spaß, dir steht alles offen, wähl dein RP-Weg, und auch dein Job wird dir irgendwann ans Herz gehen, Willst du Medic oder Cop, homie, tu einfach deinen Job, benutze dein Verstand, das wird sicherlich kein Flock, du kannst live dabei sein, auf Pop-Streife, und als Gangster ist es klar, dass ich dir Kops meide, bist du ein 31er, oder bist du real, bist du real, bist du real, bist du willkommen in jedes Spiel? 31er, 31er, am Start, ah, okay, geil. Purchase your tracks today. Der Track ist wohl noch nicht fertig, der Track ist wohl noch nicht fertig, der Track ist scheinbar noch nicht fertig, aber das ist schon... Es fuckt uns ab, wenn Cops ihren Job machen, es ist RP und am Ende können wir doch lachen, auch wenn das FIB kommt für ne Razzia, sagt man immer noch, die Gangs ist die Macht, ha? Wir stehen vor uns mit PDWs bereit zu shooten, und die Medics sind da, damit wir nicht verboten, ein großes Dank und Respekt an die Medics, denn wenn man Medics braucht, sind sie immer ready, auch die G-Unit leistet wieder gute Arbeit, ihr habt nichts zu befürchten, wenn ihr brav seid, nicht zu vergessen ist das Team von der Perch, die beseitigen Probleme, die uns stören, Desilated Live, ein Projekt, wo man daheim ist, OOC TeamSpeak, wo jeder von uns eins ist, und ein Gruß geht noch raus an den MC, Die ihren Mann stehen, die du niemals rennen siehst Ey, das ist also... I like it! I like it! Ey, mali mali... Eigentlich mag ich sowas nicht machen, aber... Küche gehen raus, haltig! Ja, ne, die Medics, die haben, die Medics haben hier ein Standing bekommen, Leute, nix gegen Snitches! Also... Nix für Snitches! Ja, ja... Oh! Was hab ich getan? Oh Gott! Aber ich glaub, da kommt nix mehr, oder? Ne... Nice! I really like it! I really like it! Jeder Beamte stellt Fragen... Ja, ja, das Lied ist scheinbar noch nicht fertig, das wurde mir grad geschrieben. Und ich soll nicht die Quelle verraten, die mir dieses Lied zugeschickt wird, ich werd's nicht verraten. Ich hab ja, wie gesagt, auch, was ich vorhin schon gemeldet hab... Hashtag Stabil! Ich hab die Fahrzeuge ja persönlich durchgewunken, jedoch über Umwiege dennoch weiter gemeldet als verdächtig. Ne, also ich habe, klar, die Kollegen haben gefragt, äh, hast du denn in den Kopfraum geschaut? Das hab ich ja bejaht, ne, weil ich, äh, ne, weil sie sonst andere Fragen gestellt haben, aber ich habe dennoch dann, äh, andere Mängel an den Fahrzeugen als Vorwand genommen, um diese dann von anderen Kollegen, äh, kontrollieren zu lassen, damit diese halt, äh, die Vergehen oder dergleichen dann, äh, offiziell feststellen. Wenn sie die Vorgehensweise nachvollziehen können, was ich meine. Das ist, ähm, nicht immer der Fall gewesen, aber zum größten Teil. Manchmal hatte ich auch Kollegen, die, äh, kurz mal, ähm, austreten mussten. Ne, also, die mussten mal kurz, äh, mal sich erleichtern oder dergleichen. Und das kam mir dann immer zugute, dass es meistens solche Momente waren. Also, äh, es war halt wahnsinnig viel, es kam jetzt nicht jeden Tag vor oder, äh, nicht alle zwei Tage oder was auch immer. Nehmen wir dich stabil, nehmen wir dich. Danke, Mann! Danke, Digga, für deinen Sub! Aber, äh, die genaue Anzahl weiß ich nicht. Und, äh, B, wie gesagt, ähm, habe ich diese Fahrzeuge weitergemeldet. Und von daher, ja, also... Alltag, es freut mich! Ich habe weitestgehend geantwortet, sofern ich halt mich selber nicht... Nimmt der Segnet noch neue Leute für den Server auf? Ja, klar! Weil ich durfte ja keinem erzählen von der Appressant, die gegen mich läuft. Danke schön, Norea! Ja, freut mich. Manchmal bekommt man beim Zuschauen echt Lust, Selbst-RP zu machen, bis man dann realisiert, dass ich solche Leistungen wie du eh nicht hinbekommen würde. Ah, Leute, mach das einfach! I don't know. I think... I don't know. Hey, Hitchi, guten Abend! Ich bin ja, ja, ne, man ist ja so ein bisschen so eine Drama-Queen. Ähm, ich hab Bock! Und selbst wenn dort Mitglieder der Platz vertreten gewesen sind... Keine Ahnung, und sie? Es ist sehr stark, dass es alle Mitglieder der Platz waren. Und dementsprechend gab es immer noch draußen jemanden, der sehr wahrscheinlich von meiner Adressant wusste. Und natürlich auch jemanden im PD, der diesbezüglich halt auch dann seitens des PDs mitbekommen würde. Ach, die Technik ist das kleinste Ding. Hi, Michelekopf! Ich bin ja auch wieder bei der PR, weil ich muss erstmal umziehen und Interneteinrichten etc. Das kann sich noch ziehen. Geht alles langsam an? Geht es geschmeidiger an? Aus der Überzeugung ganz einfach den größtmöglichen Schaden gegenüber der Bevölkerung und Kollegen und allgemeinen Menschen abzuwenden und die Straßen sicherer zu machen. Oh, nein, es wird da ein falsches Spiel, aber es wird dadurch die Ähm, persönlich.... Hi, Shoclean! Das war ich, das war ich, das war Tyra! Ja! Wie du hast mich nicht erkannt? Ist mir gespielt worden, so nee. Ja, die macht grad Drama-RP mit der Reihe. Guck mal, da sitzt sie wieder. Drama vom Gerichtsgebäude Drama und Oh mein Gott, Olonski Oh was, soll ich, soll ich Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's, chill mal, chill mal Olonski Hey, vielen Dank für die fette Sub-Bombe Solltet ihr keinen Sub bekommen haben, aber möchtet einen Dann wisst ihr Bescheid, müsst ihr nur die richtigen Voranstellen Dankeschön, danke, 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 danke Olonski für die 5er-Bombe, hey Dankeschön Danke für den krassen Support Ähm Komm mal, ja Äh Also, ähm, das Ding ist Ähm, Kiori, hi Ähm, das Wichtigste ist Xulon Ich weiß, ich kann's verstehen, also Ich versuche Wirklich aufs Maximal Geduldig zu sein, was Serverleistung angeht, ja Also irgendwelche gewissen Vorteile Was alles so geschmeidig ist, zum Beispiel Ähm, man kennt es halt von AL sehr stark Dann irgendwie Homestate Aber AL ist für mich die größte Latte, Messlatte gewesen Was Ingame-Systeme angeht Aktensysteme Äh, das Twitter-System Fand ich bisher auf keinem Server so geil Wie auf Alternate Live Ähm, Homestead kam dem auch ran Äh, aber Ich hab immer viel versucht mitzumachen, ja Also wenn es, wenn es so technisch gesehen nicht Dings ist Zum Beispiel auf Nameless oder Better Life Hatte man, äh, Excel-Aktensystem Auch hier haben wir ein Aktensystem über Forum Ding Das ist okay, weißt du Ich meine, äh, meine IP-Qualität hängt nicht von sowas Großartig, ich möchte das nicht davon großartig abhängen Ich versuche immer das Beste draus zu machen Und ich mache immer so weit mit auf einem Server Bis dann Bin ich ganz ehrlich Also was mich komplett abschreckt Oder wo ich sage Ist nicht mehr für mich tragbar Ist dieses OOC Ne? Also wenn ich merke, dass Leute meine IP zu sehr ans Herz nehmen Und dann anfangen mich deswegen zu hassen Ja? Ähm, wenn Leute Keine Ahnung, herhetzen Und all diese Dinge Das ist so für mich der Das killt mich Also das, da bin ich so Ich hab da keinen Bock auf den Server Vor allem, wenn es dann noch von Projektteam-Seite unterstützt wird In der Hinsicht Also wo man einfach nur denkt so Sag mal, rafft ihr das grad nicht Dass da irgendwie gerade einfach nur Das lächerlich ist oder sowas, ja? Ähm, deswegen Ähm Keine Ahnung Und hier Ähm, ist es extrem angenehm Es ist Sehr entspannt Man kann mit den Leuten reden Ähm, viele reden bei Designate von Casual IP Äh, ich glaube primär ist damit gemeint Das ist nicht damit gemeint Das ist nicht damit gemeint, dass wenn du gegen die Wand rennst Und dann wieder Oh ja, ist so nichts passiert Nein, das ist damit nicht gemeint Das ist einfach so Dir wird mehr Ähm, Chancen gegeben Wenn du Keine Ahnung Also da wirst du nicht gleich irgendwie weggebannt Oder sonst was Man versucht immer wieder eine Lösung zu finden Es kann sein, dass du vielleicht für ein paar Tage gebannt wirst Also hier werden auch die Dinge geahndet Aber man versucht Leuten sehr viel Chancen im RP zu geben Also hier Wir haben einen Chief einmal gehabt Der hat mal Der war mal ein Gangster Und gestern hat Raya zum Beispiel eine Teilweise eine Erklärung bekommen, ja? Dass er auf die schiefe Bahn gezogen wurde Von zwei seiner Brüder Deswegen war er in einer Gang Ich finde, das ist eine Legitimie-Entwicklung Und so All diese Dinge So, manche sehen das nicht So, man Also man lässt hier viele Leute sehr viel machen Und Keine Ahnung Äh, bis sie Bis jetzt lieben sich alle OOC Und IC hasst jeder Reihe, ja Mal aus meiner Erfahrung Ich habe irgendwann mal gesagt Warum nicht eine einfache Bewerbung rauskam Man muss Bock haben Ein bisschen was zu lernen Sich drauf einlassen Es ist nicht so schwierig Wie es manchmal aussieht, ja Das System hat so viel Unterschied gemacht Wie viel RP da schon ständen ist Weil man nicht nur etwas von seiner Umgebung Etwas gesehen hat, ja Ja, ich finde die Tata-Tata-Ride super Frau Hano Homestead ist zu lange her Weil ich Dennis Ende verfolger bin Erst nach dem Lucky Fire Event auf dich zugestoßen Durch Dennis und Reni Jetzt verfolge ich die Reihe Und habe das Video von Frau Schick geschaut Oh Schick Das kommt noch auf YouTube, ne Jacqueline Hat sie aktuell auch wegen der Flashbacks Das Bedürfnis, über ihre Vergangenheit zu reden Oder versucht sie einfach nicht Darüber nachzudenken Malimale, das ist jetzt einfach Wieder eine Verarbeitung gewesen Es war eine Verarbeitung Es war auch definitiv ein Teil Euch zu erklären Warum sie so ist, wie sie ist Aber wie du am Ende gemerkt hast Das war nämlich Absicht Ich versuche immer durch die Musik Eine Stimmung zu machen Der Song am Ende der Flashbacks War so ein Ich bin es So Das ist meine Vergangenheit Und ich stehe da drüber Und This is me Ich versuche nämlich Weil da rede ich immer mit Jester Ginger darüber Einfach auch um den Stimmungswillen Hier im Stream Weil wir haben ja viele Dramen, ne Ich möchte nicht Dieser Char darf nicht gebrochen sein Sonst ist sie zum Beispiel Für die Captain-Position nicht geeignet Also ich versuche sie stark aufzubauen Aber eben Die andere Seite Ihre Vergangenheit ist Wo ihr dann alle versteht Ah Ne So Komm mal wie gebrochen sie war Guckt mal wie gebrochen sie war Und was aus ihr heute geworden ist Oder ist sie Ist sie immer noch ein bisschen gebrochen? So Hm Ist sie deswegen immer so alleine? Hm Was auch immer Ja oder nein Ich habe übernommen damals Ich hatte Spaß Aber ich war viel zu Zu viel da Irgendwann Musste ich einfach Fehlen und wurde bestraft Zu dem Nachhinein für mich gut Ich vermisse es Aber ich würde Ich würde wieder süchtig werden Auch Hahn auf AFL Auf Home State War schon die Reihe Ja Ich würde ja gerne So einen russischen Waffenhändler Am Hafen spielen Der so trottelig ist Dass er bei jedem zweiten Waffendeal erwischt wird Und einfach nur labert Um sich aus der Scheiße zu sehen Das ist schön Wenn du schon so Ich habe viele Sachen Die im PD Nicht gerade gut laufen Und dahin gehen Ist es halt auch sehr schwer Dort Vertrauen zu finden Und Vertrauen zu fassen Und wie gesagt Ich verweise auf meine Vorherige Aussage Ähm Veränderungen wären auch Danke Also für alle die Hier im Chat sind Der Xulon Ist derjenige Der 2017 Mich darauf angesprochen hat Warum ich denn nicht mal RP mache Und mich praktisch In die Richtung GTA Live geschubst hat Also ich habe mich Für GTA Live beworben Es kam aber nie Zum Whiteloss Gespräch Weil dann kam Alternate Live Also Xulon Ich danke dir Vielleicht Wer weiß Wir kennen die Schmetterlingseffekte Des Lebens nicht Vielleicht wäre ein andermal In meinem Leben RP als Thema Im Stream Äh Äh Vorgekommen Aber du hast damals Mich in Richtung RP Geschubst Du hast damals Mir GTA Live empfohlen Er schreibt mir nämlich gerade Wie ich mich verändert habe Ich erinnere mich noch Ganz genau 2017 Leute Ich habe einen Stream gemacht Wo ich den Char Vajariachan niedergeschrieben habe Wo wir meine Bewerbung Live im Stream geschrieben haben Wow ne Und jetzt sind wir hier Das ist so krass Laut meinem Kenntnisstand Ich bin ja Wie gesagt Schon eine lange Zeit RP hat halt viel Suchtpotenzial Das Wiederaufstehen Und die Stärke Für sich rausgezogen hat Ja Äh Der Suchtpotenzial Ich glaube so ein Lernding Und so wie ich das gehört habe Im Struggle Viele damit Beim ersten Char Da muss man sich viel Da muss man sehr viel reflektieren Ja Der erste Char ist immer gefährlich Mein Char bringt sich immer In dumme und gefährliche Situationen Ist OC sau witzig PD01 Ist auch mein Einsatz Wo ich mich nicht rauslabern kann Da habe ich halt Pech gehabt Ich denke früher war Raya bestimmt fertig und gebrochen Aber jetzt hat sie Stärke und einiges mitgenommen Was nicht immer schlecht sein muss Sie muss nur lernen Diesen Mittelpunkt zu finden Darauf stoßen wir an Also es war Auslegungssache der Leitstelle Und dahingehend Verweise ich nochmal darauf Dass in PD halt sehr viel Äh Das erste Beitlers Gespräch Ja Tama hat mir damals geholfen Ähm Ja Schon krass Veranstaltungsbeamte in Ausbildung Alleine im Streifewand Oder auf Streifewand Ähm Genau Ähm Hat irgendjemand auch schon den Unterschied gemerkt Zu den Zu der Raya in der Vergangenheit Und der heutigen Raya Habt ihr gesehen wie sie mit ihrem Mann redet Habt ihr gesehen wie sie sich damals verliebt hat Wie sie war Auch von der Stimmlage her Ich hoffe dass das einige gemerkt haben Dass die heutige Reihe ganz anders da redet Auch vom also so Sprechstil So ein bisschen härter Als früher Da war sie immer so Ach Dieses Also ich hab da versucht wirklich so einen Unterschied zu Keine Ahnung Ich weiß auch nicht So früher naiv und alles drum und dran Und Äh ja Ja viel jünger ne Genau Fand sie viel früher glücklicher Und von der Stimme her naiver Ja Nein Diese Aussage habe ich auch in der Vernehmung Vom FLB aus nicht getroffen Genau Heute war sie der Äh TS TS Zulon Ähm So wie sie Bitteschön Ja auf jeden Fall Man merkt ihr an Dass sie einiges durchgemacht hat Und daran aber auch zum Teil gewachsen ist Ja ja die gute Lebenserfahrung Dass PD Äh Einen größeren Einsatz Plan Gegen wen Wo Wann Wie Äh Habe ich nicht Boah Die Verhandlung geht wohl lange Also da ich auch Wie gesagt auch für seine Ausbildung war Und diese Information nicht hatte Ich wusste halt Dass ein größerer Einsatz geplant ist Aber ich habe halt nicht sagen können Ja wir fahren jetzt mit Mit dem Sport und FLB Jetzt in In Die Hood oder Die Hood Und machen das und das Ich meine ich suche das ja auch Ihr merkt das ja ne Mein Mann kam zu mir hat gemeint In meinem Stream reden die schon darüber Dass du so ungesund schläfst Also so ungesund lange RP machst Aber Ähm Ja Ne Also zum Beispiel heute Ich hab also einfach weil ich auch Das Ding ist bei mir Ja ihr merkt das ja ne Mein RP ist ja nicht nur das Was ich im Stream mache Mein RP ist auch Die charakteristische OOC zu zeigen Also so im Stream Also der Flashback heute Ich saß wegen dem Flashback Saß ich um 17 Uhr am PC Und habe bis 19 Uhr geschnipselt Also zwei Stunden lang Gegen dieser Flashback Weil ich Äh Sowohl die Stellen gesucht habe Die unbedingt Ich so haben wollte Bis hin zu Ähm Bis hin zu Ähm Musik Ja Nein Aber auch bis hin zu Reihenfolge Und ähm Ja Keine Ahnung Ja damals war sie ein junges Mädchen Jetzt fängt sie dagegen sehr hart Dass sie ihre Schutzmutter die größte abhält Um nicht mehr verletzt zu werden Allein der Selbstbewusstsein damals war sie Wie ein Hund Wo es recht machen will Dass alles am Ende passt Und nun haut sie es raus Wie es ist Äh Der redet da drinnen mit dem Dings Also ich hab Soli das auch schon gesagt Aber es erinnert einen immer wieder dran Dass das Mensch Dass man den Menschen gegenüber Und dem was sie erlebt haben Nie auf den ersten Blick erinnert Ja Das ist das Ding Leute Ähm Mir hat auch ein Zuschauer geschrieben Dass er sehr über sich selbst reflektieren konnte Durch mein RP Weil er scheinbar auch ein Mensch ist Der sich nicht verletzen lassen will Ja Ähm Ich bin sehr dankbar Ich bin sehr Also auf der einen Seite bin ich dankbar Aber manchmal für Lotharisch Also ich als Mensch bin sehr gutmütig Gutgläubig und naiv Was mich auch im Leben Trouble gekostet hatte Ja Und da bin ich sehr froh um meinen Mann Der auf mich da aufpasst Weil er immer sagt so Ach Schatz du Ne Weil er sagt so Gib doch einen Scheiß drauf Ist doch egal was die Leute über dich denken Und all diese Dinge Ich bin da so ein bisschen anders Aber ich versuche diese Diese kalte Reihe zu spielen Und Wie gesagt Ne Und innerlich ist sie vielleicht doch noch Noch die damals Die naive Die kleine Die irgendwie vertrauen will Aber es ist zu viel passiert Achso genau Ich will euch mal eine Stelle zeigen So ein bisschen hinter den Kulissen Nur das eine Ähm Ich hatte diese Diese Ich hatte die Den Flashback Und das Original Flashback Ähm Habe ich euch zu erinnern Und da war der Spruch Jetzt mach mal Guck mal zu Dass da was auf den Tisch kommt Äh da war das Wort Tisch Nicht mehr zu hören Also muss sich Domi Den Kartall Du ganz schnell anschreiben Und sagen Hey kannst du nochmal zurück Ich muss nochmal Diesen letzten Satz Von dir gesprochen bekommen Ja es wurden bei dem Großeinsatz Und bei der Razzia Fahrzeuge beschlagnahmt Aber da ich Äh bei einer Aus Äh bei einer Ausführung Da ich bei einer Absperrung Weit 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 Hi Anders Ja wir haben ein Dings gemacht So Äh Also ist Razzia wie Robert Ne der ist nicht so Er hat ja Gott sei Dank Mich Und mir kann er ja vertrauen So Äh ich zeig euch mal die Stelle Äh Da hab Guck mal passt auf Nur so nebenbei Damit ihr so mitbekommt Wie die Flashbacks immer sind Äh wartet Ich hoffe ich finde es So hab ich immer mit ihm angefangen Zu reden ja Warte mal ist es das Ja doch Oder Ja Guck Trainingseinheit Dreier Green Ranger Äh nein Williams Begegnung Trainingslager Action So Ähm Da merke ich aber auch wieder Wie Hammer Kataldo ist Ich hab ihm gesagt Pass auf Kannst du Meinen Ex voicen Er meinte Okay Hier wo ist ein Skript Ich so ich hab kein Skript Ähm Komm wir machen mal ganz schnell Äh Wir sind grad beim Training Ähm Irgendwas passiert Und äh Ich falle Und dann schnappst du mich Und dann Wir mussten manchmal lachen Die hab ich leider schon gelöscht Aber es war immer so schon Also entweder maximal drei Aufnahmen Und dann Und dann saß das Ranger Äh nein Williams Begegnung Trainingslager Action Ranger Lesley Ab geht's Weiter Laufen sie Nächste Das war Das war einfach Wir haben ein bisschen Und Action Und dann die zweite Aufnahme Hey Babe Warte mal Moment Dann war die zweite Aufnahme Äh Raya Williams Begegnung Die zweite Im Wald Raya möchte aufgeben Also ich weiß auch nicht Was ich mit meinem Kollegen Kannst du mal einen Pfarrer spielen Kannst du Und da muss ich aber den Satz niederschreiben Weil ne Dieses Das ist ja schon vorgegeben Das ist ja sowas Ich so Kannst du das mal Und er so Und er hat gemeint Was willst du Willst du einen spanischen Pfarrer Willst du einen frechen Pfarrer Willst du einen ruhigen Pfarrer Ich bitte einen ganz ruhigen Entspannten Pfarrer Und er so Bäm In der Zähne Und zack 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 Das war halt Ja Suprasaya Jinn Gollum Und das war Heute Vorhin Als das Wort Tisch Man gar nicht hören konnte Das wurde leider weggeschluckt Und da meinte die liebe Ginger Das hört sich nicht schön an Und dann hat er Hat er nochmal reden wollen Und dann Diesen Malheur Diesen Patzer Habe ich hier Warte Die sind dann losgefahren Die haben zwei Razzien gemacht Und bei der einen Als wenn ich mich Die Lass laufen Man kann es ja schneiden Also lass laufen Als wenn ich mich Von dir hier verarschen lasse Über Stunden Sei nicht zu Dass was zu fressen Auf den Tisch kommt Ich hab Hunger Als wenn ich mich Die Lass laufen Man kann es ja schneiden Also lass laufen Ja Ja Das hat er Alter Richtig gruselig Ja ja Das war schon nice Das war schon lustig Was soll ich als Alert machen Was ist los mit euch Wollt ihr den Brooks wegkicken Oder was Das ist schon nice Ich habe Es war auch hier Also da haben wir Besser ist das Ja Bei dem heutigen Flashback Ne Da haben wir Jedoch bei dem zweiten Einsatz Ihr seht Die drei IC-Wort nicht reden Und nicht nur stumm anschauen Also IC müsste es Mega weird grad sein Kicken Als ob Da warten noch Lego schon auf ihn Hi Kayla Also bei dem hier Ne Ihr erinnert euch Gestern Mit Elena Die Fahrt Ne Ja danke Und Und Ich wollte Oh Ja Hier ne Ich wollte Immer Ein Bei dem Flashback Wollte ich am Anfang Ein Das Schöne Und dann wieder Das Hässliche Ja Also dieser Teil Von Von Brooks Ja Dieses Brooks Das geht mir nicht so aus dem Kopf Das war wieder dieses Oh sie ist wieder dabei Ihr Herz öffnen Und dann ging es wieder in Richtung Ich hab mich für Chloe entschieden Ja Sorry Kopf ich weiß Dann natürlich Fuck Das vertrauen Vertrauen sie mir Und dann wieder Papp zurück Zum Schuss Ne Das war so ein hin Und her Und hin und her Das hab ich versucht Zu verdeutlichen Ich hab so Ich hab die Ginger gefragt Ich so Soll das erst von Manning kommen Und soll das da kommen Weil das ist auch In einer Streifenpart passiert Ihr erinnert euch dran Du weißt was ich im Leben Durchgemacht habe Das war da wo Manning Brooks erzählt hat Dass Green und Green Was haben Das ist danach passiert Sie war ja so sauer Auf Green Auf Manning Ja Und es ist halt so krass Diese Parallelen Also das passt alles so schön Zu dem Flashback Von der Reihe So versteht ihr was ich meine Es ist alles so Die Enttäuschung Die Enttäuschung von damals Die Enttäuschung von heute Und die Enttäuschung von damals Und Ich find's grad so krass Deswegen ist es so heftig Leute Und bitte nicht weinen Chat bitte nicht weinen Kommt jetzt zu mir Ja Es ist einfach Du ziehst hier manchmal Aussteigen Echt Stimmt Mutti ist nicht da So Vor Ja die Beleidigungen Allein Allein dass Isaac Brown Allein dass Isaac Brown Diesen Satz gibt Wie gesagt Deiner hat doch vor mich hin gerotzt Und rum beleidigt Das fand ich so nice Das ging bei mir hier rein und da Das hat der Rekrut zu ihr gesagt Beobachtet als Thor in der Situation war Ich denk mir ey bei diesem Ich würde direkt ausgerastet Was soll ich machen Wegen 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 einmal Hure Heulen Das war so perfekt Wegen einmal Hure soll ich heulen Sie wurde als Schlampe bezeichnet Von ihrem Ex-Mann Sie wurde von ihrem Ex-Mann Misshandelt Ich weiß Trigger-Thema Aber Versteht ihr So Da merkt man die Härte von der Raya So Und es war so Ich war so Okay ich muss die Stelle klippen Ich hab die geklippt und gespeichert Weil ich wusste Irgendwann wird das rauskommen So Denke wie Raya Sei wie Raya Ich weiß Du hast sie richtig in der Story vertieft Ja Ja Und natürlich Oh Leute passt auf Ja Ich müsste mich hier mal ganz kurz muten Aber ich kann das Darf das nicht machen Ja aus Mike Wie Hä Ich krieg die Tür nicht Wie Wie sieht's denn hier wieder aus Ich geh mal hier kurz weg Du redest mir gerade so laut Mike Weißt du das Ja Ja Hast du schon mal auf die Uhr geguckt Ja wir haben nichts zu fressen Wartet Hört man ihn noch Passt auf ja Da muss ich sagen Ich will euch mal ganz kurz zeigen Dass ich stolz auf mich bin ja So Endlich kann man ihn nicht hören So Ich zeig euch mal das Original Ich weiß ich muss Ich will es jetzt euch einfach ein bisschen erzählen Ja Das Original Der Original Wohnzimmerclip Der hört sich so an Wartet Wo ist es Habe ich nicht den Wohnzimmerclip hier dran Muss doch hier irgendwo sein Es ist nicht mehr da Oder was Wo ist denn der Wohnzimmerclip Oder was Wartet mal Wartet mal Wartet mal Da war ich Da war ich so richtig stolz auf mich heute Weil ich so viel Ambiente Sounds Dahin zugefügt habe Wo ist denn das jetzt Ah ja hier Warte Raya und Williams Der Alltag zu Hause Fernseher läuft Raya kommt gerade vom Einkaufen Nach Hause Tür geht auf Wie Hä Ich kriege die Tür nicht Wie Wie sieht es denn hier wieder aus Mike Hörst du das Raya So Das ist das Original Und jetzt Ich habe heute Ich habe Türöffnen Sound gesucht Ich habe Fensterschließ Sound gesucht Ich habe Du hörst die Stadt aus dem Fenster hindurch Also draußen so So die Stadt Sounds Tür zu Und Fernseher Sound und Ding Und dann Statt so Ich kriege die Tür nicht Wie Wie sieht es denn hier wieder aus Mike Hörst du das So Dann hört sich das so an Warte Oh nein Bitte mach kein RP mit mir Bitte mach kein RP Sehr gut Danke Hier Michael Fowl daheim Wie Hä Ich kriege die Tür nicht Wie Wie sieht es denn hier wieder aus Mike Hörst du das Raya Ja Fenster schließen Hast du schon mal auf die Uhr geguckt Ja Ich komme Ja die haben nichts zu fressen mehr im Kühlschrank Ich warte und sitze hier die ganze Zeit schon Du könntest auch Wann kommt die gnädige Dame Hast du dir wieder viel Zeit gelassen Was hast du wieder getrieben Ich habe gearbeitet Ich musste Überstunden machen Ja gearbeitet Überstunden Überstunden Du hättest doch rausgehen können Als ob ich dir das glauben würde Überstunden Was meinst du denn Als wenn ich mich von dir verarschen lasse Überstunden Sag nicht zu Dass was zu fressen auf den Tisch kommt Ich habe Hunger Setze mich wieder vor den Fernseher Wasser Dankeschön 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 Durch Sound Und somit war es doch für euch auch ein Hörerlebnis I'm just saying I'm just saying Verdammte Scheiße nochmal Meine verdammte eigene Messlatte ist so oben Ich weiß überhaupt gar nicht Wie ich irgendwie noch irgendwie Keine Ahnung Es ist Ja Ja sogar der Fernseher im Hintergrund Ich so YouTube TV Sound Background Dann hatte ich TV Sound Background gefunden Aber dann war noch ein Regensound da Und ich so Das ist aber gar nicht logisch Weil ich habe doch im RP schon das Fenster zugemacht Okay Muss ich TV Sound ohne Regen finden Ich habe alles ganz halt so gesucht und gesucht Weißt du Ich war so richtig so in der Zone drin Tamam Ja Das war schon eine Challenge Es macht Spaß Leute Also wie gesagt Das ist so Und euer Feedback ist halt natürlich das motivierendste In dieser ganzen Geschichte Also ja So Was auch leider dann zum Nachteil für mich war Weil seitdem lebe ich in ständiger Angst vor dem P-Dealer Der P-Rap Was weißt du wie lange warten wir noch? Es scheint alles miteinander zusammen zu hängen Oh ja also so Ich kann noch fragen wer jetzt alles gefragt wird Hältst du es aus mit der Zigarette? Hä? Danke Ja ich bin so Ich bin so der Meditierende Weißt du Ich zähle die ganze Zeit Bis Ja na gut okay Du weißt ja von den Zahlen her Gibt es kein Ende Also ich zähle bis zum Unendlichen Okay Hey Lupi Hey Robert Bist du noch im Chat? Robert Ich kann ein Eis vertragen Aber ich darf hier nicht RFK gehen Robert Okay Vielen Dank Für die Blumen Vielen Dank Wie lieb von dir Oh ich muss wirklich aufs Klo Let's go Meine Lieben Dieses Lied widm ich euch Als man der Tat ist Man beim Chef gut angeschrieben Da machte ich mich an die Sekretärin ran Hallo Madame Ich tat mein Möglichstes Und hab wohl übertrieben Ich will Denn im Betrieb Da ist der Chef Der erste Mann Oh shit Er bat mich zu sich Und er sagte Sie verstehen wohl Ja bitte Es wäre schrecklich Wenn wir sie bei uns verlieren Okay Ich weiß auch nicht Wie es ohne sie Hier weiter gehen soll Also Doch wollen wir das Ab nächstem ersten Mal probieren Vielen Dank Für die Blumen Vielen Dank Wie lieb von dir Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus Manchmal spielt das Leben mit dir gern Danny Green und Giuliano Pörper Immer wird's das geben Einer der trickst dich aus Vielen Dank Für die Blumen Vielen Dank Wie lieb von dir Ich sah die schönste Frau Die jemals nicht betört hat Oh das klingt wie Manning Das war richtig Liebe Und Pörper Das klingt wie Pörper und Manning Ach Pörper Sie schlug die Augen zu mir auf Und sagte dann Du bist der schönste Mann Der für mich jemals da war Ich heiße Dieter Und mit dir fang ich was an Das war Manning Vielen Dank Vielen Dank Für die Blumen Vielen Dank Wie süß von dir Und sie Vielen Dank Für die richtigen Fragen Ja Immer wird's das geben Einer der trickst dich aus Brooks Holloway Ex Vielen Dank Für die Blumen Vielen Dank Wie lieb von dir Es blühen rote Rosen Und sind nur Souvenir Es blühen die Mimosen Wie ein Lächeln von dir Es blühen herbstzeitlosen Sagentrösten zu mir Was macht das schon Wenn ich einmal verliere Vielen Dank Für die Blumen Vielen Dank Wie lieb von dir Oh ja Oh ja Okay Was gibt es noch? Was gibt es noch? Oh yes Let's go Oh my god Dieses Lied Jo , it's a D Was? Ja. Ja, das ist mein Gehalt als Rang 7. Täglich in ein Poesie-Album schrieb. Wie, 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 ich hab' dich lieb. Gildo hat euch lieb. Und wenn's auch mal Tränen gibt. Ja, großen Stern. Wer bei uns singt für euch Lieder. Gildo hat euch lieb. Immer wieder. In meine kleinen Bild. Okay, okay, ich brauch' ein anderes Lied. Ich brauch' ein anderes Ding. Ich brauch' ein anderes Lied. Was für ein Lied brauchen wir denn? Hä? Hä? Was für ein Lied wollen wir hören? Hä? Äh... Was denn? Freddy, genau. Ämbar, Mama Mama. Warte, Schleifenmusik. Okay, okay, okay. Kein König der Löwen. Kein König der Löwen. Doch, König der Löwen. Robert, ich brauche Eis. Ich überlebe dieses LP nicht. Schatz? Oh, wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Ich hab's. Ich hab's. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ey, der muss doch hier irgendwo sein. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah ja, da ist er. Beep. Nein. Bitte. Beep. Bring dir nix. Beep, bitte. Ich sitz hier fest. Wenn die mich rufen, dann muss ich da sein. Bitte. Nein, auf der Lette und holst dir was. Ähm. Äh. Äh. Ja. Wie, wie hast du das jetzt schon gemacht? Im Gerichtssaal gibt's keine Toiletten. Wie hast du das jetzt schon gemacht? Nur dreimal? Ah, vier oder fünfmal. I love. Ich würd das auch für dich machen. Du nutzt halt nie diesen Service bei deiner Frau. Hihi. Das stand in unserem Ehevertrag ganz klein und na. Wie auch? Wann soll ich das denn machen, wenn du schläfst oder was? Zwischen GTA und Schlafen ist ja nicht viel Luft. Oh. Dann musst du bei anderen Öffnungszeiten anrufen. Kann ich ja nachts wecken. Wenn ich das brauche. Hey, bitte. Okay, okay, okay. Ich, ähm. Ja. Du willst bestimmt ein Eis, oder? Ja. Mhm. Das mit Zokollade. Ich hol mir eins. Oh. Bim. 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 Ach, scheiße. Was du anzubieten? Was ich anzubieten hab? Hm. Da fragst du noch? Super. Ja. Als Austausch. Als Austausch. Okay, ähm. Okay, ich hab hier eine Flasche Ketchup. Die muss so in den Kühlschrank. Und. Wow. Willst du eine coole Antwort oder eine cringige Antwort? Ich kann dealen. Ich will irgendwas Handfestes. Oh, das kriegst du. Okay, okay, okay. Ich hol dir. Was, was wird's denn Eis, ja? Kannst du mir die, das mit dem Schoko und diesen, diesen Kaktus mit dem Knicke, Dings da, Knusper, Dings? Die zwei auch noch, oder? Ja, bitte. Bitte. Nee, 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 warte mal, warte mal, warte mal, du, du saugst das nächste Mal. Warte mal, der Pörper redet. Ach so, du, äh, Staubsaugen, mein ich, Staubsaugen. Bist du bescheuert? Der juckt schon richtig in den Fingern, Alter. Ja, ich hab's auch gerade, was ich gesagt habe. Ja, gut. Alter, du bist so bescheuert. Du bist viel cringiger als ich. Kannst du jetzt? Ja, ich hab's gerade erst mitbekommen, als ich gesagt habe, dass das das Nezame ist. Okay, jetzt hol's. Das ist Staubsaugen. Ja, ich. Du Staubsaugst das nächste Mal. Hey. Kannst du jetzt einfach, bitte? Ja, oder nein? Ja! Ja, rauchen dürfen wir tatsächlich nicht. Scheiße. Ah, Green, jetzt wirst du aber nervös, oder? Nö, ich bin tief nicht spannend. Ich mach davon hier keinen Clip. Ach, das ist mein Beweis. Stimmt, der Rest ist Internet. Ich mach alles zusammen, wenn ich da vorne stehe. Du solltest dich was schämen. Ey, das war wirklich, das war wirklich aus Versehen. Du bist, ja. Das war wirklich aus Versehen. Hat er sich schon öfters an sowas teilgenommen, Mr. Purple? Ihr seid alle Zeuge, dass er der Obercringe-Master ist, okay? Wollt nicht, ich wollte einfach nur nicht Staubsaugen. Ich seh immer noch kein Eis. Kannst du schon ficken. Baby, bitte, 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 bitte. OG of Cringe, ne? Ich sag's euch. Ich sag's euch. Wenn du nicht meine Kollegin wärst, das triggert hier komplett wieder durch. Wenn das Eis kommt und die Cam aus ist, wisst ihr Bescheid. Als ob ich mein Eis im Stream esse. Es sei denn, es ist in Becherform von Ben & Jerry's. Aber ist es nicht. Tatsächlich muss ich wirklich aufs Klo, ne? Scheiße. Egal, ich esse erst mein Eis und dann gehe ich aufs Klo. Ja, ne? Oh Gott. Ich erwarte ihn nur, der schreckt mich trotzdem. Hast du auch die andere Version? Darf sie nicht mehr? Ja. Oh nein, ich hab das Gefühl, ich hab das Ding ausgepackt und irgendwo hingetan. Und jetzt schmilzt das irgendwo in der Wohnung. Oh nein, warum bin ich so ein Pläb? Egal, dankeschön. Scheiße. Irgendwo in der Küche. Ich muss mal gucken. So. Ja, Leute. Also das ist mein Eis. Ja. Und dafür machen wir definitiv hier für die Cam aus. Okay? Also chillt eure Noppen. Okay. Was ist denn jetzt so süß? Wieso redet denn der nicht mehr? Okay. Jetzt kommt das nächste Lied. Wir haben das nächste Lied, chat. Let's go. Hey, heute ist wieder einer der verdammten Tage, die ich kam ertrage. Und mich ständig selber frage, warum mich halt diese Gefühle plagen, die ich nicht kannte. Oder nur vom Hören sagen, denn es erreichte ich durch meine Welt und meine König. Doch alles ist weg. Vielleicht. Tschüss. Und los Starzeit. Und los Starzeit. Vielen Dank. 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 Ja, ja. Ist jetzt gerade allgemein Pause oder wie sieht das aus? Das ist fünf Minuten. Oh, ja. Oh, ja. Ja, das ist nur eine Toilette hier gibt. Aber das weiß ich halt, aber das weiß ich halt IC nicht. Das hat er der Chloe Franzosin gesagt. Ja, ja, ja. Also, ihr seht, also ihr seht, die ich hin 2010. dürfen. Keine Ahnung. Also wenn wir Zeuge sind, denke ich mal nicht. Ja. Toc, Toc, nur zur Info, die Verhandlung geht jetzt gleich weiter. Dann der... John! Das ist scheiß Blase! Raus mit dir! Die Verhandlung geht gleich weiter! Das ist so peinlich. Oh Gott, ist das peinlich. Was ist denn mit dir los? Richtig peinlich! Richtig peinlich! Follow-up! Yep! Vielen Dank. Vielen Dank. Hey. Ich habe die Zeit genutzt und mir noch eine Zigarette gegönnt. Aha. Der arme Redfeet konnte nicht aufs Klo gehen, nur weil du sie jetzt so lange gebraucht hast. Du hast so lange gebraucht. Ich? Ich? Alter, Pissenelke. Okay. Meinert wurde gerade Zoll reingelassen. Wer? Meinert? Meinert. Okay. 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 Es gibt ein Lied, das ist cringig. Aber ich liebe es. Ich mag es. Ich finde, das kann man für alle Menschen, die einem was bedeuten, nutzen. Das hören wir jetzt einfach mal an. Okay? Manchmal fühle ich mich hier falsch, wie ein Segelschiff im All. Aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir jetzt schnell vorbei. Wieder ganz traurig, dass dieses Lied im LP nie von Raya verwendet werden kann. Ich brauche gar nichts sagen, ein Blick reicht und wird uns der Alltag hier zu grau. Pack ich dich ein, wir sind dann mal raus. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Ganz ordentlich entschieden wird, kann ich von mir das ja auf 10 Stunden sagen. Ich habe jetzt ja das so halb mitbekommen. Stimmt. Ich bin selber für mich zwiegespalten. Also nur aus Sicht natürlich von Herrn Walker. Vielleicht, vielleicht habe ich das Eis wirklich schon gegessen unterbewusst. Ich weiß es gar nicht. Aber ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Was glaubt ihr, wie Rahe zur Zeit zu Brooks steht? Jetzt gehe ich mal weiter spazieren hier, hoffen, was so ist. Alles klar. Habt ihr übrigens gerade vorhin auch die Schüsse gehört, oder war das? Nö. Okay, gut. Was glaubt ihr? Dann bis später. Ich hoffe negativ, schwierig, ne? Der letzte Stand war, ich versuche für dich da zu sein. Dann war da das Telefonat mit Chloe. Dann war das Awkward-Gespräch wegen FIB und Hunter. Äh, Howard. Mit Abstand, unter Abstand tut ihr gut. Er kann, glaube ich, nie ein Freund für sie werden. Nur ein Bekannter. Raya vermisst Brooks, jedoch wird sie es sich unter anderem nie eingestehen. Verliebt? Hm. Raya hat mittlerweile so viel um die Ohren, dass sie keine Zeit mehr über Brooks hat nachzudenken. Schätze ich mal. Raya hat wahrgenommen, also er hat ja gesagt, ne? Ich versuche für dich da zu sein als, ne? Freunde. Das Angebot der Freundschaft, das war von ihm da. Und sie hat gesagt, ihm soll Zeit gegeben werden. Also ihr soll Zeit gegeben werden. Ähm. Vielleicht tut er das. Und das macht er scheinbar richtig. Und er hat vor, sie hat vor Brooks und der ganzen Mannschaft das mit Holloway erzählt. Ihr wurde in ihr Bein geschossen. Ähm. Und sie hat von Brooks bisher nichts gehört. Und sie weiß, dass ihr davon Bescheid weiß. Hm. Ne? Ja. Malin Maler, genau. Äh. Das Hautgespräch, Entschuldigung, das wusste ihr gar nicht. Das Hautgespräch wurde auf morgen verschoben. Haut hat es abgesagt. I'm praying after. Ne, es ging ja eindeutig die ganze Zeit um green, green, green in den Einsatz. Ne? Vielleicht kommt er heute Abend wieder schwer verspätet mit heißen Schokoladen. Oh, by the way, ja. Oh, by the way, ja, morgen ist der Streamfeiertag. Ich denke auch, dass wir das so durchziehen werden, so. Er hat sie am Ende immer noch angeboten, ne, Vidya. Auch als sie Stark erwähnt hat. War er immer noch so, ich kann noch da sein. Ne? Er hat ja gesagt, sie hat in Stark jemanden gefunden. Wir wissen es nicht. Wer weiß, was er für einen Druck bekommt von Chloe. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. oh oh Oh, hoch, hoch. Ähm, äh, äh, hoch. Das, das, die SMS ist von gestern, neun Uhr. Hoch, hoch. Oh, ich glaube, in dem ganzen Chaos ist das untergegangen. Es war ja gestern alleine, dass schon niemand zu den Kollegen gebracht hat, erst als die Frau gebeten hat, sich schnell wegzuhören gekümmert. Aber dann war es auch, denke ich, dass es eher zwischen fünf und zehn fünf Minuten gibt. Ach Gott, die ist Brooks. RP-Strang activated. Hoch. Hoch. Ach so, der Brooks-Clip, okay, okay. Okay, wartet. 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 Ja, ja, den von Manning, genau. Warte, ich muss den Sound finden. Wo ist der Sound? Äh. Oh mein Gott, ist das Brooks oder was? Oh Gott, oh Gott, ist das Brooks? Oh Gott, die. In der SMS steht, hey, geht es dir gut? Du humpelst schon wieder. Ich muss den Sound nehmen. und ich habe geantwortet oh hey eben erst gelesen hat eine lange nacht ja aber ich glaube du weißt mittlerweile wieso ja mali mali er hat es geschrieben bevor er etwas wusste oh ha oh ha auf der taste n äh nation ich werde das knallhart bis auf dienstag verschieben äh vom pd glaube ich oder vom fb gebäude stimmt vor allem fb gebäude hey ich dachte aber dieser funksound wird nur dann aktiviert wenn man auch im funk drin ist sind wir doch gar nicht oh black swan äh 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 Awww. Sushiko. Chat, nicht weich werden. Nicht weich werden. Huch. Das ist so richtig so. Ich kann dazu nichts sagen. Ich haue Raya jetzt erst seit kurzem. Maurice, Brooks ist ein Charakter auf dem Server, da war so ein bisschen was zwischen ihm und Raya. Und dann hat er bei Raya gestanden, dass da noch eine andere Frau im Bild ist. Und dann war wieder so ein bisschen was in der Luft. Eventuell, aber letztendlich hat er sich für sein Herz entschieden. Er hat sich für die andere Frau entschieden. Oder, um es in Flashbacks zu sagen. Irgendwie. Fuck. Jordan, was ist los? Irgendwie, weiß ich nicht, ich habe gerade vorher gemerkt, dass mein Herz für Chloe schlägt. Mein Herz für Chloe schlägt. Ja, mein Herz schlägt für Chloe. Ey, Alex hat doch so die Daumen gerückt. Jetzt muss ich nicht mehr so nett ist wieder zur Reihe. Ja, frei. Ich habe die vier falsche Pyramide gefahren. Weißt du, ich muss das jetzt halt, das musste ich jetzt einfach Maurice erzählen. Maurice, die beiden, die hatten ganz viel Spaß miteinander. Die haben, naja, sie hat sich verletzt bei den Projects in einer Gasse. Und dann kam er und hat gefragt. Alles in Ordnung, weil er so ein dunkler Typ ist mit silbernen Haar, hat sie in einer Streifenfahrt mit Manning von einem sogenannten Schokoriegel mit weißer Schokolade geschwärmt. Und sie dachte die ganze Zeit, dass Manning das nicht versteht. Und dann hat Manning fast sie geoutet. Ich brauche das aber eigentlich nicht. Frau Green singt in meinem Auto. Bitte was? Ja klar, hast du auch gerade auch gemacht. Klar nicht. Klar, wo du dich auf deinen Schokoriegel so gefreut hast. Quatsch, ich habe überhaupt nicht wirklich über den Schokoriegel gefreut. Klar, in deinem Spind, dein Schokoriegel mit den weißen Streuseln oben drauf, meinst du? Ja, das hat er dann vor Brooks gesagt. Mhm. Ja, Alex, ja. Ähm, meine, mein lieber Maurice, ich empfehle dir, hab sofern, dass ich jetzt noch richtig den Kopf habe angefangen, richtig Raya zu gucken, als ich damals Motorrad umgetankt und dann, äh, ja. Äh, Maurice zockt, ich empfehle dir, die Highlights, ich habe sogenannte Twitch-Highlights hochgeladen, äh, die nennen sich, Brooks ist verheiratet, Brooks ist B, und, äh, eine beschissene Nacht, äh, für Raya, Rayas Scheißnacht. Ich, ohne Witz, ohne Witz, ohne Witz. Das ist wirklich, es sind wunderschön, es sind, es sind richtige schöne EP-Momente. Ähm, schau dir das mal an, das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen Herz, so was zwischen Raya und Brooks war so, und, ähm, ja, haut dir das mal rein. Vor allem die Scheißnacht. Ähm, weil, naja, Brooks hat sie halt eben bei einer Sache erwischt und, und, und dann, und dann hat sie so gehofft, dass er so ein bisschen dicht hält, so, weißt du, so. Raya. Ja. Hey, weißt du noch, wo du mir gesagt hast, dass du illegal irgendwie irgendwas fährst, hä? Hä? Und ich dich gedeckt habe, und jetzt musst du, ne, ha, du heißt Clyde und ich heiße Pony, und wir haben manchmal so ein paar Abenteuer, hey! Ja. Ja. Sehr schön. Brooks Batty. Ho-ho-ho-ho-ho-ho. Malin, man hat das eigentlich so. Es freut mich sehr, das war mir auch bei dem heuligen, also wir haben, ähm, äh, zum Beispiel, ähm, äh, ich denke, ähm, das Ding war so, ich hätte heute eigentlich auch nur den Teil mit der Ehe spielen können. Aber ich wollte noch mal so eine schöne Zusammenfassung. Ich glaube nämlich, dass definitiv die Stammzuschauer die Raya-Story schon fast von Tag 1 kennen, sofort geklickt hätten und wussten so, der Ex-Mann ist so? Ja. Aber ich wollte noch mal so eine schöne Zusammenfassung aus der ganzen Sache machen, um auch halt eben Zuschauer, die nicht die Story kennen, mitzunehmen. Ja, das war mir halt sehr wichtig. So. Robert hat zu mir so als Kritik gegeben, fand ich legitim, fand ich auch richtig gut. Er hat gemeint, ich mag es, wenn der Zuschauer selbst auf den Trichter kommt. Das stimmt. Aber ey, Games, lang nicht mehr gesehen. Oh, Leute, ey, die Clip-Maschine des Jahrtausends. Holy shit. Games, alles gut? Bruder, ich hab dich seit, was, seit wann warst du nicht mehr hier so großartig? 2018? Was ist denn los? Welcome back. Willkommen bei der anderen verrückten RP-Story von Raya Green. Hi. Warum krieg ich jetzt Ärger? Hautgefägen ist Brooks. Hatte den richtigen Instinkt, ja. Das ist doch Khan. Ja, genau, ja, ja, ja. Ähm, ja. Wie gesagt, äh, ich wollte damit eigentlich die Zuschauer nochmal mitnehmen. So wirklich dieses so, das sind so wichtige Sachen passiert, so die Enttäuschung, die Hoffnung und Enttäuschung in Brooks, die Hoffnung und Enttäuschung in Holloway, äh, die Konfrontation mit, äh, mit krassen Leuten zum Thema Hure und so und dann habt ihr gesehen, jetzt versteht man, warum sowas wie Hure oder Schlampe sie nicht mehr triggert. Sie hat sich so eine Mauer aufgebaut, weil sie das damals von den Menschen, die sie einst geliebt hatte, dem sie einmal gesagt hat, dass sie ihn zum Mann haben will und verheiratet war mit dem, wurde sie so verletzt. Deswegen so, prallt an ihr ab, ey. Ja, mir geht's ganz gut. Ich, äh, fühl mich grad pudel, 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 pudel wohl auf Designated mit der Raya Green. Äh, ich lerne mich grad komplett neu kennen, nicht komplett neu, aber schon weiter kennen in meinen RP-Skills. I love it. Äh, es macht mich auch ein bisschen wahnsinnig, aber ich liebe es, ja. Soffen und kleine Kinder und den Typen, wo es vorhin gesehen, versinkt, oha. Hi, bin back. Warum bist du noch mal in der Justiz, äh, wegen einem, äh, wegen dem Angeklagten, wegen einem Gerichtstermin? Du bist doch etwas unverhältnismäßig und übertrieben, was wir müssen und deine Verhältnismäßigkeit verhalten. Heißt du Schoki über den Schütteln? Ja, können wir machen, ne? Sind wir jetzt endlich dran? Vielleicht kommt jetzt der nächste Zeugel. Können wir noch einen Donut. Herr Manning? Ah. Kommen Sie bitte mit rein. Ja, machen wir. Geld. Viel Erfolg. John? Sunny. Sunny, immer eine gute Suppe. Was? Genau, die Ärmel sind ihm beim Händen. Ja, ja. Zwei Stunden Einzeige, keine gute Bilanz. Ach, Leute, ich, ich weiß nicht. Justiz-HP dauert immer so ein bisschen lange. Ich finde es nicht schlimm. Wir können doch hier miteinander quatschen. Wir haben doch gerade zusammen Spaß, oder? Haben wir nicht gerade zusammen ein bisschen Spaß? Wollt ihr keinen Spaß mit mir haben? Was ist denn los mit euch, Chad? So, die lebt tausend Lego-Steine. Was ist denn los mit euch, Chad? Ah. Ah, okay, gut. Okay, gut. Dankeschön, Black Swan. Gerne. Also, ich habe es gerne gemacht. Ich habe es gerne gemacht. Ist nur wenig Musik her. Muss wieder aufs Klo, ne? Äh, ja. Ich, äh. Was denn? Bin mal kurz für. Ja, ja. Käpt'n. Ja, ja. Ja, ja. Ich beantrage hiermit für Team Brooks. Wenn unsere Richtungsweise, wer immer nach Team Brooks ist, kann nicht, ist nicht ganz bei Sinnen. Oha. Antrag abgelehnt. So. Bis gleich. Das ist eine kleine Schritt für Mann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie ist auch befangen Helle Seele Sechseinhalb Stunden später und wir stehen wahrscheinlich immer noch hier Ach Leute, ich bin so happy, dass euch diese Flashback gefallen hat Hey Pandabea! Timbo, ähm, Commands gibt's hier kaum welche Äh, tschuldigung! Seit wann du mir folgst? Ähm, folgt seit dem 27. Februar 2018 Konto am 27. Februar 2018 erstellt Okay? Also du folgst mir, seit du dein Konto erstellt hast Aha! Timbo! I'm watching you! Du warst die erste Da hast du damals der Frau Hahn gefolgt Nice Also ich war ein Grund, warum du ein Twitch-Account eingelegt hast Ja, nice Er hat die 3-1 im, oh, du hast recht, Ginger It's meant to be, Timbo Du bist die 31 Okay, die 310, wir ignorieren mal die 0 Ich bin die 31 Wir sind praktisch Homies Seelenverwandte, Timbo Seelenverwandte Es war prädestiniert Damals, als du die 310 in deinem Nicknamen eingefügt hast Und mir dann gefollowt hast Am ersten Tag Und zwei Jahre Und drei Monate später Die Nom Noms müsste ist hier James ist schlafen Scheiße, ich hab James schlafen gebracht Es gibt ja jetzt Kanalpunkte, ne? Aber die Nom Noms, ja, ich weiß nicht Die Nom Noms sind eigentlich noch da Du warst auch die, die einen zum GTA-Pick Och Gott, ich fühl mich so geehrt, ey Aber ich hab eigentlich gar nichts gemacht, Leute Ich mach mich mit einem Mikrofon Vor einer Kamera In einem virtuellen Spiel zum Affen Und es inspiriert ein paar Menschen Freut mich Ey, Ramla, vielen Dank für die 31 Bits Das müssen wir natürlich abspielen Ich hab noch nicht die Bits komplett umziehen Das müsste eine einzig Bist du die einzigste 31er im Dienst Oder ist die 100% Cop Die ist 100% Cop Aber ironisch erwartet, trägt sie die 31 Oder etwa Ne, wir wissen nicht, warum sie die 31 trägt Hallo Ricky, wie geht's dir? Alles klar Okay Ginger, ich liefere dir noch Content Für die Arbeit morgen, okay? Viel Spaß, Xulon Ich weiß noch, dass ich sie gesehen hab Und da noch 6 Stunden hingeblieben bin Mir geht's auch so, aber danke schön Ach toll Okay, irgendwie Steepot Also mein James-Bot Gerade irgendwie defekt Danke für 31 Bits Ralf Ramla Wir wissen es nicht, ne? Rosenschein Ich weiß ehrlich gesagt selbst noch nicht Muss ich mal gucken Vielleicht hole ich mir das noch zur Story Vielleicht auch nicht Abend, Kevin Wie vom FIB sind weg, oder? Ne, die sind noch drinnen Achso Wie lange hast du noch Training gestern gemacht? Forttraining? Ja Ne, das mit den Rekruten da Das haben wir relativ lange gemacht Gott, bin ich froh Ich bin noch 2 Stunden Ach Das mit den Rekruten da 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 Mir geht's gut, Kevin Es gibt 931 Bits und die ist 100% Kopp Naja, mein Schar hat sich gestern, äh Vorgestern eine Kugel eingefangen Weil sie 100% Kopp ist Oder? Das mit den Rekruten da? Das mit den Rekruten da? Das mit den Rekruten da? Hätte ich so Stream-PC und Game-PC Hätte ich jetzt LOL gespielt mit euch Ich freue mich extrem, weil übermorgen Möbel kommen Ich hätte mich noch mehr gefreut, wenn ein Esstisch gar in die Tür kommt Aber das dauert, glaube ich, echt noch Das stimmt, Alex Ja, hätte man machen können Ich habe immer eine Runde schlafen, Shit Ach Es fehlen noch einige Über 15 Interviews. Oh. Mann, Maxwell, sei doch leise. Ich versuche zu schlafen. Mach dein Mikro aus. Ey, nur 5 Minuten, Chat. Nur 5 Minuten. Mots, seid ihr im Chat? Bitte. Oder redet ihr im Chat, sonst sind wir gebannt. Mots? Okay, Sunny hat die volle Verantwortung mit hier Coffee. Coffee und Sunny. Peace out. Zeigt mal eure Gastfreundschaft. Okay? Okay. Verteilt mal heiße Schokolade an alle. Sunny, du verteilst Limonade. Coffee soll die heiße Schokolade. Ich sehe schon morgen die Schlagzeilen. Streamerin schläft, während des APs, beim Paycheck-Farm, absolutes Fail-RP, bla 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 bla. Fuck that shit. Ja, wir warten. Hallo, Sandy. Ich brauche nur 2 Minuten. Partner. Ja, Frau Green, ich würde mal sagen, leicht verdienstes Geld heute. Ja. Ja. Ich hätte Vorkrucks mitnehmen können und Akten schreiben können. Ja, ich hätte ein paar Leute hier rufen können, aber hier... Entschuldigung, Herr Pöpper. Ich habe jedes Wort verstanden. Ich hätte ein paar Leute hier bestellen können für die Interviews. Hey! Wir haben doch ihr Interview nicht gegeben. Ja, wollen wir das machen? Alles klar, gut. So. Okay, warten Sie mal. Wir sind so durch. Aber egal, wir machen das jetzt einfach. Wir machen das jetzt. Moment, lass es euch mal gerade mal gucken. Da habt ihr eh noch 10 Jahre da drin. Ja, so wie Manning immer gerne ausschweift. So, Moment. So, die 85, die da, die 13. Okay. Pidi, 27. Seit wann sind Sie Kopf, Herr Pöpper? Muss ich das genaue Datum nennen? Pi mal Daumen. Seit knapp zwei Monaten und einer Woche ungefähr. Also so Anfang März, ja? Ja, ungefähr. Okay, und Sie haben den Rang des Chiefs. Das ist richtig. Sie haben alle Schulungen gemacht? Ja, ne? Ich habe jede Schulung einzeln gemacht, ja. Okay. Welche Schulungen haben Ihnen besonders gefallen? Ähm, in der Frage bin ich tatsächlich befangen, weil ich die Ausbildung teilweise mit entworfen habe, aber tatsächlich war das Fahrsicherheitstraining mit Abstand das wohl spektakulärste an der ganzen Ausbildung. Ja, Moment. So. Ähm. Frau Green? Ja? Frau Green? Ach, nein. Kommen Sie bitte einmal mit in den Gerichtsaal. Oh, okay. Ja, bis dann. So, Frau Green, Sie dürfen gerne einmal zu meiner rechten Platz nehmen. Bitte, bitte Sie, bevor Sie Platz nehmen, mir einmal Ihren Personalausweis zu zeigen. Mhm. Bitteschön. Gaya Green, 14.06.86, vielen Dank, Ihr Personalausweis zurück. Frau Green, ähm, Sie sind mit dem Beklagten weder Verwandt noch verschwägert? Ja, weder Verwandt noch verschwägert. Dann muss ich Sie darauf hinweisen, wenn Sie hier Angaben zur Sache machen, dass Sie sich nicht selber belasten müssen und dass Sie verpflichtet sind, die Wahrheit zu sagen, dass Sie sich sonst strafbar machen. Haben Sie das soweit verstanden? Ja. Gut. Dann, Herr Staatsanwalt, Sie dürfen. Jawohl. Guten Abend, Frau Green, grüße Sie. Guten Abend. Wir haben vorhin vom Herrn Menning erfahren, dass Sie mit dem Herrn Volker eine Unterredung auf dem Raucherbalkon im NSBD hatten. Das ist so richtig. Und da hat er Ihnen ja ein bisschen was erzählt. Könnten Sie ganz kurz schildern, was Inhalt des Gesprächs war? Ja, Herr Volker kam auf uns zu, besorgt, dass er uns hier was anvertrauen möchte und er hat uns darüber erzählt, wie er in der Vergangenheit bei einer Streifenfahrt im Norden am Handfeld überfallen wurde mit seinem Streifenpartner PD01, Herrn Seifert, von dem Platz und erpresst wurde. Und das lief schon über einen längeren Zeitraum und im Laufe des Gesprächs hat er erzählt, dass er leider zu Dinge gezwungen wurde, die, wenn er die nicht getan hätte, eine Konsequenz hatte, dass Herr Meinerts Leben gefördert wird. Mhm. Hat er das konkretisiert? Hat er genaue Details genannt, was man von ihm verlangt hat? Ja, also er hatte erzählt, dass berichtet werden sollte, also er hat, genau, er hat immer die Streife im Norden wählen müssen, damit dort die Platze in Ruhe ihre Geschäfte machen können, wie zum Beispiel den Waffenhandel oder Drogenhandel, dass er sie dabei decken sollte. Er hat auch bei einem Großeinsatz bei einer Razzia in der Bloodhood scheinbar dafür gesorgt, dass die von denen geräumt wird, von dem Platz. Ich erinnere mich noch bei dem Einsatz, Herr Blake war die Einsatzleitung, dass wir bei der Razzia in eine leere Hood reingefahren sind. Er wurde zusätzlich aber auch bedroht, dass sowohl Herrn Mannings als auch meine Leben in Gefahr ist und diese Menschen wissen wollten, wann wir uns im Dienst befinden und dass sie das aber auch so oder so rauskriegen, weil scheinbar eine weitere Person, ein weiterer Mitarbeiter des PDs denen Informationen geben kann, wann wer sich wo befindet. Ja, also er hat ihnen gegenüber bestätigt, dass er also die Bloods definitiv vorgewarnt hat über die Razzia. Ja, ich erinnere mich noch an jeden Abend, dass wir bei der Einsatzleitung, der Herr Blake meinte, es gab diesen Zwischenvorfall. Ich erinnere mich noch genau, weil es mir unangenehm war, dass wir vor dem FIB wieder etwas chaotisch gewirkt haben. Da meinte Herr Walker, dass er dachte, die Einsatzleitung kümmert sich um die Information, dass sich Personen in der JVA befinden und dass eventuell hier niemand vorzufinden ist. Und im Nachhinein auf dem Balkon hat er uns praktisch, hat er praktisch zugegeben, dass er dafür gesorgt hat, dass diese Hood leer geräumt ist. Von Ihrer Einschätzung her, von der Kenntnisnahme oder von dem Zeitpunkt dann, wo Sie die Kenntnisnahme erlangen, dass es eine Razzia gibt, bis zur Durchführung und Ankunft in der jeweiligen Hood, reicht diese Zeit aus, um eine Hood zu räumen? Äh, ja, ja. Das kann relativ schnell sein, also, dass die Personen sich da zurückziehen. Wie sie sind, ja, ja, doch. Sind Sie mit dem Herrn Volker in diesem Zeitraum, in diesem genannten, auch Streife gefahren? Nicht mit ihm zusammen, nein. Okay. Sie sagten ja, er hat sie gewarnt und auch den Herrn Menning, dass es eine Bedrohungslage gibt gegen sie, gegebenenfalls. Hat sich das im Nachhinein dann auch so bestätigt? Meine Wenigkeit ist wohl sehr beliebt bei den Kriminellen. Die Bedrohungslage ist da, also es gab einen Vorfall, aber ich habe ehrlich gesagt von Herrn Volker nicht berichtet bekommen, ob das er war, er weiß scheinbar davon nichts. Mir wurde einmal in der Stadt, beziehungsweise vom FAB-Gebäude mal gedroht. Äh, davon war es Agent 6ix9 vom FAB. Ähm, und Herr Menning, äh, ja, er wurde auch von dem damaligen Platz als Rassist bezeichnet. Da gab es einen Vorfall, wir haben eine allgemeine Personenkontrolle gemacht mit einem Rekruten, der sollte das mal üben und es ist ausgeatmet seitens Platz. Und die waren sehr aggressiv auf Herrn Menning und auf mich anzusprechen. Also ja, die Blatts haben schon definitiv ein Auge auf PD55 als auch meine Wenigkeit geworfen. Und, äh, ja. Haben Sie mitbekommen, dass der Herr Volker sich mehrfach über die Leitstelle informiert hat, wo sich gewisse Officer befinden? Hm, negativ habe ich so persönlich nie mitbekommen. Und dann habe ich keine weiteren Fragen. Okay. Herr Becker. Schönen guten Abend, Frau Queen. Guten Abend. Frau Queen, die erste Frage, die ich Ihnen stelle, die haben Sie ja schon beantwortet bei Herrn eben kurz angehtwiesert. Also gab es eine aktive Bedrohungslage von den Gangs beziehungsweise von dem Platz gegen ihn, so wie Herrn Menning? Das ist so positiv, ja. Die zweite Frage, die ich Ihnen stelle, hat Herr, wie hat Herr Volker Ihnen gegenüber gewirkt, wo er ausgepackt hat über die ganze Situation? Äh, er war sehr besorgt. Es war ihm sehr wichtig, dass dieses Gespräch zwischen uns dreien stattfindet. Er war auch, ähm, man hat auch gemerkt, dass er bemüht war, uns zu schützen. Er hat nämlich, ich erinnere mich an jenem Abend, äh, da war der, habe ich Herrn Menning privat, äh, angetroffen und er, ähm, redete von einem anonymen Anruf, den er halten hat, indem er gewarnt wurde. Und, äh, da waren, äh, Frau Blake, Agent 69, ähm, Herr Menning und ich da und wir, ähm, ganz, ganz kurz, Michael. Und wir sprachen darüber, dass dieser Anruf, dieser Anonyme wohl von jemand aus dem PD, ähm, gewesen sein muss. Die Art und Weise, wie Herr Menning gewarnt wurde, ähm, dass Ihnen jemand was antun will und er muss doch bitte aufpassen. Frau Green, zwischen welchem Zeitraum, äh, welchen Zeitraum hat man, wenn eine Razzia ansteht oder welchen Zeitraum hätte man, äh, um die gewarnte Partei zu, also, wo die Razzia stattfinden soll, vorzuwarnen? Äh, äh, wie viel Zeit würde da ungefähr bleiben von dem Einsatzort, der damals war und den Treffpunkt von dort, wo es bekannt wurde, um welche Gang es sich handelt, welche die Razzia kriegt? Äh, das, die, ähm, der Treffpunkt, in dem die Razzien immer geplant werden bis hin zu der damaligen Bloodhut war, nicht so weit entfernt. Wäre es möglich gewesen, in dieser kurzen Zeit, wenn, äh, wenn es ja auch immer Polizisten gibt, die schon vorspähen, wäre es da möglich gewesen, den Herrn Walker in der kurzen Zeit die Bloodhut zu räumen zu lassen, indem er Infos weitergibt? Ähm, ja, weil, ich meine, wir hatten an dem Abend keine Streife, die da vorgespäht hat und... Aber ist es richtig, dass sie, bevor sie, äh, also während sie diesen Einsatz haben, die Razzia haben, dass sie die Telefone ausmachen müssen? Das ist, das wird in der Runde dann gesagt, genau, ja. Das stimmt. Aber, äh, genau kontrolliert, dass da jedes Handy mal, ähm, zum Beispiel abgegeben oder ähnliches wird nicht. Das heißt, bitte einmal den Flugmodus anstellen. Wie, ähm, mit wen ist Herr Walker, wo die Razzia war, mit wen ist er zusammen die Razzia gefahren? Das weiß ich leider nicht mehr. Frau Queen, Sie, äh, Sie sind jetzt schon länger im BD. Ich glaube, Sie haben schon genug Erfahrung gesammelt im BD. Finden Sie es üblich, dass zwei niedrigrangige Officer zusammen auf Streife gehen und ob dieser Fall allgemein hätte verhindert werden können? Mit Herrn Walker. Dass sie beim Hanffeld überfallen werden? Ja. Ähm, Rekruten sind, äh, also Rang-Einser-Rekruten dürfen nicht alleine losfahren. Ab Rack 2 ist dies möglich. Also, das ist, äh, üblich, aber, ähm, die Anzahl der Personen am Hanffeld und so, da, da weiß ich leider nichts mehr. Nur werden aber auch Rekruten immer darauf getrimmt, ähm, bei gewissen Gefahrenzonen, in denen man sich mehr als eine Person handelt, äh, nicht einzugreifen. Frau Queen, wer, wer bildet die Streifen MPD? Äh, Mr. Ben Black. Mittlerweile jetzt weitere Mitarbeiter, aber zur damaligen Zeit war das unter anderem Hemd. Das hat, also, die Frage ist, äh, ist bestimmt verkehrt, Sie wissen, wer ist dafür zuständig, welche Streife gerade eingeteilt wird? Achso, die Leitstelle, ja. Hand. Gut, das war dann, das war dann eigentlich alles, was ich Sie stellen wollte, dann Fragen. Okay. Frau Green. Mhm. Gut. Frau Green, auch für Sie gilt, wenn Sie der Erfahrung weiter beiwohnen möchten, setzen Sie sich gerne neben Ihren Kollegen, ansonsten dürfen Sie natürlich auch gerne Ihren Dienst weiterführen. Alles klar. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich sage nicht, entlassen, dann... Frau Zuckerwatte, äh, Frau Zuckerwatte, könnten wir bitte noch mal eine Trinkpause machen, kurzzeitig. Ähm, guck kurz auf die Uhr, ja, fünf Minuten, 40 nach, geht's weiter. Hey. Ja, hi. Trinkpause, oder was? Trinkpause, ja. Ja, gut, da kann ich mir was holen. Darfst du noch raus, wenn du jetzt schon Zeuge warst und, äh, Giuliano draußen ist? Ich glaube nicht, oder? Äh, hast du was zu trinken? Äh, ja. Ja, ne? Bitteschön. Oh, dankeschön. Puh. Oh, und was hast du für ein Gefühl? Ah, kritisch. Das sind wohl diese Punkte, für die er belangt werden kann, ne? Mit der Razzia, das ist wohl... Also, ich hab so das Gefühl, dass der Anwalt von Herrn Walker den Green macht. Wie meinst du das? Er stellt nicht die richtigen Fragen. Ultima, hey. Willst du mich grad verarschen? Hast du... Ja, hast du das nicht das Gefühl gehabt? Ja, du hast recht. Ja. Das hat er nicht grad gesagt. Also, dass er auch irgendwie nicht, ähm... Ich hab ja, ich hab ja selbst so auf diesen besorgten Anruf von ihm, ne? Den anonym an dich in der Hinsicht hingeleitet. Ja, ja. Aber der ging da gar nicht drauf ein. Das war so komplett Schablone, so. Ja, den hab ich bei mir auch so schon erzählt. Ja. Ich wollt ja fair sein, halt, ne? Ja, ich auch, ne? Also, ich meine, ich kann ja nicht lügen, so. Also, ich mein, der SWAT-Einsatzort ist halt eben in der Nähe von der Bloodhut gewesen. Ja, ja. Und all die Dinge. Ja, es dreht sich auch irgendwie gerade fast nur noch um diesen Einsatz, ne? Also, gar nicht mehr, was er so, also, ohne, ohne, ohne dem Ganzen getan hat halt. Hm. 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 Ich schreibe gerade die SMS. Ich habe im Beisein von Pepper Junior den Anruf an Mr. Steele getätet. Er will wohl, er will wohl ein respektvolles Verhalten von mir und könnte dann, könnte wohl wohl irgendwann Informationen geben, irgendwann Informationen geben, wer, äh, mein Baseball-Pfleger war, wer wohl mein Angreifer war. So. Dankeschön, Herr Stati, das freut mich. So. Müssen wir ja mal ein paar Sachen voranbringen, Chatter. Und wir sehen uns auf das Rest. Ja. Enfin, has eran. Uh. Untertitelung. BR 2018 Ähm, Hastati, du hast eigentlich nichts verpasst, bis auf diesen Fragespruch von Manning. Keine Ahnung. Äh, weil es auch eine, äh, weil es eine interne Geschichte ist, ne? Diese interne Ermittlungssache wegen Korruption. Ich glaub, dann wird es halt immer auch, äh, Dings sehen. Mir geht's gut. Wie geht's dir, Marcel? Uh. Uh, Sene geht wohl zu seinem Sohn. Ja. 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 Nee. Ja. 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 Songs? Keine Ahnung. Hi, Sion! Wir warten noch eben auf den Staatsanwalt, der wahrscheinlich noch auf der Toilette ist. Schön Geld im EP verdienen, das Chili Vanilli willi 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 war. Oh, das Lied, Leute, das ist halt einfach nur hmmm, hmmm, hmmm. Hmm. Also Justin Timberlake ist einfach anders lecker. Der hat sowas so, also nicht lecker, aber ihr versteht, der hat irgendwie so so nicer Typ, nicer Dude. Ja, lecker nicht, aber so, ihr wisst schon. Weißt du, das ist keine Ahnung. Okay. wir sehen uns, wir sehen uns, dass wir uns Wir sehen uns, wir sehen uns, die�나? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Matthias Sophie, ich bin in den letzten zwei Wochen auf dich aufmerksam geworden und du bist mir einfach mega sympathisch. Bitte bleib so wie du bist. PS Justin Timberlake regiert mein Musikleben. Riesenflusspunkte gerade. Morsia, vielen, vielen Dank für die schönen Worte. Ach, und mega EP. Natürlich. Man of the Woods. Wisst ihr, was ich liebe? Seine Live-Performance zu Say Something. Oh, das ist so, das ist so, ich liebe die Live-Say Something-Performance. Also diese Hallen-Performance. Das ist so nice. Oh, Leute. Ich glaube... Ich hasse es, wenn mein Schreibtisch-Lapp macht. Ich spinne dann manchmal. Ich bin ein Schreibtisch-Lapp. 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 Ah, schade. Nee, ihr spinnt manchmal. Egal. Ich glaube, es sieht schlecht aus für Walker. Bis dann, Lea! Wir würden noch kurz schauen, wo er ist. Also, die dürfen gehen. Es kommt der nächste. Everyone knows. There's melody and harmony Yo, Potte, was geht? Ich liebe den letzten Part. Der ist so geil. Oh, I can't help myself. 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 Oh, I can 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 help myself. Vielen Dank. 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 Tschüss. Tschüss. Ja gut. Okay. Ja. 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 dass ich es im Gericht verpasste oder so. Also, ja. Ich glaube, wir müssen mal ganz schnell da nach hinten, ne? Schuhen. Ben war der Meinung, mir die Tür wieder gegen Knie zu hauen. Aber es ist alles gut. Über die Besserung. Okay. Gute alte... Abend. Geiselnahme. Abend. Abend. Hallo. Abend. Ja? Für die? Gerade irgendwas gehört. Geiselnahme? Es ist Geiselnahmen-Sonntag. Geiselnahmen-Sonntag auf der Segnete-Tenten. Die anderen sind sicher. Gut, dann können sie gleich mal einmal erzählen. Ich glaube, wir sind noch ein Kleider. Da. Ich probiere, kehrs mit zwei. Wir bist gleich, ciao. Hör mal laut, dass wir sie alle verstehen. Sind alle da? Kann ich anfangen? Ja. Es kam gerade auf der Leitstelle ein Anruf von Herrn Kempel, dass die Hoover-Crips beim WS oben Paul Jackson als Geisel genommen haben. Die Fahrzeuge waren ein schwarzer Kuruma und ein schwarzer Sultan-Viertüre. Wie lang ist das her? Achso, noch mal für alle. Wie lang ist das her? Äh, circa sechs bis zehn Minuten. Schöne Information zu Ihrer Forderung. Das ist ja noch nicht. Hat nicht irgendjemand letztens einen Sultan verkaufen wollen? Ähm... Diesmal waren es die Hoover-Crips. Letzte Woche waren es bei mir die Hoover-Crips. Jetzt sind sie wieder hier die Hoover-Crips. Kurze Frage. Gab es schon irgendwelche Forderungen oder irgendwas? Nichts. Aktuell. Ist hier irgendein Rang hoher? Der Bock hat seinen Dienst auszuführen. 48. Da sollten vielleicht mal Maßnahmen eingeleitet werden. Äh, wo ist denn unser Chief? Äh, ein Chief steht hier. Ähm, Emilio, du hast weiter in die Leitstelle, ja? Äh, ne. Die 24 hat die Leitstelle. 24 hat das alles eingetragen, okay. Dann die Streife 1 und die Streife 2 einfach zum WS hoch. Äh, Geiselnahme. Kommst du her? Was für eine Geiselnahme? Ja, wir sind gerade am PD. Die Hoover-Crips haben einen Paul-Jackson gedingt, genommen. Ach, ich bin auf dem Weg. Ja, Green verteilt gerade, ich glaube, der hat gerade die Einsatzleitung übernommen. Ja, sag dann, ich bin auf dem Weg. Ich sag dir nicht, ich muss los, ich hab noch ein Einsatz. Äh, Raya, John sind einsatzbereit? Äh, positiv. Ich bin, ich bin auf dem Weg. Schief ist auf dem Weg. Sie sollen sich fertig machen, 1035, äh, Bescheid geben in der Besprechung. Und, äh, Wir sind alle da. Dann fahrt ihr mit äh, 3 und 4, äh, wo ist die Hoover-Crips, äh, Hood? Am, unten bei Masken. Am Masken-Lahn. Gut, dann kriegt ihr noch eine Streife dazu. 3 und 4 fahren die Hood an. Und 5. Abfahrt. Moment, 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 Moment. Was, ich bin jetzt am PD. Was ist denn jetzt noch hier, der nicht eingetragen ist? 21. 21. 21, ihr fahrt mit die Hood an. Weitere Dings kam nicht, ne? Weitere. Äh, die 44 und... Die Luca, welche Nummer haben sie? 95. Die 95. Ähm, ist leider noch hier? Ne, wir sind los, ne? Nein. Dann... Die 24 und die... Einen Moment, dann Ben, nimmst du dir noch, äh, die Luca? Ja, sonst hätte ich im Notfall alle mitgenommen. Ben ist doch mit mir schon eingetragen, Danny. Bitte? Ben ist mit mir schon eingetragen. Ah, tut gut. Dann Elena? Ja. Ich weiß nicht, ob der Chief jetzt... Chief ist in seiner Minute da. Ja, ich bin da. Das steht hinter dir. Reiselnahme vom WS, Hoover Crips, die haben Paul Jackson mitgenommen. 10.35, ja, nein? Ja. Hat es irgendwelche Forderungen schon? Negativ. Okay, ähm... Fahndungsführung würde ich dem FAB übergeben. Einsatzleitung würde ich tatsächlich als höchstwängiger dementsprechend übernehmen. Äh, Streifen bitte, zweier Streifen selbstständig einteilen. Was passiert? Ähm... Streifen 3, 4, 48, komm. Eine Person vom FAB hätte ich gerne, die telefonisch mit mir unter Kontakt bleibt. Die Hauptfahndungsperson soll bitte im Einsatzfunk nicht drin sein, damit sie ihre Ruhe hat. Und die Person, die mit bei der Fahndungsführung mit dabei ist vom FAB, mich dann bitte über Draht permanent über Neuigkeiten informieren lassen. Einsatzfunk ist... Das hätte ich auch so ein bisschen anders. 2, 9, 9, 5, 6. 2, 9, 9, 5, 6. Ah, nochmal Info an die Streifen, die nicht mehr im PD sind. Der Funk wird jetzt gleich in Büro 1 ausgeschrieben, in den wird ab sofort gewechselt. Ich wiederhole, Funk wird in Büro 1 reingeschrieben, ab sofort auf die... Funk, check. Hey Luca, haben Sie das mitgekriegt? Äh, Chief, schreibt hier mal bitte in Büro 1 den Funk gerade rein, den 9, damit die das mitkriegen. Haben Sie den Funk-Kanal mitbekommen? Äh, ja, Büro 1 wird das reingeschrieben. Funk, check. Check, check. Kriegt ihr die Schlüsse vom PD mit? Ja, Schlüsse? Hör ich gerade. Ja, prüfen. Hafa, gibt es doch Streifen? Wir sind gerade in einer Besprechung. Warum laufen hier alle eigenständig los? Was ist denn los bei uns? Ja, weil die Streifen schon raus sind. Ja, reicht auch, wenn zwei, drei Kollegen eben gucken und wenn da was Größeres ist, kann der Rest ja hinterher. So. Ähm, 97, du stehst noch hier, ne? Alles, Pidino. Ja. Ach, da ist er. Gut, 97 würde ich tatsächlich in den Overwatch katapultieren. Dann musst du Emilio noch irgendwo zupacken, weil ich den mit Dings drauf hatte. Ja, können wir doch mit Elvis zusammen machen. Einsatzleitung wird das ankommen. Einsatzleitung wird. Ja, wir haben am WL niemanden so angetroffen, komm. 10-4, weiter Prüfen, komm. Check machen, Abreichsfahndung, Strafeinsinnung. Streife 3 einmal zurück zum PD, die 26 mit der 21 auf die Streife, komm. Ja. Äh, Info für alle, der Gefangene wurde wohl freigelassen gerade. Nee, noch nicht, warum? Ja, der soll einen Dispatch schicken. Ja, hab ich schon. Ich hab grad absolut keine Zeit tatsächlich. Ruf ihn mal an, frag mal. Ähm. Da ist der Dispatch. Alles klar, bis wieder. Okay, Manning, fahren wieder an? Ja, können wir machen. Das sind ganze Rekruten. Also wir fahren zum Dispatch an. Anschau? Vorsichtig. Streife 4 einmal Lücke anfahren, Streife 5 unterstützend mitfahren, CAU bitte mit anfahren und, äh, Prüfung aufnehmen und gucken, ob der Gefangene, äh, beziehungsweise der Freigelassene, äh, vernehmungsfähig ist. Einfach Fertung hin. Hast du? Ja. Ja. Ja, ja, fahr los. Okay. Ähm. Oh, fuck. Moment. Moment. 44, 10, 20. 44, 10. Ach je, je, oben im Neuner noch, ne? Ja, ja. Da ist ein Palito. 10, 9, 44. 44, Hörrad. 10, 20, einmal aufsitzen, ob man Streife wagen kann. Ich hab wieder knirchen müssen, ne? Wann denn gerade? Wenn, ja, dieses, eben wieder dieses Koordinieren, wobei es relativ ging, ich weiß es nicht, sag du's mir. Ähm, ich fand's jetzt recht okay, tatsächlich, irgendwie. Ja, ja. Wir hatten am Anfang an von auf den Schie abachten müssen und an ihn rufen müssen. Ja. Das war unangenehm. Wobei, Frau Blake war doch da, oder nicht? Ja, ja. Sie war die Ranghöchste, ja. Ja, ja. Dann hat Danny die Einsatzleitung gemacht, dann hat, äh, Ding sie wieder genommen? Aber ja. Ich würd bei Pörper gern so ein Training machen bezüglich Einsatzleitung. Ähm, bei, bei dem Junior, ja? Nee. Senior? Ja. Ja. Es wär praktisch, wenn das, ähm, wenn das nicht nur du machst, sondern, äh... Einsatzleitung für Streife 1. Ein, äh... Neue Information. Einer von der Academy. Moment. Kurze Frage, wo befinden sich diese Fahrzeuge? 10, 20 ist unbekannt von den Fahrzeugen. Ja, hä? Warum haben die denn jetzt gesehen? Information an alle Streifen, die da anfahren. Bitte, bitte vorsichtig nach diesen Fahrzeugen schauen. Ah! Gott! Okay, passt du auch auf, ja? Was ist das? Ja, ja, klar, natürlich. Okay, das ist kein Corona, ja. Nein. Funkst du mal kurz durch, dass wir uns nähern? Ja. Streife 4, 500 Klicks, äh, 500 Meter entfernt noch. Vorsichtig, vorsichtig. Oh, das ist hier, oh, das gefällt mir gar nicht. Schau mal hier seitlich, links, rechts. Ne, wenn das ne Kackfalle ist. Naja, du... Befindet sich noch eine weitere Streife in unserer Nähe? Äh... Frage im Funk, ist noch eine Streife in der Nähe von Palito? Streife 6 ist gleich vor Ort. Äh, wie viele Klicks noch? Fünf Klicks, wir beeilen uns. Klatsch. Wir können ja mal gleich hier in die... Wir können ja hier rein, ansonsten rückwärts gehen. Wie viele Klicks? Fünf Klicks, haben die gesagt. Ne, der andere. Zehn, neun, bitte nochmal. Wie viele Klicks sind sie entfernt? Ein Klick, ein Klick. Der ist jetzt gleich da, ein Kilometer. Zehn, vier. Äh, da hast du jetzt nichts gesehen, ne, tatsächlich. Ne, 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 aber, ne, grad so gassenmäßig, weiß man nie. Ja, ja, klar. Ja, stimmt, hier wahrscheinlich müssen wir hier rein. Da läuft jemand. Da ist jemand. Mit dem Fahrzeug. Fuck. Ne, wir warten, bis die Kollegen kommen. Wo siehst du das denn? Da vorne, da läuft jemand rum, telefonierend. Da. Guck. Siehst du ihn? Ja. Ja. Okay, ja, das könnte ja der Herr Jackson sein. Fahr mal hin. 3, 4, 6, 10, 23 am Dispatch. Ach, das sind doch die Kollegen. Das ist Herr Jackson. Hey. Hallo. Zeigen Sie bitte Ihren Ausweis. Äh, klar. John. Ich mach Fenster runter. Ja, warten Sie, ich komm raus. Warten Sie, warten. Ja, what the fuck. Hey. Wie geht's dir? Bei der Nase tut weh. Um die Blute. Wird ich geschlagen? Ja, ins Gesicht. Na, wie viele Leute waren das? Sechs Leute ungefähr. Hier. Welche Kleidung? Einer hat eine orangenen Hose gehabt. Dankeschön. Und sonst? Dunkel. Danke. Also unten so ein Sultan, so ein Viertürer-Sultan. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich bin fern. Ja. Was ist los? Also, wir fahren jetzt geschlossen hier weg. Ja, ja. Zum PD. Ja, ja. Wir fahren. Ja, wir gehen hier nach links. Einsatzleitung mit einer Information an alle Einheiten. Gesucht werden ein schwarzer Kuruma und ein schwarzer Sultan RS in dem RS-3-Insassen, in dem Kuruma-2-Insassen. Personen, die orange gekleidet sind und eventuell die Zugehörigkeit der Hoover-Crypt haben, werden dementsprechend bitte einmal angehalten, personal eingeprüft, nummern steht da aufgeschrieben. Alles, was Sie an der Information dort zusammenkriegen, lassen Sie mir bitte über Private-Pager zukommen. Einsatzleitung Ende. Okay, guck du bitte immer nach hinten, ja? Falls hier von weiteren Autos verfolgt werden, okay? Ja, ja, klar, natürlich. Sollte aber im besten Fall die letzte Streife machen eigentlich. Ja. Mach du sicherheitshalber, ich will mich nicht auf andere verlassen. Nicht im jetzigen, derzeitigen chaotischen Zustand. Der Punkt soll gesagt aus, dass er von den Tätern im Norden in den ehemaligen Bunker gebracht wurde, unter den Bahnschienen durch und dann in dieses kleine Eppendorf oder Bunker früher war. Ehemaliger Bunker. Keine Ahnung. Soll ich 3-5-5 nochmal rumfallen? Negativ, nicht alleine, bitte. Würde ich nicht machen. Einsatzleitung für 97, komm. Was meinst du? Was meinst du jetzt? Die Streife, die letzte Streife an unserem Anhang. Wollt ihr jetzt da mal nachgucken? Ich finde nicht, dass die als einzige Streife da hinfahren sollten. Die Einsatzleitung für die 97, komm. Was ist denn jetzt los? Wer hat da hingefunkt? Die Einsatzleitung. Achso. Ja. Was ist denn jetzt mit Giano? Äh. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es hier wie am Schnürchen gerade läuft. Das hier ja. Ich fand's auch gut, dass wir da nicht direkt rein sind und. Ja gut, okay, ne. Ohne Lösegeldforderung ist natürlich das Ganze auch ein bisschen schwierig, ne. Ich mein. Weiß ich, weiß ich, weiß ich, warum die das gemacht haben, haben die dem irgendwie... Ich mein, okay, ist jetzt wahrscheinlich... Denk's hätte ich gegeben, oder was? Aber... Aber sollte ich mal überprüfen, in welchen Machenschaften er oder seine Frau verstrickt sind halt, ne. Ich mein, das ist die Watershow letztens auch reingepackt, oder nicht? Ja. Ja. Okay, die letzte Streife fehlt. Kannst du mal Danny anrufen? Ja, ich guck mal an. Ich hoffe, er fährt das nicht. Oder diesen... Er hat selber die Streife, die er angefahren wollte, ne. Ja. Warte mal, ich schau mal eben nach. Funkcheck? Ja, Green, bist du jetzt grad auf dem Weg zu diesem Bunker, oder was machst du? Nein, die sind hinter uns. Ach, ihr seid hinter uns. Was ist mit der anderen Streife? Beim WS rausgefallen, aber die fahren jetzt nicht alleine nach diesem Bunker da. Da ist grad jemand an uns vorbei, ne. Da war schon längst vorbei, ja. Okay. Ich verstehe, aber... Ich verstehe. Aber hat das jetzt einen Grund, warum die da jetzt abgefahren sind, oder? Ja, gut, okay. Ja, vielleicht... Krankenhaus, okay. Green, wir fahren in Krankenhaus. Ja, wir fahren in Krankenhaus. Es geht auch hier rüber, oder? Oh Gott. Ja, ich glaub schon, ja, ja. Ich hoffe es. Hey, genau richtig. Hey. Hab ich doch richtig gewusst. Okay, ähm, ja, wir sehen uns jetzt gleich. Ich leg mal auf. Einsatz ist beendet. Alle wieder zurück in den normalen Leitstellenfunk. Trotzdem nach wie vor die Fahrzeuge, die gesucht werden, vermehrt durchprüfen und mir nach wie vor alles zukommen lassen. Einsatzzeitung Ende. Bevor ich losfahre, brauchen Sie irgendwie Hilfe? Ja. Hey, kannst du mal bei den Nasen rücken? Was? 0-4 betritt von Kreisel. Buncho? Ja. Was ist passiert? Hä? Unfall. Check. Kassi, deine Schuhe ist auf. Okay. Das war ein Kürguss. Ähm, warte mal, ich frag mal, ich hab grad einen Dispatch bekommen mit einer Stichverletzung. Vielleicht kann Kassi sich kurz um dich kümmern. Ja, alles gut, verlor dich hin. Okay, perfekt. Alles easy. Achtung, John. Geh. Los Santos Medical Center, Tony Martinez mein Name. Ähm, worauf, worauf gezogen jetzt? Ähm, tatsächlich eigentlich schon. Ähm, ich hab aber schon mitbekommen, was da irgendwie passiert ist. Ja, ich hab's nicht, ja, ich hab's vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt, aber ich hab auf jeden Fall gesagt, dass wir noch abends was vorher hätten und dass man da, naja, sich Zeit nehmen für sollte, nach dem Dienst, das hatte ich gesagt und dann, naja, muss ich leider schnell auf mein Zimmer, weil mir ja ziemlich übel geworden ist, von so einer kleinen Fischvergiftung, die ich hatte. Ja, 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 ich so, ich muss ehrlich sagen, als ich das gehört habe, dachte ich mir auch so, ach du Scheiße, so, ne, weil, ähm, ich kann mir das gut vorstellen, so, ich hab mir das schon gedacht, so, und auch locker gesprochen hatten halt, auch mit dem, mit dem, mit dem Straßenkampf halt so gesehen, ne, da bin ich halt da vorhin, wo ich das mit der Ratze gehört hab, auch aus allen Wolken gefallen. Ja, wie gesagt, eigentlich will ich den Bifoss hin, das hab ich gestern in der Gio und hat auch gesagt, ich will den Bifosser Welt schaffen. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, ich hoffe, dass das jetzt nicht noch mehr Salz in irgendwelche Wunden gestreut hat oder so. Nee, 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 war das super. Oh, Steele. Ich mein, die Leute sind alle wie Ratten abgehauen, weil sie dachten, die werden jetzt alle hops genommen, aber da sind die wieder gekommen, deswegen war alles entspannt. Ja, ja, klar, ich mein, das ist mal gewohnt, wenn man Blaulicht hört oder so, ne, ich mein. Das ist so richtig. Ja, ja. Ja, ähm, dann, also das Gespräch oder das Treffen würde ich trotzdem unter sechs Augen führen wollen. Okay, ähm, wie passt es dir denn am besten? Wie lange seid ihr noch im Dienst, ist die Frage. Ähm, ich denke, dass wir, dass wir so, ne, so eine Dreiviertelstunde bin ich auf jeden Fall noch, äh, also ich kann auch, wenn es jetzt sein soll, oder gleich, unmittelbar gleich, dann kriegen wir das wahrscheinlich auch hin. Ja, das wäre mir tatsächlich lieb. Also wir haben jetzt hier noch einen kleinen Einsatz und danach, ähm, müssten wir es eigentlich über die Bühne kriegen. Alles klar, ja, ich muss, ich muss abwägen, das Problem ist, dass ich jetzt auch gleich pennen will, weil ich halt der bemüde bin. Wenn du sagst, es dauert jetzt fünf, zehn Minuten, dann kriegen wir das noch hin, wenn du sagst, okay, halbe Stunde vor, geht gar nichts, dann schieben wir das auf morgen. Ja, ich sag jetzt gleich mal Green Bescheid und dann, äh, gucken wir mal, wie wir jetzt hier vom Einsatz wegkommen. Alles klar, wunderbar. Okay, dann bis gleich. Bis gleich, peace. Ja. Warum will der sich jetzt nochmal treffen? Äh, ich weiß es nicht. Ich sag Piper Bescheid. Jetzt echt? John? Really? Lass den Mann doch erstmal reden. Ich meine, ihr habt das doch gestern irgendwie auch geklärt oder nicht. Warte mal, hast du nicht irgendwie mir und Green irgendwie, ich hab da nur so nebenbein, ne, ne Kugel im Bein gehabt. Wegen privaten Treffen. Ja, aber nicht von dem, Mann. Ach so, ah, das ist nicht diese, der Stil ist halt gar nicht böse. Ja, aber er ist halt ein OG, Mann. Und jetzt? Hä? Hä? Ja. Er ist ein OG, der nicht mal die Kontrolle über seine eigenen Leute haben, die berichten so, dass die Green vielleicht gar nicht so disrespectful ist. Ja, aber ich glaub, mit dem Mann kann man reden. Nein, John, ich ruf Piper an, ist mir egal. Welchen Piper? Senior. Ja, Mann, ey. Manchmal bist du wie so ein kleines Schulmädchen, was immer zum Lehrer rennt. John. Ja, was denn? Hör mal, ich hab grad alle Augen auf mich gerichtet wegen Holloway. Ich hab jetzt echt keinen Bock, bei meinem Glück von irgendjemandem erwischt zu werden. Und dann... Ja, klar, natürlich. Ich kann verstehen, dass du natürlich ein bisschen vorsichtig bist seit Holloway. Ja. Aber du kannst ja nicht jeden Bürger irgendwie so verurteilen, halt irgendwie auch, oder? Ich mein... John! Das klingt irgendwie schon so, als hättest du so Vorbehalte gegenüber Leuten, die sozial schwach sind. Ach so, ah, und was hast du für eine Story damals erzählt? Was hast du mir damals für eine Story erzählt? Wie du über solche Menschen denkst? Bist du grad Mr. Doppelmoral? Erinnere dich an deine eigene Vergangenheit, John. Ja, gut, und ich sichere uns ab. Ja, gut, okay. Aber wir, die machen da jetzt so einen großen Akt, dass die da jetzt irgendwo wieder stehen, Mann. Nein, ich hoff's nicht. Stell dir mal vor, wir gehen dorthin und die positionieren sich irgendwo und dann haben wir aber wirklich die Kacke am Dampfen. Ich weiß aber nicht, warum er sich jetzt nochmal treffen will. Ich dachte, das Telefon hat reicht. Wie oft will er sich denn mit uns treffen? Vielleicht hat er ja auch irgendetwas, was er nicht offiziell sagen möchte als OG, das kann ja sein. Oh, wieso geht der denn jetzt nicht ran? Ich meine, das ist ja auch so eine Art, bei denen so eine Art Respekt halt, du triffst dich halt mit denen auf Augenhöhe und nicht mit einer 100 Mannschaft voll bewaffnet. Ja, ich will das auch nicht, sonst sagen wir, ist jetzt, ist, ja. Mann. Denk dran, dass da hinten steht, falls es vorhin, wo wir hingefahren sind, gemerkt hat, da steht einer von den Liedern. Nicht, dass der das natürlich jetzt hier uns die ganze Zeit beobachtet oder so. Ja, Frau Stark? Hallo, Frau Green. Alles gut, hat sich gerade geklärt. Ich wollte fragen, wo die Hood von denen ist, aber wir haben sie gerade gefunden. Okay. Warte, Moment, Moment, Moment. Wie bei der Hood? Sind Sie gerade alleine mit einer Streife oder? Wir wollten, wir fahren durch die Gegend. Alles gut, wir fahren Streife. Okay, alles klar, gut. Bis dann. Okay, okay, bis dann. Hä? Sind Green und die fertig? Nee, die sitzen noch hier drin, ne? Ja, kann gut sein. Der Mann wird behandelt und danach gehen die, die hauen die noch ab, glaube ich. Ja, aber wieso ist das denn leid? Egal, vergiss es, okay. Hat keine Nerven. Moment. Geht der jetzt mal ran oder nicht? Ja, das ist ein Problem. Oh! Hättest du an dem Abend da sein müssen? Welchen Abend? Wo ein Ding mich auseinandergenommen hat? Ja, dem hätte ich was anderes gegeben. Leitstelle an alle einmal bitte das Leitstellenblatt beachten. Hä? Was? Was denn? Was ist denn mit dem Leitstellenblatt? Wieso, was ist denn da? Keine Ahnung, so wie die es ausgesprochen haben, verstehe ich es gerade nicht. Wie ausgesprochen? Hey, ich bin doch im Funk, da kommt der ganze Zeit Funksprüche oder was? Im Funk wurde eben gesagt, dass wir vom Einsatzfunk in den normalen Leitstellenfunk wechseln sollen. Ach, ach so. Ja, natürlich. Ja, das wusste ich doch. Also, was sagst du dazu? Was machen wir denn jetzt? Ja, ich... Oh Gott. Sag doch einfach Purple Junior Bescheid oder so. Follower. Ja, ich hab jetzt Purple Senior Bescheid in Beta Arten rufen und... Hä? Ich hab vorhin... Du, Brooks hat gestern nach mir gefragt, ne? Nach dir gefragt? Inwiefern? Ja, um 21.09. Hey, geht es dir gut? Du humpelst ja schon wieder. Ach, da weiß ich es noch gar nicht. Jetzt hab ich gefragt, so... Mittlerweile solltest du das doch wissen. Und er so, eigentlich nicht wirklich. Nein, geht es dir inzwischen besser? Fragt er mich jetzt gerade. Ah, okay. Äh... Ich treff mich am Mittwoch mit Brooks. Oh. Ah, da sind doch... Da ist doch Green und die anderen. Okay, komm. Hast du gehört? Ja. Was ist denn los? Errot behandelt, wir fahren zum PD. Ja. Alles klar, machen wir so. Gut. Gut, bis gleich. Also, ich soll fahren? Ja, mir ist es egal, ich kann auch. Äh, ist gut. Was ist los? Oh, es klingelt endlich. Oh. Herr Pöper. Herr Pöper, haben Sie kurz Zeit? Jo. Der Herr Steele möchte mich und Herrn Manning unter sechs Augen treffen. Aber warum? Das wissen wir nicht. Aber er... Soll ich an die Gang hin, das habe ich Ihnen letztens schon gesagt. Bitte? Ich habe Ihnen schon letztens gesagt, dass er sich an die Gang hin hin. Ja, aber irgendwie hat er ein Anliegen, was uns beide betrifft, deswegen... Was wen betrifft? Wer, Herrn Manning und mich? Ja, das können die erst mal prinzipiell alle behaupten. Ich arbeite jeden Tag genau mit diesen Menschen und kann Ihnen eins sagen, es gibt immer Grund, warum Sie sich mit Ihnen treffen wollen. Und wenn Sie irgendwas hätten, was so interessant wäre im großen Land, dann würde ich schon auf Tücher haben. Machen Sie sich keine Sorgen. Okay. Ich bin sehr gut verantwortet. Das ist auch ein Eichern rein bei denen. Also ich würde auf jeden Fall abraten von einem Personaltreffen. 18, 4, Straße 6 gibt es nicht mehr. Die wissen ja, wie es ausgeht, ne? Ja. Was hat er denn gesagt am Telefon, um was es geht? Ähm, John? John? Hat er irgendwas gesagt, um was es geht? Ähm, also er hat gesagt, dass das natürlich mit der Razzia, also er wollte sich ja ganz auch schon getreffen. Und er hat gesagt, was mit der Razzia wäre nicht nötig gewesen. Er hat gesagt, dass mit der Razzia wäre es nicht nötig gewesen, er will keinen Streit. Und er hätte es auch unter sechs Augen gestern schon geklärt. Er hätte es unter sechs Augen auch gestern schon geklärt. Ja, dann würde er trotzdem mit uns heute nochmal sprechen wollen. Ja, dann soll er doch ins PD kommen. Wann soll es dir jetzt zum PD kommen? Was ist denn... Wer ist denn jetzt bei Ihnen gerade? Der Herr Menning. Er hört sie gerade. Und, äh, Sie wollen sich jetzt mit ihm treffen, oder was? Naja, wollen... Ich weiß nicht, warum er nochmal anruft, weil er mir Telefone schon gestern irgendwie seine Forderung gegeben hat. Aber... Wenn Sie hier einfach eine Frage, was für einen Mehrwert haben Sie davon, wenn Sie jetzt dort hinfahren? Das ist die Frage. Ich werde also, ich werde gerade auch irgendwie gar nicht schlau. Aber er meint ja irgendwie was zu wissen über meinen Angreifer. Er scheint was zu wissen über Ihren Angreifer. Das hat er so nicht gesagt. Das wissen wir doch auch. Oder nicht? Das wissen Sie doch auch, wer der Angreifer war. Ich? Nee. Sie reden von dem Schuss im Fuß, oder wovon reden Sie gerade? Nein, ich rede von der Baseball-Aktion. Dem Homerun. Die Geschichte. Okay. Und die CIU? Die Dame mitteln dran? Wissen Sie das? Ich habe nichts gehört bisher. Oh. Also Sie raten von einem Treffen ab. Ich wollte mich direkt bei Ihnen melden, Herr Pöpper, weil... Ja, das ist auch gut so. Ja. Ich erkenne keinen Mehrwert daraus. Wir könnten einen Gang-Unit-Einsatz machen, aber das ist halt auch irgendwie geplant und nicht so spontan, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und dann sollte man... Dann sollte man einen Mehrwert erkennen. Wenn man keinen Mehrwert hat und so einfach sporadisch, wir wollen uns treffen, das ist halt Nonsens und bringt null weiter. Ja, da haben wir andere hoheitliche Aufgaben, die extrem wichtig sind. Okay. Fahren Sie mal ein bisschen runter und schalten Sie mal einen Gang zurück. Alles klar. Ich meine das ernst, Sie fahren ja nicht hin, ne? Ich habe Sie zuerst angerufen, Herr Pöpper. Ja, das ist klar. Okay. Wenn sich irgendwas ändert, anrufen. Ja. Bis dann. Ich habe eine Frage, John. Was ist denn... Er hat doch mich gestern, heute Nacht, vor ein paar Stunden sozusagen angerufen. Ja. Und was will er denn uns jetzt großartig noch sagen? Ja, was weiß ich. Vielleicht ist ihm das aber auch nochmal wichtig, vielleicht mit uns so zu sprechen. Ich weiß es ja nicht. Ich meine, warum sollte er uns was antun? Irgendwie bist du extrem strange, John. Also, nee. Du bist irgendwie ganz komisch. Ganz komisch? Wieso das denn? Ja, du bist der, der mich vor Holloway warnt und mir dann deine Story zählt von deinen damaligen Kollegen. Und jetzt bist du hier auf der Seite eines OGs? Ich habe nicht gehört, dass ich auf deiner Seite bin. Ja, aber du hältst ihn für unschuldig? In Bezug auf was? Dann soll er sein Arsch hier herschwingen. Ja, aber du möchtest doch ein Gespräch auf Augenhöhe machen. Warum machen wir das denn nicht einfach im Öffentlichen? Ja, warum haben wir es denn nicht gestern schon gemacht? Guck mal, ich meine, du musst es ja auch so sehen. Wie sieht es denn aus, wenn jemand von der Straße kommt und hier ins Polizeipräsidium eine Maschine kommt? Ja, soll er zum Hintereingang kommen? Das ist doch alles seltsam, Mann. Ja, es ist auch seltsam, wenn zwei Polizisten in eine Hood reinfahren. Ja, bitte, Sie wollen Feierabend in Japan. Wir wissen ja gar nicht, ob das ich da mit uns treffen möchte. Schönen Feierabend, Ihnen beiden. Ja, danke schön Ihnen auch. Ja, bis dann. Ich denke mir bei der Sache einfach nur, der Feind meines Feindes ist mein Freund. So, ich will eine Information haben. Er hat sie vielleicht und... Nice, Julian. Neues Video. Keine Ahnung. Laura Schick. Außerdem. So, klar habe ich ein Problem mit den Nucks. Aber wenn der OG das Gefühl hat, dass die Polizei ihren Job macht und sie dabei... Also auch wenn sie Scheiße bauen, einfach auch fair behandeln, verstehst du? Und er damit seine Jungs ruhig halten kann, dann habe ich damit kein Problem. So ein Ding ist das halt einfach. Wenn der Mann Respekt vor der Polizei hat, also den Respekt, den jemand von der Straße aufbringen kann, dann wäre das auf jeden Fall ein gutes Zeichen an seine Jungs. Ja, dann... Ich verstehe... Ich verstehe... Ne, keine Ahnung. Du machst bei mir nicht so viel Sinn. Das macht keinen Sinn für dich. Ja. Warum das denn? Also ich fand in der ganzen Konstellation Holloway vertrauter als dieser OG. Was? In Ernst? Ja. In keinster Sekunde irgendwie. Also ich habe Holloway einfach als einen ziemlich impulsiven Kerl kennengelernt. Ja, aber ich sehe einen OG, der seine Jungs nicht mal ansatzweise unter Kontrolle hat oder im Griff. Weiß ich nicht. Dafür habe ich viel zu wenig... Was sind die, die hier eskaliert sind? Mit Holloway im Andings. Das sind die, die bei der... Die, die bei der Razzia da drüben, bei der Grove Street irgendwie was gemacht haben. Und wie sie wegen Prävention hier reinstecken mussten. 10, 9. Falscher Knopf, Entschuldigung. Das sind... Und er hat gestern mir doch die ganze Zeit so... Du warst beim Gespräch dabei? Ich war nicht dabei, nein. Ja, Steel steht vor mir. Ach ja, du hattest deine Magen geschmissen. Steel steht vor mir und sagt so, Frau Green, Sie sind disrespektvoll zu meinen Leuten. Und das nächste, was ich mitkriege, wo ich ihn korrigiere, ich so, wussten Sie, dass ich Ihren Leuten... Information an allen Einheiten, die Ihre Kürze vom Weitschern-Dokument entfernen, Dankeschön. Ich habe gesagt, wussten Sie, dass ich Ihren Kollegen, Ihren Brüdern da die Zelle gewährt habe, in dem Frau Hill verstorben ist? Nein, wusste ich nicht. Wussten Sie, ich war da... Der weiß, der hat nicht mal Ahnung, was in seiner eigenen Gang passiert. Also willst du dich mit einem praktisch chaotischen Chief treffen, der nicht mal ansatzweise sein Team unter Kontrolle hat? Den empfindest du als vertrauenswürdig, als autoritär? Ich meine, okay, das ist jetzt der Eindruck, den du gewonnen hast halt. Ich habe ihn jetzt anders kennengelernt. Okay, dann glaubst du mir also nicht. Ich glaube dir so in dem Sinne... John, wenn du dich mit ihm treffen willst, dann mach es selbst. Ich habe von hier gar keine Ahnung mehr. Aber für jemand, der... Von mir keine Ahnung mehr. Ich bin gerade im Blickfeld. Ich bin Käpt'n. Ich habe eine gewisse Verantwortung. Ich setze ja damit nicht aufs Spiel. Was? Du gehst ja jetzt nicht da hin und raus mit dem Mann, einen in der Hood oder sowas. Ich rufe den jetzt an. Stil oder was? Ja. Ja? Bist du Stil? Ja. Green hier, 31. Ja. Passen Sie auf. Ich will auch nicht ein großes Taramtara oder ähnliches machen, aber dieses Treffen kann so irgendwie irgendwo privat nicht stattfinden. Okay. Einfach, weil, wie gesagt, wir haben uns gestern auf der einen Seite auf Augenhöhe getroffen. Ja, es war in Form einer Razzia, aber gegeben der Vergangenheit ist das halt leider so passiert. Und dann zweitens hatten wir gestern dieses eine telefonische Gespräch. Ich dachte eigentlich, dass damit das Thema beendet wäre. Aber sie haben uns scheinbar noch was Wichtigeres mitzuteilen. Kann man irgendwie sich gegenseitig hier entgegenkommen? Ich habe ein Angebot gemacht. Ich komme alleine und Manny kommt mit dir. Das war das Angebot, was ich gemacht habe. Es gibt so einiges, was ich hier zu erzählen habe. Aber der Punkt ist, wenn man mir nicht vertraut, dann macht das Ganze hier keinen Sinn. Warum sollte ich Informationen rausgeben, wenn man mir nicht das nötige Vertrauen schenkt? Ich habe gerade mit dem Herrn Blake... Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Ja, die Vorsichtsmaßnahme habe ich doch geboten, mit dem ich gesagt habe, hey, komm, zwei Kommen und ich alleine. Ja, aber das wissen wir ja nicht. Das habe ich Manny so gesagt. Ich habe zu Manny gesagt, ich komme alleine und er kommt mit dir. Das war meine Aussage. Kommst du mal bitte kurz mit? Moment, ganz kurz. Ja, deswegen bin ich in Malti und möchte meine Beschwerde dort gegen das Pieds. Könnten Sie mal ein wenig leiser sprechen? Danke. So, Moment. Ich brauche keine höfliche Art. Okay, ich habe sie jetzt auf Lautsprecher, sodass nur ein wenig sie hören kann, okay? Also, Vertrauen bei mir aufgrund der Gegebenheiten tue ich keiner Farbe. Keine einzige Farbe. Ja? Ich tue meine Arbeit und ich trage eine gewisse Verantwortung hier im PD. Ähm, die andere Sache, Sie wissen, das hat sich schon alles rumgesprochen. Sie sind genau auf dem besten Stand, was mir in den letzten sieben Tagen hier auf dieser Insel passiert ist. So. Ja, ich weiß sogar noch mehr. Das ist gut. Okay. Aber, ähm, sie, der mir gestern das, äh, respektloses Verhalten vorgeworfen hat und nicht mal wussten, dass ich zum Beispiel die Zelle ihren Brüdern da gewährt habe oder ähnliches und all die Dinge, ähm, gibt mir den Eindruck so, dass sie einfach auch, und es tut mir leid, das ist jetzt einfach mal ein Fakt, ähm, wie, das kennen wir ja vom PD aus. Vielleicht Kommunikation unter den Brüdern verschaffen sollten, wenn es die ganze Zeit über die, die, die böse, die asoziale, die disrespectvolle PD 31 geht. Ja? Ich hab da eine gewisse Waage und ich werde die versuchen zu wahren, denn ich bin pro Gerechtigkeit oder pro in der Hinsicht irgendwo noch Humanität, wenn, wenn, ähm, humanitäts Verhalten, wenn halt eben jemand sagt, dass da jemand wichtig ist, ähm, in seinem Leben in dieser einen Zelle verstorben ist. Aber mein Vertrauen für die Straße ist weg. Und deswegen, tut mir leid, kann ich erstmal nicht vertrauen, dass sie da alleine kommen. Und ich werde auch nicht diese Verantwortung übernehmen. Ja, dann hat sich das Ganze wohl hier gerade gegessen, würde ich sagen. Ich denke, dann kommen wir doch zu keinem Deal. Und die Leute, die sie verkloppt haben, laufen weiterhin auf freiem Fuß rum. Das hast du echt toll hingekriegt. Ich bin, ich bin wirklich, ich bin wahrlich begeistert, Queen. Ja, es sind meine Angreifer. Lass das mein Problem sein. Ich würde es schon irgendwie rausfinden, John. Ich kann das jetzt gerade nicht tun. Verstehst du gerade nicht meine Lage? Ich meine, du hättest ihn auch einfach anrufen können mit einem normalen Ton oder so. Wie mit einem normalen Ton? Wie viel Honig muss ich ihm denn ums Maul schmieren? Naja, du kannst auch einfach mit ihm normal sprechen. Ich habe mit ihm normal gesprochen. Und wenn ihm das zu viel wird, wenn er jetzt plötzlich so, oh, Frau Green, warum vertrauen Sie mir nicht ihr? Ich bin nicht zickig. Du bist gerade wahnsinnig und blind. Wahnsinnig? Ja. Nein, ich habe einfach ein Bauchgefühl dafür. Dein Bauchgefühl? Dein Bauchgefühl hat ja bei Brooks super toll gepasst. Ja, du hattest es ja auch. Ja, genau. Wieso? Ich habe doch mit einem recht gehabt. Du hast dich einfach in dieses Becken voller Brooks Liebe gestößt. Habe ich überhaupt nicht. Ach, scheiße, Mann. Ja, ich habe gewusst, dass man mit dem Mann reden kann. Weißt du, wir waren so kurz davor. Er hat uns wahrscheinlich die Namen genannt. Vielleicht hätte er einen kleinen Gefallen dafür verlangt. Aber dann hätten wir wenigstens... Von welchen Gefallen? Welchen Gefallen? Eine Information? Bist du korrupt? Vielleicht wäre es ja auch aus Liebe gewesen. Jetzt rast du doch nicht aus. Vielleicht hätte er ja auch einfach gesagt, weil wir so tolle Officer sind. Das weißt du ja nicht. Oder als Friedensangebot. Kann ja auch sein. Warum kann er das denn telefonisch nicht sagen? Warum kann er das alles nicht telefonisch sagen? Ja, weil er doch nicht geisteskrank ist. Welcher Idiot, der spricht in einem Telefon solche Informationen, Mann? Stell dir mal vor, da kommt irgendwer mit, der es nicht mitbekommt. Dann heißt es der OG, der Bollas redet mit den Cops. Aber es heißt dann, dass der Käpt'n und Manning sich mit einem OG treffen. Ja, und? Und wenn wir danach Namen präsentieren, dann haben wir doch alles in der Hand. Und selbst wenn wir sie nicht präsentieren, dann haben wir vielleicht trotzdem unsere Arbeit gemacht. Du kannst dich doch jetzt nicht überall nur, weil irgendeiner von den Kriminellen böse zu dir gewesen ist und dein Hasenloch zu dir passiert. Einmal ein Hasenloch? Es hat mich fast mein Leben gekostet. Ja, aber das war doch deine Naivität. Das war doch jetzt nicht geschuldet, weil es ein Krimineller gewesen ist. Der hat sich ja nicht auf einmal als Krimineller entpuppt oder so. Darauf hast du dich ja eingelassen. Ach. Treffen Sie sich mit ihm ohne Rücksprache und taktische Planung und Unterstützung von Spezialeinheiten, lasse ich Ihnen Ihre Marke abnehmen. Okay, sorry, das war unprofessionell, auch wenn ich es kann. Aber ich glaube, aktuell sind sie nicht in der besten Verfassung, klare Entscheidungen zu treffen. Der Nachdruck in meiner Nachricht. Hab ich grad von Pörper bekommen. Ja. Ja. Ich wär auch nicht zum Pörper gerannt. Guck mal, was du alles ins Rollen bringst, Mann. Ins... Was ist, wenn du erwischt worden wärst? Ja, was wär denn dann passiert? Pörper hat zu mir heute das Gespräch gesucht. Er hat gesagt, das ist eine riskante Sache, da müssen sie aufpassen. Mehr hat er nicht gesagt. Jetzt sagt er uns, wir sind unsere Marke los. Nein, hat er nicht, wenn wir uns da treffen. Ich rufe jetzt Pörper an, dann soll er das mit dir klären. Ich hab da keinen Bock auf die Scheiße. Was will er denn mit mir klären? Keine Ahnung, aber jetzt seid ihr Homies. Der Dien ist vorbei. Ja. So, wenn ich jetzt... Red jetzt nicht mit Pörper. Wenn du nämlich sagst, der Typ, der Mann hat Informationen, dann reiten die da ein und dann haben wir wieder so einen Kopf auf einer Liste von dem Bollarsitz. Ich schreib einfach, es wird kein Treffen geben. Gut, dann hasst du mich für diese Info. Es war mein Angreifer. Und ich hatte noch einen Angreifer. Ich kann das jetzt gerade nicht. Und die geben deine Vergangenheit. Müsstest du eigentlich ansatzweise nachvollziehen können und nicht so meckern. Sorry, John. Das geht nicht. Ich will einfach diese scheiß Wichser haben. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Wir können nochmal Strassendienst wieder aufnehmen. Und 10, 4, Strass 1, Ende. Welchen Weg schlägst du vor? Hast ja viel Gedanken drüber gemacht. Wir fragen, wir gucken, wer überhaupt unter den Verdächtigen zählen könnte. Dann schnappen wir uns die. Und dann blöffen wir einfach mal eine wunderschöne Frage runter und gucken zu, bis die singen. Ja, und während die sich vorbereiten auf den Gesang, legen wir noch Malbücher aus. Was? Wir reiten einfach irgendwo rein. Nehmen die hoch. Nehmen die alle auseinander und dann Interview für Interview. Ja, und das hat bisher so gut geklappt. Ich glaube, es wäre einfach gewesen, hätten wir uns mit dem Mann getroffen. Jetzt können wir es nicht mal dennoch machen, weil das Elphabie uns im Nacken sitzt und das heißt, die Beobachtung ist. Ja, du hast Pörpa an der einen Nacht, wo wir uns mit Holloway getroffen haben, gar nicht gesehen. Also er hat zwar mit dir geredet, aber weißt du, wie der mit mir geredet hat? Weißt du, wie enttäuscht der war? Weißt du, wie ich gewirkt habe? Komplett verdächtig? Ja, das sah ja auch total bescheuert aus, dass du dich mit dem Mann getroffen hast am Pier. Ja, und wenn du dich... Es sieht doch auch bescheuert aus, wenn du dich mit dem OG triffst. Ja, aber der denkt, der denkt man doch nicht von mir, dass ich mich auf eine Beziehung mit dem Mann einlasse. Es sieht aus, als ob du als Höherrangige dich mit einem OG heimlich triffst. Es ist doch ein... Willst du mich grad fach? Ich mach doch kein Geheimnis draus. Wenn man mich fragt, hast du dich mit dem getroffen? Sag ich, ja, hab ich. Ich hab doch auch... Was machst du denn, wenn du den Mann zufälligerweise beim Einkaufen triffst, dann... Dann bist du ja in der reichen Prädoye. Es gibt keine Streife 4 Leitstelle. Ehemals Streife 4, jetzt Streife 2. Es wurde gerade vor einer Minute geändert. Hört. Ja, jetzt aktuell ist die Streife 2. Du hast gehört, wie er am Ende von dem Klungertes-Stil. Jetzt hat er wieder totale Vorbehalte gegen uns. Oh. Weißt du was, ich geb nen Fick auf diese Vorbehalte. Der kann sich ficken gehen. Die können sich alle ficken gehen, die kleinen Wichser. Ja, genau, da strahlst du halt aus. Ja, gut so. Ich bin die fucking 31 und Käpt'n. Die können sich alle mal ficken gehen. Die sollen einfach mal einfach aufpassen, was so eine Scheiße die auf dieser Insel machen. Ich werd die einknasten. Ja, wenn du das jetzt nochmal dreimal vom Spiegel übst, dann vielleicht glaubt man dir das, wenn du das sagst. Ich glaube, ich bin gerade mit meiner Marke glaubwürdiger als du, John. Ja, das bezweifle ich. Lass mich gerade dir eine Sache noch checken, dann geh ich außer Dienst, okay? Ja, ne, wie lange brauchst du noch? Gar nix mehr. Ja, los. Gut. Frau Grün, bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, ja, alles gut. Alles gut. Okay, gut. Haben da noch was gestern? Hattest du die SMS gelesen? Äh, welche SMS? Achso. Das war die SMS, die ich bekommen hab und nicht gefunden hab, wer sie geschrieben hat. Okay. Okay. Ciao, ciao. Das war die SMS, das war die SMS, 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 die Untertitelung des ZDF, 2020 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 85, 10, 7 0, 14, 7 10, 4 10, 5 Er schreibt mir gerade Wir sind keine Straßengänge, wo sie jedem zeigen müssen wo sie stehen Auch diese Situation war absolut unprofessionell und grob fahrlässig Genau das sind die Punkte Genau das sind die Punkte Rumpelgeil, sie hat nur geschrieben, dass Manning mich mit Purple Senior verkuppeln will. Irgendwas passt da bei Ihnen aktuell nicht. Das sind allerdings nicht meine... Meine Aufgabe ist es Ihnen, rechte und linke Grenzen als Beamte. Was? Irgendwas passt da bei Ihnen aktuell nicht. Meine Aufgabe ist es Ihnen, rechte und linke Grenzen als Beamte des Staates Los Santos aufzuzeigen und sie zu schützen. Das war's für Sie. 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 Das war's für die Leitstelle. Komm. 37 hört. Ja, bitte einmal in Spidi und Leitstelle übernehmen. Komm. 10, 4. Leitstelle Ende. Das geschieht dir recht, 37. Das ist da, geil. Die soll auf uns so meckern. Ja, ich hab grad echt Angst, dass John irgendwie sich mit denen treffen wird, alleine. Ja, ich hab meine Befürchtung. Gute Nacht, Micha Kimber. Follower. Follower. Ja. Hallo, Aya. Ja. Bist du im PD? Vorm PD. Ich komm mal eben angefahren. Wärst du so nett, einmal auf dem Hinterhof des PDs zu kommen? Weil ich hab keinen Bock, gleich von einem wieder angelabert zu werden, dass tausend Leute was von mir wollen, okay? Komm zum Hinterhof. Du kannst auch gern Manning mitbringen, wenn du willst oder so. Nein. Das ist ein guter Freund von dir, weiß ich nicht. Aber ich bin auf jeden Fall gleich da. Ich bin schon Startmitte. Äh, okay. Alles klar, bis gleich. Was? Was? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und mir wurden die Informationen zugeteilt, dass du damit in Planung bist, dich doch nochmal zu treffen. Nein. Ich habe mich gerade mit Manning angelegt und mit ihm mich gestritten, dass ich das nicht machen werde. Mhm. Mhm. So und so sieht es aus. Ich vertraue ihnen definitiv nicht. Ich vertraue keiner einzigen Farbe hier in dieser Insel gerade. Sie müssen mir entgegenkommen. Dann ist der Deal geplatzt. Von wegen Informationen zu meinen Angreifern. Mhm. War ich ja dabei tatsächlich, dass ich dann als das Telefonat war. Ja. Ja. Deswegen wollte ich jetzt erstmal generell mit dir in Ruhe drüber reden. Sorry, ich habe echt Hunger, ey. Das wollte ein anstrengender Tag durch rumstehen. Ja. Ähm. Moment. Ja? Sind Sie nicht so genervt, wenn ich Sie anrufe? Ja. Was waren Sie gerade? Ich habe ein wichtiges Gespräch mit dem Chief. Wieso? Äh. Okay. Ja, nee. Wegen der Streife und so. Weil ich Leitstelle bin. Alles klar. Ah ja. Die ist vorerst mal aufgelöst bei mir. Äh. Spaß bei der Leitstelle. Danke. Ja. Bitte. Pass auf. Ich sage dir, wie es ist. Ich habe dich als Käpt'n, weil ich in dir verdammt viel Potenzial sehe, weil ich dir zu 110 Prozent vertraue und weil ich weiß, dass du mit deiner Art und Weise, wie du bist, den Posten absolut gut führen kannst. Mhm. Und ich kann es weder aus menschlicher Sicht noch aus Sicht des Chiefs irgendwie zulassen, dass du dich so in Gefahr begibst. Sag es mir. Okay, pass auf. Ich hole einen Manning. Pass auf, warte, warte. Ja. Nein, nein. Der Sachverhalt klärt sich ja gerade für mich auf, weil deswegen rede ich ja gerade mit dir, um mir deine Meinung anzuhören, weil ich bis gerade nur die Info hatte, dass du es wohl vorhast. Jetzt kriege ich natürlich die Information, dass du es nicht vorhattest, sondern mit einem Kollegen gestritten hattest, weil du es nicht wolltest. Gibt es wohl Misskommunikationen zwischen Ihnen und Ihrem Vater? Scheinbar. Vielleicht wurde doch einfach was falsch verstanden. Das ist ja eine Sache, die geklärt wird. Es geht nur darum, wo ich nochmal ausdrücklich darum bitte. Ich gebe euch diese Positionen, weil ich in euch Potenzial sehe und weil ich euch brauche. Also bitte tut mir den Gefallen, dass ich nicht eines Tages ins PD komme und ich eine Sterbeurkunde vor mir liegen habe. Giano. Ja. Alles gut. Aber zieh dir jetzt bitte den Manning, okay? Mach den Chief, lass ihn raushängen. Ich bin da hier raus, okay? Ich werde den Chief raushängen lassen, selbstverständlich. Würdest du mir die 55 dann bitte einmal runterschicken? Mach ich. Chef. Bitte. Herr Pöper? Ja. Ich weiß nicht, ob sie es eben entnehmen konnten, aber durch ihren Sohn habe ich gerade eine andere Ansicht bekommen. Ich habe gerade mich mit meinen langjährigen Arbeitskollegen und Freund gestritten und mich dagegen entschieden. Jetzt wird er gerade zum Chief vorbestellt und dann kann er das nochmal machen. Es war definitiv nicht meine Idee. Es war die Idee von Steele. Manning war ein Befürworter, weil er einfach herausfinden will, weil wir meine Angreifer waren, weil ihn das besonders stört. Ich glaube, ich glaube nicht. Keine Ahnung, ihr Sohn klang gerade eben anders. Es erschien mir so, als ob sie dann die falschen Ansichten hätten. Relativ einfach. Ich habe gar keine falsche Ansicht. Ich glaube, ich habe hier die neutralste Ansicht von allen. Erstens, ich kann Ihnen halt eins sagen, dass ich Ihnen da jetzt schon glaube, auch mit dem Nachdruck, was Sie da geschrieben haben, dass Sie sich mit ihm treffen wollen. Trotzdem immer noch das kleine Risiko, Restrisiko vorhanden ist, dass Sie Dinge tun, die Sie in Vergangenheit getan haben, die Sie vermutlich vorher nicht getan hätten. Warten Sie ganz kurz, ganz kurz. Stark? Ja. Wo ist Manning? Der ist 10-7. Ruf ihn bitte sofort an, er soll zum Hinterhof sich mit dem Chief treffen. Sofort. Ich habe die, hast du die Nummer? Die ist in dem Leitstellenblatt in den Officer-Zettel. Aber ruf ihn jetzt bitte sofort an, der soll sofort auf den Hinterhof. Ja, ja. Jetzt ist ja ein Feierabend, ey. Ja. Haben Sie jetzt Zeit, wenn Sie mich anrufen, oder? Ich wollte Sie anrufen, ich dachte, der Herr Manning ist hier oben, da würde ich ihn runter zum Schief gehen, aber der Mann ist ja jetzt gerade am Feierabend und irgendwie will ich gerade gar nicht wissen, was er macht. Ich hoffe, dass er einfach nur wirklich an den Feierabend geht. Das hoffe ich auch, weil ich habe keinen Bock, mich wieder umzuziehen. Ja, ich auch. Punkt zurückzukommen. Ich habe ihm geglaubt, also zumindest, sage ich mal, 99 Prozent. Es gibt aber ein Prozent und diese eine Prozent ist für mich ausschlaggebend. Und diese eine Prozent hat mir in den letzten Tagen gezeigt, dass sie gewisse Dinge getan haben, die sie so vermutlich nicht anders getan hätten. Ich habe ein paar Gespräche geführt, auch mit Menschen, die sie kennen, und dass sie sie halt so gar nicht wiedererkennen. Das ist meine Aufgabe. Und meine Aufgabe ist es ebenfalls, mit Ihrem Chief, Ihrem unmittelbaren Vorgesetzten, zu sprechen über die Situation, die sich innerdienstlich halt hier gerade stattgefunden hat. Und da habe ich Ihnen die Mitteilung gegeben. Und meine, meine, ich muss Ihnen die Mitteilung geben, das ist meine Pflicht sogar tatsächlich. Und zusätzlich kam mir zu, dass Sie Ihnen, ich sage mal, die... 55, wie Sie die Mitteilung kommen? Ich habe Ihnen gesagt, wie ich es tun will, und ich würde Sie behurlauben, zumindest für zwölf Stunden, damit Sie einfach mal wieder abschalten. Was ich mal vorm Fernseher lehne und einfach mal Gedanken darüber machen, was so die letzten Tage passiert ist, und sich demnächst mal wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Und einfach mal komplett abschalten. Das war meine... mein Vorschlag. Was er daraus macht, ist seine Sache. Wären Sie meine Beamtin, wären Sie von mir jetzt beurlaubt gewesen, um einfach mal wieder klare Gedanken zu fassen. Ich bin klar, Herr Pörper. Ich habe gerade eben den... Aber ich muss halt von den letzten Tagen sprechen. Sie haben sich mit jemandem getroffen, haben einen FAB-Director belogen und ihren Chief, ja. der illegal... der Typ, der illegale Dinge tut, ja. Zusätzlich... Also Sie hätten es ja auch direkt sagen können, nein, haben Sie nicht getan. Ja, warum? Weil Sie irgendwie einen Gangster schützen wollten oder Ihre Situation unkomisch war. Dann treffen Sie sich mit jemandem, wollen ohne taktische Unterstützung, wie ich Ihnen schon geschrieben habe, ja, sich mit nochmal diesem Gangster treffen, ja. Wollen ihm auch noch ganz klar vor das Gesicht scheißen. Sorry für meinen Ausdruck, ja. Und erwarten dann, dass nichts passiert? Also das ist doch fahrlässig. Wie kommen Sie auf solche Ideen? Ich nehme dir zwölf Stunden morgen. Das ist ja jetzt kein Wunschkonzert. Also das scheidet ihr schief, das wissen Sie schon, ne? Dann werde ich ihn fragen und wenn er den weiteren diesen Hinweis hat, dann werde ich die nehmen. Das ist kein Wunschkonzert, das ist ja Ihre Empfehlung. Das ist die Empfehlung von meinem FAB-Director und meinem Chief. Also nehme ich das Angebot an. Ja, das ist nicht persönlich, das kann ich Ihnen nur sagen. Ja, mache ich nicht. Und was ist, können Sie sich trotzdem melden? Mhm. Und wenn irgendwas mit Manning ist, melden Sie sich auch, was Sie gerade machten, von um die komische Dinge gesagt haben am Telefon. Ja, selbstverständlich. Ich versuche ja ab jetzt professioneller zu sein, Mr. Pörper. Kommen Sie einfach dahin, wo Sie vorher waren und wie Sie vorher aufgetreten sind. Alles klar. Alles klar. Wiederhören. Tschüss. Hast du ihn erreicht? Also ich zahl, ich zahl 100 Dollar und dann kriege ich das, aber... Ja, 10 ist, ist, alles gut. Macht er. Okay. Also ich kriege, ich kriege 1, aber das ist negativ oder weh, Mann. Also... Hi, warte mal kurz. Ja? Ja, will jetzt wirklich ein Führungszeugnis beantragen? Sind Sie, äh, 10-7? Ich bin 10-7, hat sich aber angesagt. Ah, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Alles gut. Ihr kriegt kein... Warum soll der ein Führungszeugnis kriegen? Ja, wie viele Waffe... Keine Ahnung. Ich muss runter zum Chi, äh, ich muss kurz in den Hinterhof. Ja, bis später. Oder morgen. Alles klar, Frau Dias. Ja, sie ist ja, sie ist ja, ne? Da ist ja, der ist ja auch der... Also, ne, Leute, also OOC ist ja alles easy, ist ja alles... Es hat mir auch gerade Spaß gemacht, so... Alles, das EP gerade mit Patrick, alles ist gerade richtig, richtig nice. Das Ding ist halt, dass jetzt, ne, die Reihe ist gerade pisst. Auf Manning, definitiv. Ähm, Pörper auch, das wurmt sie ja. Die selbst, die Kritik ist ja wahr. Da wurmt so ein bisschen ihr, ihr, ihr Ego gerade mit Dings, mit Pörper. Mit dem Fehler und so. Und, äh, ja. Das ist halt gerade so die Sache. Da. Hm. Ich glaube, ich mache das so, dass ich morgen diesen Urlaub nehme. Diese zwölf Tage, zwölf Stunden Dings. Äh, das passt ja zu meinem streamfreien Tag. Hä, 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 hä. Wir machen das so, ne, Chat? Das ist doch okay. Wir müssen ja sowieso... Also, wir machen ja morgen... Ich muss morgen Streampause machen, Leute. Ich werde es vermissen, ehrlich gesagt. Aber ja. Und dann sagen wir einfach so, ja, komm. Ne? Dann hauen wir das einfach raus. Ja, es wird auch euch gut tun. Wir müssen es gerade alle irgendwie erholen von diesem Zeug. Oh Gott. Oh Gott. Ain't so wichtig. Manchmal weiß ich echt nicht weiter. Mega-genius, vielen Dank für deine Bits. Hey, cheers. Geht er jetzt hin, ist mir egal. So, also auf einer gewissen Ebene. Pass auf, ich kürze das mal ganz kurz ab für Sie. Ja. Das LSPD ist Null auf die Hilfe von irgendwelchen Ganglern angegeben. Hey. Hey. Was los? Ich habe mich mit John angelegt. Hey, warum das? Weil ich ihn gerade vor einem Fehler abhalten wollte. Und er es irgendwie nicht sieht. Jetzt habt ihr euch gestritten oder was? Keine Ahnung, ich glaube das ist auch wieder okay. Aber ich... Gerade der Game der letzten Zeit ist es... Er wollte sich mit dem OG treffen und ich habe mich dagegen ausgesprochen. Und jetzt ist er gewurmt, weil er die Info nicht hat, wenn man Angreifer ist. Das wollte er mit ihm rausfinden. Hä, mit welchen OG? Der Ballers. OG der Ballers? Ja. Aber mit denen habt ihr euch doch gestern getroffen oder nicht? Ja, aber der OG der Ballers will uns einfach alle zwei alleine treffen. Und wir sollen ihm doch vertrauen. Und ich habe gemeint, ich vertraue gerade überhaupt keiner Farbe. Auf keinen Fall. Mach das nicht. Ja, mache ich auch nicht. Ich habe mich gerade echt mit Manning angelegt. Ich erkenne ihn gerade nicht wieder. Und dann berichte ich das deinem Chef. Und der ist ja sowieso... Sein Vertrauen ist ja bei mir geplatzt und... Ich bin gerade genervt. Wie, du vertraust meinem Chef nicht mehr? Nein, er vertraut mir nicht mehr. Ah. Ich zitiere. Zu 99 Prozent. Und er hat recht. Und nervt mich gerade. Und Manning nervt mich gerade und... Alles nervt mich gerade. Wann soll ich Manning mal anrufen? Er spricht gerade mit dem Chief. Du kannst dich nicht mit Manning streiten. Ja, ich weiß. Das funktioniert nicht. Ach, Mann. Sorry, störe ich dich gerade auf der Arbeit? Nee. Alles gut. Ja. Okay. Ein paar mehr Informationen wären vielleicht gar nicht schlecht. Wie meinst du das? Ja, weiß ich nicht. Du erzählst mir ja was mit Mannings Streit. Jetzt müssen wir das ja irgendwie wieder hinkriegen. Bisschenweise du musst das hinkriegen. Wenn das hilft, wackele ich auch zweimal vor ihm mit meinem Arsch. Aber nur zweimal, dann ist Schluss. Da hast du die Grenze erreicht. Jodan? Ja? Ja? Ja. Ja? 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 Nix. Alles gut. Nein, das erzählen. Nein. 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 ich ja aber man es ist irgendwie komisch weißt du was ist komisch ja was denn du bist auf arbeit und ich fühl mich so ich fühl mich komisch gerade obwohl ich verdammt noch mal ich ich vermisse dich kumpel ja oh gott nein nein aber auch da ist es für mich gerade unangenehm weil es ist so das ist mir doof nein ich lege auf ich wünsche noch viel spaß im dienst ich habe kein ja aber im krankenhaus und dann kommt da und ruft chloe an und dann wird es richtig awkward aber so strange ist das auch gar nicht die wir gemacht haben hätten wir auch so als kumpels machen können so strange ist das nicht ich das ist nicht so strange werde ich mal date also eigentlich war so alles dates aber ich hoffe ich werde und so willst du mich okay weißt du was bei brooks ich kann nicht ich auch bis dann ne tschau oh gott ja ich kann sich alle ficken gehen Alle ficken gehen, einfach alle, alle können sich ficken gehen, alles was irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein Pimmel hat, kann sich jetzt gerade mal ficken gehen Oh Streife 1, Status 2 Streife 1, äh, Leitstelle für Streife 1, bitte das Gebäude noch nicht betreten Nicht betreten Noch nicht betreten Aber dann nicht raus Äh, bitte nicht rausgehen, gerade vorne Was? Warum? Weil wahrscheinlich gegen den Bruder ein Haftbefehl vorliegt und dann hauen die jetzt wieder ab Bruder, darf ich nicht einmal ins Bedi kommen, um eine Frage zu stellen, Mann? Was? Wegen dem Bruder Welchen Bruder? Na, dann mach doch einfach die Tür auf, dann sind wir zusammen entspannt, Mann Äh, dann, äh, äh, Davis, dann ab in unsere Uniform wieder, komm No, 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 no. Komm. Das eskaliert hier doch. Ey, die Arme Stark, los. Ich darf nicht mal im Feuern gehen. Ja, ich weiß, ich auch nicht. Aber wir müssen jetzt gerade... Oh Gott, Alter, ich muss wieder nach vorne. Ja, der Bruder hat nämlich wahrscheinlich einen offenen Haftbefehl. 3-1-Mit-Informationen. Der Bruderchen, ich bleib natürlich hier und warte auf dich, Mann. Wir sind da, okay. Entspann dich, Mann, wirklich, Mann. Wir wollen hier keinen Stress machen. Ich hatte ganz normal eine Frage gestellt, Mann. Fuck, Mann, war das wirklich jetzt dein Ernst, Marshall? Was? Ohne dich hier Stress schieben, Mann. Wir haben nur ganz normal eine Frage gestellt, Alter. Da gibt's doch alles. Ey, 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 ey. Ich bin nur ruhig, aber ihr habt doch uns hier eingespillt, weißt du? Na klar, da reagieren wir natürlich. Na klar, werde ich lauter, weil ich hatte auch hier keinen Stress. Wie gesagt, ich kann mir nur... Also wenn es eine Kotz-Animation gäbe, ich würde die jetzt für Raya ausführen. Ich würde eine Kotz-Animation für Raya ausführen. Die kriegt da unten im Hinterhof, kriegt sie das Kotzen. Die kriegt am Telefon, kriegt sie das Kotzen. Jetzt ist noch der hier im PD und ist am Kotzen. Alles ist einfach nur gerade zum Kotzen. Kotzen, Kotzen, Kotzen. Einfach nur Kotzen. Wirklich. Alles. Alles. Purple Senior Kotzen. Purple Junior ist knuffig. Brooks ist Kotzen. Manning ist Kotzen. Holloway ist Kotzen. Ihr alle habt nur Raya's Kotze verdient. Was anderes habt ihr nicht verdient gerade von Raya? Könnt ihr euch alle ficken gehen? Also damit bin ich echt nicht konfident so. Konfident. Ich gebe dir gleich dein Konfidenz. Also damit bin ich echt nicht konfident, dass ihr mit meinem Bruder jetzt da macht. Nein, hattest keinen Grund, Mann. Was wird denn das jetzt? Hallo, das ist mein Bruder. Das ist noch seine Sippschrift hier. Was wird denn das jetzt hier? Richtige Kotzaurge, ey. Ich bleib komplett ruhig, wenn ihr ruhig seid. Aber ihr nehmt den schon wieder nach dem Winter hin. Und was macht ihr da mit dem? Ja, Mad Dog, sorry. Na, reden Sie das nicht, außer zu... Ja, Holloway, einfach ruhig. Hey, was machen die jetzt da mit dem? Confident. Hast du fünf Bullen für nix? Oder wie? 52, was ist das? Fürst reden, oder wie? Ach, warte, ich lauter bin, kommen jetzt schon die Kollegen. Ja, ich verstehe schon. Ich bin schon Staatsfeind Nummer eins. Ich verstehe das auch, dass ihr mit Panzerfahrzeugen mich abholt. Aber ich bin komplett tiefenentspannt heute, wissen Sie? Schild, Mann. Jetzt kommt mal hier, wir fragen und wir direkt und... Es besteht sich... Und ihr wundert euch, warum es Stress gibt? Warum wir keinen Bock auf euch haben? Jetzt mal wirklich? Was ist denn mit dem los? Holloway? Ich lasse doch nicht meinen Bruder alleine. Wie sehe ich aus? Würden Sie einen Kollegen, der irgendwo... ...in einem weiteren Raum steckt und... ...ihre Hilfe vielleicht braucht, ähm... ...aus den Augen lassen oder wie? Es ist mein Bruder, Mann. Ich liebe ihn. Ich kann ihn nicht alleine lassen. Er ist sehr wichtig für mich, Mann. Mach das. Mach das. Was ist denn gesetzt? Was ist denn agieren? Er hat doch gar nichts gemacht, Mann. Er hat doch auch nur eine Frage gestellt, Mann. Wir waren hier wegen dem Waffenschein, Mann. Wieso will... Nein. Was macht ihr jetzt? Wohin wird er jetzt gebracht, Mann? Also er wird sich ja gleich wirklich sauer. Wir haben eine Frage. Verkaufen Sie Schnee. Leitstelle für Straf 1. Ey, Hentai, es ist gerade keinen Spaß für. Benötigen Sie uns noch einen PD? Ey, verzieh dich jetzt mal hier raus, Hentai, Mann. Es ist gerade keinen Spaß dort mehr. Okay. Vielleicht wäre ich richtig sauer. Komme ich raus? Aha. Welche Tor? Da. Ich wurde rausgeschmissen. Hi. Nein, ich würde doch niemals irgendwer mir was beten oder irgendwas antun, Mann. Ich habe geraucht. Dann haben wir nach Schnee gefragt. Sie haben mir keinen Schnee gegeben. Wissen Sie, ich bin eine gute Seele. Ich habe noch nie immer was getroffen. Hat sie das geraucht? Ich brauche Schnee. Ja, hast du das Thema? Die wollen mir keinen Schnee verkaufen. Ja, guck mal, hol mir doch mal einen Kaffee, Mann. Dann würde ich vielleicht die ganze Sache ein bisschen entspannen. Weil ich bin komplett, also... Was los, der Kaffee? Ich habe geschrieben, ja, mittlerweile sollte ich dich kennen. Nein, na klar, ich weiß schon, wie das läuft. Wie der richtige Hut, ne, gehst du? Er hat geschrieben, Mann ey, du kennst mich doch, war nicht böse gemeint. Und als Freund bin ich immer für dich da, egal wieso und wann. Ich gehe mit vor der Tür, dass es einfach so ruhier wird. Das ist mein Bruder, also. Aber wir können doch nicht einfach meinen Bruder da unten reinschmerzen, Mann. Ja, der Weg, komm mal her. Rauch einen und gut. Das ist ein Kaffee. Bruder, wir kamen hier hin und einfach nur eine Frage gestellt, Mann. Weißt du, wie... Habe ich gerade meinen eigenen Stream gehört? Nein, Mann, wir haben nur eine Frage gestellt, Mann. Und schon werden wir in Handpässe hingelegt, Mann. Ja, das stand da bei dir. Nur weil man ein Nigger ist, Mann. Es ist so... Und du armes Ding. Das ist offen. Ich sperre eh nicht aus. Ah. Jetzt haben dir mein Bruder... Ja. Und mein Motorrad steht im Halterverbot. Na toll. Aber mal ganz ehrlich, kommt der echt mit seinem Bruder hier an, der per Haftbefehl gesucht wird? Alter, wie geil ist das denn? Stellt euch doch mal gerne selber. Danke. Er erleichtert uns die Arbeit. Aber sag mal, hattet ihr den Haftbefehl nicht? Alles gut bei dir? Ja, ja, ja. Ich halte einfach einen Abstand. Wer, ich? Ich halte einfach eine Abstand zu dem da vorne. Ja, keine Sorge. Ich versuche ihn ruhig zu halten. Ah, die Frau Davies. Aber ist er jetzt wirklich ins KD gekommen, um ein positives Führungszeichen zu bekommen? Ja, ist er. Obwohl er wusste, dass er eigentlich im Knast gesessen hat und ähnliches. Da saß er bei uns lange genug oben. Moment. Aber dass er seinen Bruder mitbringt, das war jetzt mal... Graf Dracula. Hey, Manning, Mann, wie geht's dir, Mann? Verkauf ihm die Schnee. Ich könnte mich nicht besser fühlen, Mann, aber man kam hierher und hat eine Frage gestellt und man wird direkt in den Handfesten gelegt. Kennst du doch das ganze Spiel. Ja, ja, was geht's? Total verrückte Sachen, Mann. Ja, Derek. Bruder, du hast dich bei mir gemeldet, Mann. Ich soll mich bei dir melden. Um was geht's, Mann? Machen wir gleich, Degar. Alles klar, Mann. Was ist mit dir passiert, Mann? Geht's dir gut? Nein, Degar. Ist nicht alles gut, Degar. Ja, okay. Meld dich, Mann. Ringen gleich, Degar. Ringen gleich. Ich wollte gerne meinen Blazer abholen. Also, warum sehen wir uns, Manning? Erzähl mal. Manning. Manning. Du Dracula. Ich sag dir, es sieht aus wie Eldia Blau, du höchstpersönlich. Mhm. Makellos. Makellos. Oh. Oh. Hä, ich hab ganz normal einen Frühwahrschein gemacht. Auch für uns B-Dealer gibt's keine Vorteile. Was reicht mir jetzt? Bisschen billiger, aber wär schon gut. Verdient. Wieso verdient? Wieso verdient Toral Zero? Oh, ich könnte ausrasten. Oh, ich könnte ausrasten. Oh, no, Lizenz. Willst du mich gerade rollen? Jetzt reicht's mir. Ich bin 10-7. Ich bin 10-7. Ich bin 10-7. Schönen Feierabend. Äh, Streit für Einzelleitung, willkommen. Hört's, willkommen. Einmal bitte den Dispatch anfahren. 10-4. Statt aus 3. Und jetzt geht's mir sicher. Heinlein. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Werder? Giano? Ja? Was hast du mit ihm gesagt? Dass ihr euren Streit klären sollt und dass, wenn zukünftig sowas geplant ist, das nur in Absprache mit mir und dem FAB funktionieren wird. Mehr nicht? Gebt mir einen Tipp, was ich noch gesagt haben soll? Keine Ahnung, auf Stur schaltet er und keine Ahnung, ich hab jetzt... Fuck, ich versuch ihn grad zu erreichen, aber er blockt die ganze Zeit. Also ich hab ganz klar gesagt, dass solche Sachen nicht mehr alleine gestartet werden und auch nicht mehr unter Kollegen einzeln geplant oder sonst was gemacht werden, wenn ihr so ein Anliegen habt und wir haben das ja auch auf dem Schirm, wendet ihr euch an mich, ich setz mich dann mit dem FIB zusammen, dann wird der gemeinschaftlich etwas überlegt und die gemeinschaftlichen Absprache aller Exekutivkräfte gemacht. Und dass ihr zwei als beste Freunde halt euren Streit definitiv lehren wollt, damit ihr kein Misstrauen habt und voll einsatzbereit für mich seid. Okay, alles klar, bis dann. So wie, ich sag mich später. Bis. Ja, Green. Wo bist du? Ich bin hier grad unterwegs mit, äh, also keine Ahnung, hier mit dem, mit einem Autoverkäufer und das MRP ist auch hier. Wo bist du? Bei Sunshine, äh, Autohandel, ich weiß nicht wie der heißt, also Sunshine Dingswurps, ja. Hä, wo soll das... Sunshine Drive. Wo ist denn das? Wo ist denn das scheiß Sunshine Drive? Äh, 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 ähm, west-, westlichen Süden, so am Hafen. Okay, ich komm. Ja, ist klar. Ich bin kein Snitch. Ich hab Manning nicht gesnitcht. Ja, komm. Was hattest du an meiner Stelle gemacht? Du... Ich bin... Ja, Manning wollte sich alleine mit einem OG treffen. Ich bin kein Snitch. Wieso kommst du nie hier rüber? Weil es ist einfacher. Okay. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Guck, Robert stimmt zu. Zero, sei ruhig. Oh Gott, der ist schon wieder, ey. Hey. Ja, Frau Green, wir waren grad eigentlich in einem Gespräch unter Männern gewesen. Ach so. Das ist gar nicht dienstlich. Doch, klar. Absolut dienstlich. Dienstlich. Ja, sehr dienstlich. Also, es geht nur um, keine Ahnung, was weiß ich für komische Themen. Komische Themen sind es auf jeden Fall, ja. Ja, wenn es ein Männergespräch ist. Du hast gemeint FIB. Ich wusste nicht, dass es deine Homeboys sind. Ja. Green, um das nochmal zu wiederholen, es ist gerade ein Männergespräch. Oh, ich mach auf. Geht das hin. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja Gibt es einen Grund, warum sie so schnell weggefahren sind? Es war ein Männergespräch, ich wollte nicht stören Ich dachte, es geht um etwas Dienstliches Oder irgendwie Ja, ging es auch tatsächlich Okay Auf jeden Fall würden wir auch noch mal ganz kurz mit Ihnen sprechen, wenn es möglich ist Ja? Lässt sich arrangieren? Wir stehen noch hier, ich weiß ja nicht Ob das möglich ist Also wir haben auf jeden Fall einen festen Plan Und Sie sind aktuell ja beurlaubt, deswegen konnten wir sich jetzt das Gespräch nicht involvieren Aber Sie können jetzt zumindest kurz vorbeikommen Dass Sie halt ein klares Statement von uns bekommen Äh Ist das jetzt von allen Seiten? Ich meine Was ist das? Das ist ein Statement? Ich dachte, es geht Können Sie mir das am Telefon sagen? Ja, ich würde es mal unpersönlich Kommen Sie doch vorbei Ja, das dauert noch ein bisschen Ich bin dann gleich der Wir können auch vorbeikommen Wir haben einen Heli Ja, wir haben einen Heli Ja, sowas haben wir beim FB Okay Ähm Ja Bei dem Ähm Wo nennt sich das? Das, äh Dieser Boat Center da Kenn ich nicht Boat Center, wo soll das sein? Ähm Weston des Highways Warte mal Können Sie überhaupt da mit dem Heli irgendwie parken? Nee, ne? Ich hab genug Möglichkeiten, aber Äh Ja Ich guck gleich mal auf die Karte und dann Finde ich das schon Alles klar Dann bis gleich Bis gleich Oh, ist das dein Ernst jetzt? Jetzt hab ich hier Oh, ist das dein Scheiße Ist das dein Ernst? Hä? Ich raff's grad nicht Ist das dein? Willst du mich grad rollen? Okay, danke Nee Oh Gott Ist immer so anstrengend hier Oh Gott Ich hasse dieses Ding Es wird nicht besser, ne? Es wird nie hier besser Äh 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 Und Äh Und Äh Und Äh Und Äh 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 Ich hasse, ich hasse diese Spielmechanik. Was wollen die denn jetzt? Was wollen die denn jetzt? So, wartet mal, ich esse mal schnell, sonst sieht es noch peinlicher aus, als es so schon ist. So, wartet mal, ich esse mal. So, wartet mal, ich esse mal. Ich bin ein Wettbewerb. Hättet ihr irgendwas? Hättet ihr irgendwas? wer soll es sein da muss ich auch noch was klären okay muss das jemand verstehen ich verstehe es nicht wie lange brauchen sie noch wir warten nur für menning gesteckte zahlen was sagen wir denn wenn wir jetzt die treffen warum ich weggefahren bin sag einfach war mir etwas zu dumm es war mir einfach etwas zu blöd die menge an clowns war mir zu viel hallo hallo blake ja hallo was machen die denn hier ich treffe mich hier gleich mit dem fb okay ja gut dann stellt sie nicht weiter alles klar wollte sie gar nicht ja ja Das würde ich jetzt sehen. Mitten auf der Straße. Wetten? Fast? 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 reported? Fast? Fast? Keine Ahnung, warum der der noch mit... Ich verstehe auch gerade gar nicht, warum Brooks kommt. Könnt ihr mit deinem Männern kommen, sonst kommt das wieder falsch rüber, nee, nee, hey, den Help können sie aber ruhig ablegen, sie brauchen keinen Schutz. So, also wo sie gerade gekommen sind, haben wir tatsächlich etwas niedliches besprochen und ich bin der Annahme, dass sie aktuell geurlaubt sind. Nee, ist noch nicht ausgesprochen worden. Ist nicht ausgesprochen worden? Nee. Okay, alles klar. Dann mein Fehler. Auf jeden Fall haben wir nochmal ganz kurz über die Sache gesprochen, durch einen doofen Zufall und haben uns einen Plan gemacht. Fakt ist auf jeden Fall, dass hier ein paar Dinge waren, die irgendwie nicht wirklich ausgesprochen waren, weil das aus meiner Sicht, wie er denkt, eigentlich korrekt ist, aber wie sie denken auch korrekt ist und man muss halt einen gesunden Mittelmaß finden. Und da irgendwas noch im Zwischenraum stand, was sich jetzt irgendwie noch zusätzlich herausgestellt hat, warum auch immer eigentlich total bekloppt, weil alle ja das gleiche Ziel verfolgen. Im Endeffekt sind wir jetzt so verblieben, dass wir langfristig halt einen taktischen Einsatz machen wollen. Das werden wir nochmal im Detail besprechen. Im Vorfeld aber versuchen zu ermitteln, wer derjenige war, da habe ich ihnen auch die Unterstützung angeboten von uns, dass wir das rausfinden, aber nicht um jeden Preis und nicht um jeden Kampf, so wie sie dementsprechend auch schon gesagt haben, das Risiko nicht eingehen zu wollen. Darum ging es jetzt ursprünglich eigentlich und ja, wie gesagt, sie waren zu dem Zeitpunkt in meinen Gedanken Urlaub und deswegen haben wir sie nicht dazu gebeten. Das war es auch schon, also mehr gibt es da gar nicht, ne? Genau. Okay. Oh shit, Herr Papa, wir müssen. Würdest du John nachher nach Hause fahren, irgendwie? Ist das möglich? Was ist der Ende? Was müssen wir machen? Ist was? Ja, kann ich jetzt hier nicht offen ansprechen. Echt nicht? Nein, sonst würde ich es tun. Das war es? Das war es? Okay, wir sind schnell los. Ja, bestimmt eine Klo, die noch nicht klar kommt, dass er weg ist. Nein, was? Nichts! Was hast du denn jetzt erwartet, was da auf dich zukommt? Ja, keine Ahnung, warum ich jetzt extra für so einen Scheiß, für den zwei Sätze da, das nochmal anfahren soll. Wie anfahren? Du hättest ja auch einfach da hinkommen können, dann hätten die jetzt nicht ihren dicken Helikopter da drauf. Ja, toll, wunderbar. Ihr habt ja doch aber verficktes Männergespräch. Ja, wenn du mich anscheißt bei allen Leuten, was soll ich denn da machen? Bei welchen Anscheißen bei allen Leuten? Ich hab klar, ich hab sogar... Du fährst mich doch jetzt, oder? Ja, sitzt du hinter mir oder nicht? Ja, ich hab mich jetzt einfach drauf gesetzt, aber er hätte ja sein können, dass du mich gleich runterstößt. Ach so, ich hab manchmal Angst um mein Leben, seitdem du heute schon ein bisschen... Ach so, ja, genau. Ja, 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 ja. Ich wollte nämlich auch mit deinem... Ey, lass mich doch mal gleich zum OG fahren. Oder hey, hey, lass uns doch nochmal mit Holloway treffen und fragen, wie es ihm geht in unserem Homie, ne? Green, ich weiß nicht, warum... Ah, richtig geil. Und danach gibt's Männergespräche und Titten beim Unicorn und für dich noch die Penisse zusammen mit Chloe. Perp hat mir schon recht gegeben, aber auch dir. Ich hab ja auch dir auch kein Unrecht gegeben. Ach komm, weißt du was, du, Joshua, ihr könnt euch alle einfach mal ficken gehen, okay? Das könnt ihr grad machen, ja? Einfach nur ficken gehen. Fuck! Oh! Ja? Hat gerade irgendjemand meinen Namen ganz laut im Funk geschrien? Ich bin nicht im Funk, ich bin im Feierabend. Achso, alles klar, weiß nicht Bescheid. Okay. Dann schönen Abend. Geh mir in, alles gut. Willst du kurz Luft holen? Ja, bitte. Die zwölf Stunden Zeit, die dein Vater vorgeschlagen hat, dass ich Auszeit nehmen soll? Erinnerst du dich? Äh, ja. Ja, die nehme ich morgen. Alles klar. Ich komm morgen nicht in den Dienst. Bis dann. Warte mal, er hat, das war kein Witz. Ich dachte, er hat gestern einen Witz gemacht. Du bist echt beurlaubt. Ja, ja, für euch ist immer alles lustig. Also, er hat dich, war es scheiße, Mann. Er hat dich echt beurlaubt. Es war ein Vorschlag, den ich selbst angenommen habe. Okay. Ja, weil ich keinen Bock auf diese Kindergarten-Scheiße habe und diesen Clown-Verein. Also hast du eingesehen, dass du ein bisschen... Ach, halt die Fresse, John, echt jetzt. Habe ich Bock, dich zu sehen, wie du... Weißt du, mach doch den Rambo. Und wenn irgendwie ein Purple Senior irgendwie nicht schalten kann, wie du es gemeint hast. Und einfach so, nö, sie verlieren ihre Marke. Was weiß ich für eine Scheiße mir noch geben muss. Ähm, verfickten Männertreffen und Männergesprächen. Okay, aber du bist ja auch gerade irgendwie nicht gesprächsbereit. Nein, bin ich auch nicht, weil als er aus dem PD rausgeht, du noch irgendwie einen auf Homey machst mit Holloway. Wie? Wie mit Holloway? Wie mit Holloway? Hast du dich gerade eben nicht vor dem PD gesehen? Ja, was soll ich denn machen? Soll ich ihm eine Kugel in den Kopf geben? Nein! Ach so, das ist deine einzige Möglichkeit. Entweder kuscheln oder kugeln. Nein, nein, Green, du hast gar nicht gemerkt, was ich gemacht habe. Ich habe einen ziemlich coolen Trick gemacht. So, und zwar war ich zwar nett zu ihm, verstehst du? Aber der Grüne, der mich angequatscht hat, der denkt jetzt, dass Holloway doch gerade vor Ort ist, weil er ein Spitzel ist. Siehst du, Green, ich bin nicht blöd. Ich habe alles immer unter Kontrolle. Weißt du was, John? Heute einfach nein. Gut, dass du die Arbeit geleistet hast, aber heute einfach... Weißt du was, du und Brooks, ihr alle, heute könnt ihr mich einfach dreifach diagonal am Arsch lecken und euch alle ficken gehen. So, hier, du bist zu Hause. Ja, danke, Green, warte, ich muss dir noch was geben. Was? Was? Wie, was? Jetzt seid doch nicht immer so patzig. Ich trage das jetzt den ganzen Tag schon mit mir rum. So. Ich weiß ja, du bist sauer auf mich. Aber trotzdem weiß ich, dass es Tage gibt, die dir eventuell wichtig sind. So, deswegen. Ja, du wirst schon wissen, was du damit zu tun hast. Hm? Follower. Alles okay? Ey, ist doch alles wieder gut, Mann. Ich bin dir ja nicht böse oder so. Ja, ich weiß, ich habe ein paar Sachen gesagt, die waren nicht nett gewesen. Ich habe niemanden zu haben. Das ist doch vollkommener Quatsch, Mann. Du hast genug, glaube ich. Du hast mich. Du hast Purple Junior, der sich viel Sorgen um dich macht. Danny Green. So, sag dir nicht immer selber, dass du irgendwo alleine mit irgendwas da stehst. So, und ich kann das verstehen, Mann. Die letzten Tage waren echt, echt viel, Mann. Das hält kein Mensch aus. Kein Mensch der Welt. Und ja, vielleicht hast du ja auch ein paar dumme Entscheidungen getroffen. Aber scheiß mal da drauf. So, und das Wichtige ist ja, dass du daraus gelernt hast. So, aber du musst halt, keine Ahnung, ich meine, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man dich beurlaubt oder so, aber du brauchst auf jeden Fall, du musst auf jeden Fall ein bisschen Luft holen. Ja, aber ich finde es von Purple ein Arschmove. Ja, vielleicht ist es gegeben in meiner Vergangenheit, aber dass er zu mir sagt, so, nee, strikt nein und seine scheiß unprofessionelle SMS. Und dann hat er das Gespräch mit dir und dann sieht er irgendwie das ein. Der kann sich auch so ficken gehen. Ja, also guck mal, die Sache ist halt einfach, da ist ein Mann, der hat Informationen und wir müssen diese Informationen bekommen. Ich weiß, ich bin doch für dich. Ich bin ja auch dafür. Aber wir hätten halt einfach mit dem Junior sprechen müssen, mit dem Chief. Und der hätte dann einen Einsatz mit uns geplant. Oder uns so einfach grünes Licht gegeben. Oder eine Streife haben wir uns. Ja, ich werde mich auch bei Purple Senior nie wieder melden, ey, dieser Wichser. So würde ich jetzt auch nicht über den Senior denken. Ich glaube, der mag dich sogar. Der hat sehr viele gute Stücke über dich gehalten. Und ich kann dir auch sagen, was, ja, der Senior. Und der hat auch irgendwie was jetzt erwähnt, bezüglich, dass du denkst, dass er ein schlechtes Bild von dir hat oder so. Aber er meint, das stimmt nicht. Ich kann ein Bild haben, was er will. Ich weiß, wer ich bin. Brauchen wir euch sehen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe aus meinen verfickten Fehlern gesehen. Verdammte Scheiße nochmal. Ich habe eine Narbe hier an meinen Beinen. Ja, klar. Es tut mir leid. Warum heute? Du bist mir wichtig. Und ja, ich habe gerade vor Wut deine komische Taktik gar nicht gesehen. Ich sah dich noch mit Holloway. Holloway ist ein PD. Brooks ist ein Arsch. Ich habe Brooks vorhin gesagt, dass ich ihn vermisse. Und er dachte, dass ich das irgendwie romantisch meine. Und er so, wow, wow, wow. Und ich so, nein, bist du blöd. Es geht um einfach, ob du... Boah. Okay, du hast ihm gesagt, dass du ihn vermisst, ja. Es... Als... Als... Das ergibt Sinn. Okay. Was? Was ergibt Sinn? Nichts. Was? Was? John? Ja? Du sagst mir jetzt sofort, was es denn ergibt. Was hat er gesagt? Oh Mann, ich will jetzt nicht noch wieder irgendwas... John? Ich soll mir nicht erst mal das Ganze sacken lassen. John? Wer ist die 31 jetzt? Du oder ich? Du erzählst mir jetzt sofort, was... Wo steht deine Loyalität? Ach, jetzt bin ich dir wieder loyal gegenüber. Willst du mich grad rollen? Also ich hab grad... Du hast... Wegen dir war das FIB mit nem Helikopter mir hinterhergejagt, weil die dachten, ich falle in die Hood rein. Hä? Ja, was meinst du, warum dein Helikopter auf dem Parkplatz gestanden hat? Okay. Die haben das Auto verfolgt, wo ich drin saß. Ja, das geht dir vielleicht... Das geschieht dir vielleicht ein bisschen recht. So. Jetzt sagst du mir, was Sache ist. Er hat eventuell erwähnt, dass er... Dass man vielleicht ab und zu Hunger auf Pizza hat. Was? Ja. Was? Ja, er hat gesagt, dass man... Dass er... Dass er... Er meinte gerade eben zu mir... Weißt du, Manning, irgendwie... Muss ich in letzter Zeit häufig an Pizza denken. Was hat er gesagt? Ja. Er meinte irgendwas mit schönem, knusprigem Rand mit Käse gefüllt. Aber dieses Synonym, da konnte ich nicht mehr folgen irgendwie. Was? Was? Hä? Ich sag ja, ich glaub... Ich glaub, da ist auch etwas bei Brooks. Und wenn du jetzt sagst, dass du ihm das gesagt hast mit dem Vermissen und so weiter und so fort... Ja, dann macht es natürlich Sinn. Ja, aber das war nicht so gemeint. Das war eigentlich als Kumpel gemeint. Ja, aber ich glaub, es hat für ihn ein bisschen mehr was bedeutet. Und du lügst mich nicht an? Nein, das hat er so gesagt, das verspreche ich dir. Er hat es so gesagt. Aber... Wie gesagt, da muss man vorsichtig mit sein. Ich... Ich... Pff, nee. Er ist mal Hü und dann ist er mal Hot. Ja, ich... Nee. John, du bist... Ich meine, er ist oft Hot, aber... John... Ja, was denn? Ja. Er ist mit ihr zusammen. Er hat sich für sie entschieden. Du... Das von heute Abend, das war ekelhaft, okay? Von uns beiden. Und... Ich will das nicht mehr haben, John. Ja, ich musste da kurz mal den Käpt'n rauslassen. Du hast den Käpt'n nicht rausgelassen. Du bist überall hingerannt und hast mich angeschwärzt wegen irgendwelchen Sachen, die nicht stunden. Weil du dabei warst, dich allein... Pst. Ich... Wir waren dabei, uns entgegen eine Empfehlung und den Rat des... Halt von Höherrangigen zu widersetzen. Und jetzt... Ja. Und... Ähm... Wie gesagt... Ich bin jetzt Käpt'n. Ich muss auf Giuliano aufpassen. Ich muss... Wir müssen auf das PD aufpassen. Wir müssen uns um Howard kümmern. All diese Dinge gerade, okay? Okay, Green. Ich hör' das schon wieder raus. Übernehm dich nicht zu viel. Der Mann ist ein Chief. Und ich meine, okay, er ist ein bisschen jung und unerfahren. Nein, er hat sich super entwickelt. Ja, hat er auch. Aber ich werde... Nein, es geht nicht um... Ich werde nicht Giuliano sagen, was er zu tun hat. Aber ich werde jeden zermalmen, der hinter seinem Rücken meint, äh, Giuliano, äh, Giuliano. Verstehst du? Ja, ich kenn dich, aber du steigest dich nachher rein und so. Du kannst dich immer die ganze Last auf deine Schultern tragen, Mann. Lass die Welt die Welt sein. Die soll sich einfach drehen. Okay. Ich habe... Es ist gerade einfach alles zu viel. Und eigentlich geht's mir... Eigentlich ging es mir gut. Der Tag war eigentlich relativ in Ordnung. Es ist nur jetzt... Ich will auch diese Informationen. Und ich weiß, wie sehr dir diese Information wichtig ist. Okay, John? Ich weiß. Und Gott sei Dank, hey, ich stehe hier noch vor dir. Ja? Wir werden diese Wichser hinter Gitter kriegen. Ist es nur... Ich habe gerade Körper im Nacken, okay? Ich habe gerade... Diesen Misstrauen ist leider in der Luft durch meinen Fehler. Ist viel zu offensichtlich da am Pier getroffen und alles, ja? Und ich muss gerade mit diesen Konsequenzen rechnen. Und wie gesagt, er sitzt mir gerade da im Nacken. Und ich will mich aber nicht wegen dieser ganzen Sache mit dir... in die Haare kriegen, okay? Ja, das verstehe ich doch. Ich könnte das Ganze ja auch gut einschätzen. Ich weiß ja, ich bin immer ziemlich besonnen. Versuche den Überblick zu behalten. Ja, außer wenn du besoffen bist. Da hast du keinen Überblick. Dann muss ich ihn mal aufräumen. Aufwischen. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass wir uns vertrauen können. Ja. Und da müssen wir auch bei bleiben halt. Aber okay, ich sehe es auch ein. Ich meine, ich würde jetzt nicht in den Schritt gehen, den du gemacht hast und zum FIB rennen. Aber du hast schon recht, wir müssen sowas anmelden halt. Das sehe ich ja. Den John-Snow-Move machen, weißt du? Weißt du, wie das rüberkommt, wenn alle in der Stadt davon reden? Ich bin es halt nicht gewohnt, mich ständig irgendwo abzumelden. Keine Ahnung. Ich gehe immer meiner Intuition nach. Und dann mache ich es meistens. Ich bin jemand, der etwas macht. Ich denke nicht viel darüber nach. Aber dafür bist du ja da, zum Glück. John, kann ich dir wirklich vertrauen? Warum durfte ich bei dem Männergespräch vorher nicht da sein? Also ich bin ehrlich zu dir. Ich war ziemlich verwirrt, man. Ich dachte die ganze Zeit, also wir haben das Gespräch geführt, worum es jetzt hier gerade überhaupt geht und so weiter und so fort. Und am Anfang haben die so Psychospielchen gespielt. Ich dachte, die wollten mich jetzt verarschen oder so. Ich glaube, die wollten mich so ein bisschen erkörre machen. Aber das haben die dann abgebrochen, wo du dann kamst. Na ja, jedenfalls haben die dich dann weggeschickt. Und wir haben das Ganze auf eine ziemlich lockeren und humorvollen Art besprochen und so. Und dann meinte Pöper Senior irgendwie noch lachend so, ja, ich rufe sie jetzt an, sag dir jetzt erstmal, dass sie beurlaubt ist. Und dann habe ich noch gelacht, weil ich dachte, der macht einen Wildzeit. Aber ja, in Teilen bist du es wirklich. Ja, keine Ahnung. Ich war gerade eben eigentlich nur, hast du irgendwas noch über mich gesagt? Waren jetzt da gerade vor Ort oder was? Ja. Wo, bei Junior oder Senior? Bei Senior, eben da bei eurem Männergespräch. Was hast du über mich gesagt? Bei Senior eigentlich weniger. Aber anscheinend stand die Beurlaubung da vorher schon fest oder was? Nein, das lag nur als Vorschlag in der Luft. Okay. Naja, ich habe ihm jetzt natürlich erklärt, wie das Ganze abgelaufen ist halt. Und naja, ich habe ihm natürlich auch von dem Anruf erzählt bei Mr. Steel halt. Ja. Und dass das halt auch einen aggressiven Unterton hatte. Und dass das halt auch hätte in die Hose gehen können. Ja, hä? Hey, sorry, aber hast, guck mal, ich habe Pörper gesagt, dass das halt nicht geht. Und ja, ich muss dann halt einfach sagen, dass du das halt noch wolltest. Weil du wolltest, also du klangst halt so, als ob du das im Alleingang gemacht hättest. Nein, nein, ich hätte mir auf jeden Fall grünes Licht bei Pörper. Guck mal, die Sache ist die, als du im Krankenhaus lagst, da mit deinen Verletzungen und so. Ja, da habe ich vor dem Krankenhaus mit Pörper Junior gesprochen. Und er hat mir versprochen und wir haben uns gegenseitig geschworen, dass wir das gemeinsam durchziehen, so zu zweit. Okay. So, und deswegen, selbst wenn ich irgendwas vorhätte, dann würde ich das mit ihm abklären. So, auch wenn er nicht mein Chief jetzt gewesen wäre. Ich weiß gar nicht, ob er damals schon Chief war, bin ich mir grad unsicher, aber selbst wenn er nicht mein Chief wäre, dann wäre er meine Anlaufstelle für sowas. So, weil ich ihm vertraue. Und weil er mir das geschworen hat und versprochen hat. Ich habe ihm das damals auch mit meinem Halbbruder erzählt, also er kennt mich. Hm. So, aber du warst halt vorhin total aufgebracht. Ja, aber ich verstehe. Ja, du, warum hast du mir das denn nicht gesagt, dass wir einfach Follower? Warum hast du mich nicht, wir hätten eigentlich das, das Gespräch vorhin, was ihr jetzt scheinbar gemacht habt, hätten wir vorhin auch machen können. Also entweder hast du nicht richtig, ich war hier gerade einfach ein offenes Buch unehrlich. Pörpa hat irgendwie nicht geschaltet. Nein, ich war nicht hysterisch. Du bist ja auch wieder laut. Okay. Ich war nicht hysterisch. Ich habe in dem Moment das getan, was ich hätte tun müssen, nämlich das Melden. Und das habe ich getan. Und weder Pörpa Senior ist auf die Idee gekommen, hey, lass uns das doch mal mit einem anderen Blickwinkel sehen, noch hast du gesagt, du hast mir gesagt, ich soll das gar nicht melden. Das warst du. Ja, aber nicht dem FAB. Ich wollte es ja dem Chief melden. Das hast du mir nicht gesagt. Ich käme ja nicht dazu. Du hast ihn ja sofort angerufen, den Senior. Du warst halt hektisch und bist halt nervös geworden. Ja. Ja gut, okay, jetzt haben wir das ja geklärt. So, und ich konnte die beiden wenigstens davon überzeugen, dass das doch Sinn macht, da irgendeinen Einsatz zu planen jetzt. Keine Ahnung, was sie jetzt daraus machen. So, aber wichtig ist halt, dass da was gemacht wird. Und ich hoffe natürlich, dass das sowas wird, dass wir da irgendwie ein Treffen machen und dabei abgesichert werden einfach, damit der uns die Informationen gibt. Weil ich bezweifle, dass er uns die Informationen gibt, wenn wir ihn ins PD einladen oder in die Hood einreiten und ihm dann quasi die Knarre auf den Brust legen. Okay, ich will das, mir war das extrem gerade unangenehm, dass wir uns beide vor denen da irgendwie gezofft haben. Ja. Ich meine, ich erinnere dich immer noch an den Helikopter, der da gestanden hat. Du gehst da einfach in Feierabend, gerade nach dem Ding und vor allem, da war doch irgendein Lilianer gerade vorm PD. War das nicht Stihl? Ne, das war nicht Stihl. Das war, ich weiß nicht mehr seinen Namen, aber keine Ahnung, der wollte ja ins PD, der wollte ja nicht zu mir. So, und ich wollte in den Feierabend, da hättest du den Luca gefragt und Weber, die waren glaube ich auch in den Feierabend. Aber die hätten das gewusst, dass ich mir ein Auto kaufen möchte. Ja, du hast doch ein Auto. Es wird mir geklaut und ich habe es immer noch nicht gemeldet für Mega Dein. Das kann auch Räger geben. Mit dem geklauten Wagen. Ja, melde es, bevor es, ja. Ja, da ist die Dienstwaffe von Walker drin. Oh, was? Ja, aber jetzt scheißt mich nicht wieder sofort an. Ich scheiß dich nicht an. Meldes bitte selbst. Ja. Ich habe dich nicht, guck mal, pass auf John, ich sage es dir jetzt und ich sage es dem Vertrauen, ich habe es gerade schwer, okay, der Druck ist da, die Leute in PD mögen mich nicht, ich muss mich noch beweisen, dann habe ich noch Titten, dann muss ich mich noch doppelt und dreifach beweisen und dann ist da Puppersenior, bei dem ich mich zehnfach beweisen muss und Brooks, die History kennst du. Ich will einfach nicht vor denen scheiße dastehen. Ja, Green, mach dir nicht so einen Kopf, Mann. Du machst das schon gut, aber umso mehr du dir da sowas einredest, umso mehr machst du dir selber Druck halt. Ja. Du musst die Sache entspannter sehen, Mann. Du siehst doch, wie die Gespräche laufen, die Kollegen sind danach begeistert. Hm. So, Versuche, wie, du musst halt lass sie fair sein. Okay. Sei der Kumpel, aber wenn es, wenn es schwere Dienstverstöße sind oder so, dann musst du, dann musst du die Mami raushängen lassen. Ja. Jetzt schreibt mir Brooks, ich hoffe, ihr konntet das klären. Sorry fürs Assi sein vorher. Körper ruft an. Ja? Emily wurde abgestochen. Was? Nicht im Krankenhaus, das ist bei Bewusstsein. Sie hat die Türen alle abgeschlossen. Im PD war als Leitstelle vor Ort. Die haben irgendwie die Tür aufgebrochen bekommen, sind reingekommen, wurden getasert, haben trotzdem... Wer, wer, wer hat der... Ich komm, ich komm ins Krankenhaus. Ich komm ins Krankenhaus. Okay, bis dann. Was ist passiert? Emily wurde abgestochen. Stark? Ja. Fuck. Hä? Oh Gott. Kleine Wichser, ey. Warte mal. Oh, scheiße. Boah, diese Kleine Wichser, ey. Wie übrigens dieser Autoverkäufer. Ah, ich erzähl dir das später. Nee, warte mal. Lass mich mal schnell zum PD. Ja, ja. Dann ins Krankenhaus. Ja, ja, ja. Okay. Ich will ne Waffe tragen. Ja, wir sollten auch langsam so einen Schein beantragen. Oh Gott. Ja. 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 Oh, fuck. Fuck, warum bin ich vorhin in den Feierabend? Das ist alles meine Schuld. Scheiße. Ich hätte vorhin nicht in den Feierabend gehen sollen, wütend. Fuck. Was hat denn das damit zu tun? Man, Green ist, hör auf. Mach jetzt nicht schon wieder wegen sowas Vorwürfe. Nein, es ist... Okay. Was ist denn jetzt schon wieder los? Was denn? Okay. Nee, komm. Holst du einen Wagen bitte? Ich muss meine Waffe aus dem Handschuhfach holen. Ich muss meine Wagen... Ich hasse die, ich bin Mechaniker, ich hasse die. Warte, 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 warte. Oh, fuck, Alter, es gibt's doch nicht. Moment. Was sind alles wieder drin? Ich hab keine. Lass mich mal. Ich hab jetzt, warte mal. Warte mal. Dann trenn dich doch von ein paar Sachen. Ich trenne mich doch von ein paar Sachen gleich. Warte mal. Ich raste aus. Ich raste aus über diesen Scheiß. Du kannst dich doch mal ficken gehen. Was ist denn los? Gib mir doch einmal das, was ich will. Hier ist doch meine verfickte Schuhe. Ich bin schwer gepisst. Jetzt gib mir doch einfach das, was ich will. Ich hasse dich. Dann gib sie mir doch. Ich will sie wieder tragen. Die Waffe musst du über die Tasche ausrüsten. Ich kann sie nicht über die Tasche ausrüsten, weil es nicht geht. Ich trage die Tasche gerade nicht. Wie kann ich denn die aufsetzen? Ich kann die nicht aufsetzen. Wie kann ich denn das verfickte Teil aufsetzen? Ich bin tot. Ja, ich weiß. Aber wie kann ich jetzt gerade die Tasche tragen? Willst du mich verarschen? Ich hasse diese... Ich hasse... Das ist so peinlich. Das ist doch fein. Das ist doch ein Bug, ey. Du kannst mich doch einfach... Ich hasse dich. 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 Gib mir doch einfach die verfickte Tasche. Gib sie mir. Gib sie mir. Gib sie... Was ist denn jetzt schon wieder los? Was willst du? Gib mir... Es geht nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Es geht doch mal nicht. Ich hasse das. Ja. John. Ich hab... Vergiss es. Ich bin... Wir lassen uns erst mal zum Krankenhaus. Die Tür ist zu. Okay. Kommst du rein? Ja, zum Krankenhaus. Los. Ich hasse diese Scheiße. Ich hasse, 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 hasse. Hasse, hasse. Ich hasse es. Hasse es. Hasse es. Kann sich ficken gehen. Oh, fuck. Ich hasse, 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 hasse. Was ist das? Das ist meine Kliczenta. Toni Martins. Mein Name ist das. Was kann ich für Sie schon. Ja, hier ist PD 31 55 wegen der Frau Stark. Könnten wir hinten reingelassen werden? Von hinten sind sie, ja? Wir sind jetzt im Foyer. Okay. Okay, alles klar. Ich hole sie ab. Alles klar. Ich hole sie ab. Ja. Ist offen, können sie durch. Woher denn? Na, Frau Green? Hey. Ähm, Nutze-Info für Sie. Hier kommen auch gleich noch Marshalls. Tschüss. Äh. Okay. Die dann auf die Dame aufpassen. Äh. Ansonsten, wenn sie dann über die Nacht heute hier bleiben, werden wir sie sowieso in ein privates Zimmer etwas weiter im hinteren Bereich rüberbringen, ja? Ja. Sie liegen nicht hier auf der Intensivstation. Ähm. Davis, mein Double T ist auf unserem Mitarbeiterparkplatz vorne. Ja, meine ist hier beim Krankenhaus. Ich bin mit meiner Uniform und Double-D-Helfer. Ja, ich würde hier bleiben. Ja, machen wir so. Komm mal kurz mit, bitte. Henning. Ja, Frau Stark, sie hat mich auch bemerkt. Ja. Welche Wichser waren das? Wissen wir nicht. Es waren wohl zwei Personen, weiblich, männlich, ins PD, trotz abgeschlossener Tür. Das frage ich mich, wie das geht. Hä? Ja, sie hat auch beide getestet, hat beide wieder aufgestanden und haben beide auf sie eingestochen, wie sie gerade gesagt hat. Waren die unter Drogen, oder was? Ich weiß es nicht. Ich hatte bloß, war gerade im Sonny Shores Körper, habe mich angerufen, wer gerade im Funk geschrien hat. Ich nicht, ich bin nicht mal im Dienstag. Na ja, fahr mal hin. Okay, auf dem Weg, dann lag sie vorne in der Eingangshalle. Und Türen waren zu. Und ich glaube nicht, dass sie, bevor sie umfällt, die Tür abschliesst. Sie hat auch gesagt, sie hatte vorher die Tür abgeschlossen. Oh Gott. Die Ärger ist, warum ich wieder auf den Dienst gegangen bin, weißt du? Ja, dreimal darfst du raten, wenn es mir geht. Scheiße, dieses Gefühl. Wir dürfen, müssen eine Anordnung geben, dass abends keiner mehr alleine im Dienst bleibt. Das geht nicht anders. Nicht, 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 ja, irgendein, nee. Ja, naja. Ich, äh. Ja, also ich bleib übernacht hier. Aber sie geht in Einsätze. Und Marsha, wir bleiben auch übernacht hier zur Überwachung. Alles klar, okay. Hat eben die, äh, Staatsanwältin oder Richterin, was das ist. Mhm. Zuckerwatte so angeordnet. Okay. Das ist der dritte Mal, dass ich wieder in den Dienst gekommen bin. Ich bin eben wirklich mit meiner Privatmaschine hierhergekommen. Ja, ja. Weil ich keine Lust hatte, noch ein Auto auszufangen. Okay. Der Mann, ich hatte so eine dumme Ansage über das Telefon bekommen. Weil ich keine Zeit hatte. Es ist leider manchmal buggy, ne, Leute? Das ist so, ne? Und dann, wer weiß, wer noch reinkommt ins Video hinter mir? Ich bin ja bald ausgezickt. Der Eisenhauer. Oh Gott. Herr, ich tue doch in meine Zelle zurück. Okay, ja, jetzt gerade nicht. Sehen Sie, dass ihr verletzt? Ja, dann hau ich ihn ab. Okay, ja, dann werden Sie den berichterlichen Beschluss gesucht. Das ist mir real. Okay. Aber sie sollte hierbleiben. Sie wollte nach Hause. Sie soll aber wirklich hierbleiben. Besser ist es. Nee, nee, nee. Oh, ich weiß nicht, ob... Die Dame bleibt hier. Äh. Hier wird nicht irgendwie nach Hause gegangen, Frau Stark. Sie erholen sich hier. Ja. Oh. Anweisung. Ja, Frau Golin. Ja. Ich weiß nicht, ob der eventuell was damit zu tun hat. Keine Ahnung. Ich weiß, dass es eine... Okay, warte mal. ...weibliche und männliche Person war. Es waren zwei Leute. Okay. Haben Sie... Frau Stark, haben Sie sich heute mit irgendjemand angelegt? Nein. Haben Sie irgendjemanden... ...aufgeregt oder... Wie gesagt, der Holloway war da mit seinem Bruder. Ja, das habe ich mitbekommen. Ja, und der Haftbefehl gegen den Bruder wurde vollstreckt. Ich weiß jetzt nicht, aua, ob der eventuell was damit zu tun hat. Und Sie haben die Personen getasert? Ich habe beide Personen getasert, ja. Sie haben beide Personen geschafft zu tasern? Ich habe beide Personen getasert. Dann wollte ich weglaufen, weil ich... Wo waren die beim Stürmen? Waren Sie hinter dem... Ich war hinter dem Tresen, ja. Und dann bin ich noch innen drin gegen die Zuhörteur geknallt. Aua, und dann nahmen die mich, ja. Ich habe dann auch versucht zu funken. Es gab wohl einen Giuliano durch, aua. Und das war's dann. Oh Gott. Oh mein Gott. Was denn? Oh Gott, Giuliano hat mich deswegen angerufen. Oh, fuck. Frau Stark? Ja. Wie hat sich der Holloway in Ihrer Anwesenheit verhalten? Aggressiv. Wie ich mich verhalten habe, ruhig. Kann der Queen bezeugen? Ja, ich kann das bezeugen. Frau Davis auch? Ja. Wie lange ist der Unterschied zwischen dem Besuch von Herrn Holloway und der Zeitpunkt der Täter, als sie das getan haben? Wirklich 10 bis 15 Minuten. Ich weiß aber nicht. Ich bin dann ins PD gegangen, habe mich hingesetzt. Die waren wohl noch draußen. Und habe da keine Ahnung, was er dann gemacht hat. Leute, wir kennen es, okay, irgendwelche Bugs oder irgendwelche D-Sings tun halt eben solche RP-Situationen hervorrufen, Leute. Also ich würde da jetzt nicht eine Welle machen. Es ist passiert. Hey. Ich habe mit dem eigentlich nicht mal Kontakt. Ihr kennt meine RP-Stränge. Also chillen wir doch mal. Er war irgendwann mal im PD und meinte, ich will mit ihm fliegen, ich will mit ihm fliegen. Und damit er sich ruhig gibt, habe ich gesagt, ja komm, hier hast du meine Nummer. Und du gibst mir deine und ich melde mich irgendwann, dann können wir mal zusammen streiten. Ich habe dir einen Sollmetschen da gelassen, wir sind ja nicht angekommen. Aber einfach eine ruhige Stelle, damit wir dir unsere Ruhe haben. Wer hat uns entführt? Welche Farbe war das? Äh, farblos. Ah, okay. Also. Die meint mich. Du hast doch vorhin irgendwas, was hast du gesagt, was hat denn die ankarriert? Irgendwas? Schwarz. Ich habe mir mal jemanden mitgebracht, ja. Hallo, Alex. Hallo. Na, grüß euch. Dann waren die zu zweit, während sie den anderen, die sind schon geteasert oder wieder aufgestanden. Die sind halt nicht ewig und dann haben sie weiter auf sie eingestrichen. Es ist zwar einfach Backe, sie sind für die Redaktion. Es war ein... Hey, 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 Leute, chillt doch mal. Leute, was ist denn hier los? Wir haben die Leitstelle gedroht. Leute, was ist denn hier los? Was ist mit, äh, Backe... Warum soll das RDM sein? Wenn es einen RP-Hintergrund hat, dann hat es einen RP-Hintergrund. Wacht mal bitte ganz langsam, okay? Okay, ich möchte sowas nicht... ...im Raum befinden sich nur Vereinigte aufgestanden. Das, äh, das, äh, der Support wird sich das angucken, bestimmt. Womit hat er euch gedroht? Aber chillt doch einfach mal. Und wenn jemand unter Drogen ist, dann ist auch ein Taser-Angriff immer noch legit. Okay. LSPD, PD26er Apparat, womit kann ich leisen? Mhm. Das Telefonab wird dann auch ziemlich kurz gehalten. Aber er war dann nicht irgendwie nochmal bei euch fort und hat irgendwie Stress gemacht. Ja, Tüten. Nein, hätte auch gar nicht die Möglichkeit, dass er das bei dir im Kassett im Zentrum war. Okay. Wir haben ja, äh, Gianno? Ja, bitte? Wir haben ja, guck mal, wir sind auch gestern da in die, in die, mit der, mit dem Einsatz da, bei diesem Kampf. Ja. Es sind grad, ne? Es ist grad einiges so. Also ich, ich kann mir echt schwer vorstellen. Auch, okay, nein. Kann immer noch patientell verdächtiger sein. Aber, es kann so vieles sein. Aber es war ja eine Dame dabei. Ich danke euch, Marge. Danke dafür auf jeden Fall. Ja, die Dame, ich hab, bei Holloway, war vorhin bei Holloway eine Dame? Ja, ja, doch, doch. Nee, die gehörte nicht zu ihm. Die gehörte nicht zu ihm. Da hat er wohl noch zu ihr gesagt, was will ich zu mir jetzt grad auf den Nerven? Also die gehörte definitiv nicht zu ihm. Okay. Und als wir ihn gesehen haben, war er auch mit einem Typen unterwegs? Ja, das ist ja der sein Bruder gewesen, der in die Zelle gekommen ist. Die einzige Frage ist, die sich jetzt mir gestellt hatte, war, ob da jetzt irgendwie in Holloway ein Groll gegen den Körper oder sowas mit sich zieht. Äh, also nur so den Beif, die behaupten jetzt, nach seiner Aussage hat er gegen gar keinen PD-Beamten mehr in Groll. Er will einfach bloß noch seine ordentliche Schiene fahren und will seinen Waffenschein bekommen, hat er vorhin zu mir gesagt. Ja, genau. Er hat doch gesagt, er ist voll sauer, aber er möchte doch keinem was antun. Er will bis wissen, warum sein Bruder jetzt eingebuchtet wurde. Ja, ich weiß, dass ich zu niemandem, aua, bisher eine große Fresse gehabt hab. Ja, das glaub ich ihm vorstelle. Nee, sie war noch sehr diskriminiert. Aber die Sache ist halt, dass Holloway, äh, davon ausgeht, dass sie mit Herrn Pörpa zusammen sind. Was? Ja, das hat er erzählt. Mhm. Hat, äh, Moment, hat Herr Pörpa ein Problem mit Holloway? Das hab ich ja gar nicht gehört. Ich hab grad eben schon gesagt, ich hab mit Herrn Holloway einmal ein Gespräch geführt, das war, boah, wie lange ist das her? Ja, zwei Monate, nee, Lüge, anderthalb Monate, ein Monat ungefähr. Das war zu dem Zeitpunkt, als hier die Kühe vom Highway runter in die Stadt gerannt sind. Erinnert sich da irgendwie jemand von euch dran? Nein. Kühe? Wir hatten mal einen Einsatz, da sind Kühe, so gesehen, äh, Kühe tatsächlich in die Stadt reingerannt und gleichzeitig hat sich ein Autounfall, äh, am Würfelpark ergeben. Aber ich kriege jetzt gleich die Krise. An dem Würfelpark war dann Herr... Äh, was für die Leitung mit dem 26-Jährigen Apparat, womit kann ich helfen? Wenn es bei irgendjemand anderen noch rumgesprochen hat, dass Stark die Freundin von, äh, Gianna Pörpa ist, dann hat vielleicht jemand anderes gedacht, so, ne? Ja, das Ding ist, das Ding ist, sie ist es ja nicht, das ist ja das Lustige. Ja, das Lustige ist, ihr werdet zusammen gesehen, da fragen sich nicht Leute nach irgendeinem Ehevertrag oder ähnliches, man hat euch optisch gesehen, also denkt man, okay, die gehören zusammen. Ja, das ist mal wieder das Thema, der IQ des durchschnittlichen Ganglers in diesem Staat betrifft ungefähr die Anzahl der Mannsstärke der Marsch jetzt. Ja, aber Kollegen reden auch, das ist ein normales Denken und ich hab auch damals, Frau Stahl, ganz so klar deutlich gemacht, was für Gefahren diese Situation mitbringt. Ihr seid trotzdem gute Jungs, das war nur ein Vergleich. Also, ihr habt nicht gesagt, dass die Penisgröße ist. Ja. Kann sein, dass ich morgen Ärger kriege. Warum? Weil ich diesen Herr Eisenhauer nicht in die Zelle gesteckt habe. Ich gewandt es nicht, ja, eine schwer verletzte Person am Boden oder jemanden, der hinter mir herumdackelt. Wer hat da jetzt den Anruf getötet? Eine schwer verletzte Person ist wichtiger, ist doch logisch. Der ist jetzt abgehauen von mir und hat gesagt, geil, bin ich frei. Ja, hol ich mal einen später zurück, ist sogar kein Problem. Hab ich gesagt, dann holen wir sie per Gericht zurück, ist mir auch egal. Das ist das, was sie auch besser lernen müssen. Wir können auf Zeit arbeiten tatsächlich. Zwar nicht auf unbegrenzte Zeit, aber ein Mensch in Gefahr ist immer wichtiger, als jemandem eine Haft anzuhängen. Hat der eine Fußkette? Oder diese... Fußfessel. Fußfessel? Fußkette gefällt mir. Aber hat er eine Fußfessel? Der, äh, Eisenhauer? Womit ist er überhaupt aus den Zellen raus? Ich weiß es nicht. Vostark, machen Sie bitte mal langsam. Ebenfalls, Frau Davis und Frau Zuckerwatt, könnten Sie einmal, also ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber einmal kurz, ich wollte einmal kurz mit den drei Herren und der Dame einmal kurz alleine reden. Ja, und dann gönnen Sie sich bitte etwas Ruhe im Anschluss her. Gute Besserung. Danke. Ähm, Herr Pöpper, hat Herr Pöpper Szene davon erfahren? Aktuell noch nicht, nein. Und ohne eine fertige Akte brauchen wir ihn auch noch nicht zu informieren, weil wir erst die komplette Akte fertig machen, damit wir die Akte gleich vorlegen können. Zumal auch da, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bin ich zwiegespalten. Das ist eigentlich, ist hier eine Ermittlungsarbeit. Aber jetzt mal, jetzt mal Tacheles auf den Tisch. Ja, wer soll denn das wissen? Das ist halt die Frage, weil im Endeffekt, wer weiß es, nicht mal mein Vater weiß es, weil selbst da habe ich es abgestritten. Gut, okay, Sie wissen aber, wie es auf der Straße ist, ne? Wenn es einmal von, jetzt nehmen wir es einfach mal an, von Holloway irgendwo breitgetreten wird, dann... Aber woher soll Holloway das denn wissen? Ich würde es sagen, ich habe ja mit dem gar keinen Kontakt. Es ist nicht... Es ist geäußert, ich habe es gehört, wie es geäußert hat. Mir gerade ist klar geworden, so. Wann hat er das denn geäußert? Bitte? Wann denn? Wo wir am Pier, also wo Frau Green das Treffen am Pier hatte mit dem Mann. Da hat er so komisch nachgefragt. Also ich habe es verneint von vornherein aus, aber... Da wart ihr auch wieder privat unterwegs. Zwar dienstlich, aber das weiß ja niemand. Das weiß ja die... Frau Sachs, ihr erinnert sich an unser Gespräch? Ja, ich weiß es doch, Frau Green. Frau Green, seien Sie mal stolz auf mich. Ich habe die beiden noch getasert. Ich... Ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf Sie. Danke. Die zwei Personen, die kann sich mal so richtig ficken gehen. Aua. Ne, die werde ich ficken. Dann wird es Gangbang. Sorry, Pepper. Bin ich absolut dafür. Alles klar. Stille halten, Frau Stark. Nein. Fakt ist, als da wird sowas genau nicht passiert, gehe ich ja aktuell den Weg, dass es einfach eine Sache ist, die... ...weil ein Großvass angeht, aktuell. Ja, jetzt ist es anscheinend sowieso zu spät. Da werde ich mich aber darum kümmern. Ja, aber wie willst du dich denn darum kümmern? Es gibt immer mögliche Möglichkeiten und Wege. Sonst wären wir keine Officer. Sondern nur ein Haufen zusammengewürfelter Idioten. Ich denke nicht, dass ich alleine bin, wenn ich eine Leitstelle irgendwo in einem Büro... Am besten wirklich... Weißt du, wie ich immer nachts eine Leitstelle mache, wenn ich nochmal Bürosachen fertig mache? Ich setze mich nie nach vorne. Ich setze mich immer oben in die Büros oder im Captain Office. Danke, dass der Tipp so früh kommt. Frau Green, könnten Sie... Könnten Sie Giuliano Nackenklatscher geben? Oh. Ich muss es tun... Es ist... Frau Green, ich bin im Dienst. Ist mir egal. Okay, Ausnahmsweise. Moment. Äh, Davis ist beschäftigt, oder? John, stell dich mal hier neben mir. Es muss jetzt wirklich nicht jeden sehen, dass ich den Chief gerade... Also, ich kann das nicht zulassen. Sorry. Herr Mann, ist sehr gut. Auah. Wow. Danke. Gott. Das war eine Ausnahme. Das hat gut getan. Bei Genesungen sehr geholfen. Das freut mich. Die beste Genesung für meine besten Mitarbeiter. Herr Pörper, sie braucht Endorphine. Das macht sie gerade glücklich. Das ist okay. Ja, ist doch okay. Gut, alles klar. Zumindest hatten wir heute keine Geiselnahme. Nur eine, aber... Ah. Ja. Warum lachst du? Nein, hatten wir ja. Das ist irgendwie Tagesgeschäft, so. Besprechung, Dienstbesprechung da. Hier, da und... Keine Ahnung. Das ist alles ein bisschen schwierig, ne? Ähm... Moment, eine Frage. Kann sie... Äh... Kann sie... Kann sie eventuell entlassen werden? Weil ansonsten kann sie ja bei mir heute schlafen. Herr Pörper? Ich hab da nicht mitzuregen, glaube ich. Äh, ich frag sie auch gar nicht, Frau Stark. Sie haben gar nichts zu reden. Höre es euch beiden, ne? Hm. Wenn ihr beide morgen nicht gesund vor mir steht und sagt, uns geht's gut. Ja, sie begleiten uns jetzt natürlich bis dahin. Mama, aber eigentlich... Also ich meine, sie hat jetzt sowieso... Ich weiß, darf sie überhaupt morgen arbeiten? So bei der Einladung würde ich nicht nein sagen, Mr. Pörper. Was? Äh... Frauen only. Ach so, okay. Ja. Aber... Ja, Frau Stark? Was ist los? Schlagen Sie jemanden, der schon angeschlagen ist? Ich glaube nicht, oder? Wieso? Warum soll ich Sie mich schlagen? Warum soll ich Sie schlagen, Frau Stark? Sagen Sie mal. Ja, ich... Aha. Was soll ich sagen? Ich wohne sowieso schon bei Pörper. Also von daher... Also eigentlich... Äh... Ja. Das Ding ist aber, der Pörper ist ein Chief. Der muss morgen wieder in den Dienst. Ich habe für morgen einen Urlaubstag. Und Sie sind verletzt, also dürfen Sie morgen auch nicht arbeiten. Frau Stark. Dementsprechend werden wir den ganzen Tag bei mir verbringen. Ja, ich so genehmlich klärt, wenn wir den Medica haben. Aber ich will morgen einen Anruf von euch beiden haben, dass es euch beiden gut geht. Sonst regnet doch komplett am Rad hier. Frau Stark, überlegen Sie sich das gut. Ich glaube, Frau Green ist nicht ganz... Ja. Bis Frau Day, bis ich da gehen. Kein Problem. Pass auf, sich auch. Gut, dann werde ich den Medica jetzt darüber in Kenntnis setzen. Was denn? Nix. Alles gut. Okay. Ach, diese Schweine, ey. Das ist gerade so ein... Ich bin offiziell am Arsch. John, wann gehst denn du morgen... Was? Nein. John, wann gehst du morgen... Wann gehst du morgen in den Dienst? Ähm. Oder gehst du morgen? Ich weiß gar nicht, ob ich dir Auskunft geben kann, solange du Urlaub bist. Nimm ich gerade rollen? Aua. Ja gut, ich denke so gegen 20 Uhr oder so. Ja? Okay, ähm... Ja, dann komm du doch auch zu uns, okay? Was? Wann? Jetzt? Nein, morgen... Ja, jetzt, ja. Zu euch beide? Ja. Warte, in deine Bude? Ja. Ist die cool? Klar. Oh Gott, ich habe da deine letzte Bude gesehen, das weißt du, ne? Ja, ich weiß. Was sag ich? Sie wissen, dass Frau Green nicht gerade die sauberste ist. Möchtest du mich gerade rollen? Ja, das nehme ich da. Frau Green ist meine Ausbilderin, die... Ja, klar. Keine Erinnerung. Siehste, 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 ey, ich bin dein Käpt'n, Manning. Halt die Fresse. Bist du mein Käpt'n? Das ist doch, ich bin dein Käpt'n. Ich bin die Käpt'n. Oh, oh, wer hat den Rang 7? Sei ruhig. Wow, ich habe noch nie meine Markenschwanzlänge so raushängen lassen. Holy shit, das fühlt sich irgendwie geil an. Hm. Sag ich, Sie wissen, dass Frau Green überall Bilder von Frauen hängen hat, bei sich in der Wohnung, oder? Warum nicht? Frauen sind doch schön. Oh. Bing, bing, bing. Ba-bam, 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 ba-bam. Mit den weiblichen Körpern ist definitiv schöner als den männlichen Körper. Oh, bing, 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 ba-bam, ba-bam, ba-bam. Ja gut, okay, ich merke schon, ihr seid total verängstigt, junge Frauen, die einen Beschützer brauchen. Meinetwegen kann ich mich euch anschließen und den Wachmann spielen. Okay, gut. Dann beschütze ich mal den Käpt'n. Hm. Hm, 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 hm. Achso, ich bin ja, wie gesagt, ich bin für morgen beurlaubt, Frau Star. Warten Sie, Frau Green, ja, ich bin nicht alleine. Der Marsch-Service ist hier, Frau Green ist hier, Herr Manning ist hier, Herr Pörper ist hier. Ist das Wolf? Eigentlich sind alle hier. Das ist Wolf. Okay, das ist Herr Street. Achso, ja, weiß ich gar nicht. Kann jemand dem Medic Bescheid sagen, dass er Street hier rein darf? Ey, 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 du Backseat-Gamer. Kann jemand mal bitte Knatterlatte-Timeouten? Kann jemand bitte Knatterlatte-Timeouten? Das ist mit so viel Backseat-Gaming da. Das ist auch Caps Lock. Also, er bricht grad zwei Regeln in diesem Stream. Das geht gar nicht. Nur weil du PL bist, so Streamer. Oh, Frau Green, in diesem Stück um ein Bett zu treten sie. Oder den Schnürsenkel zu binden, ich weiß nicht. Äh, okay. Oh, das war ein Scherz eigentlich. Aber Lino, was ist denn los? Ich weiß nicht, das war Lino. Die hören halt alle auf den Käpt'n, ne? Frau Green, warum darf ich nicht bei dem Chief schlafen? Hör mal. Ja. Frau Stark. Ja? Wenn Sie für weitere Endorphine in einem Erd von Dimensionen brauchen, ja? Irgendwie Bedarf haben, okay? In einer Dimension, die ich mir jetzt grad echt überhaupt nicht bildlich vorstellen will, dann kann ich das... Ja. Wenn es Remy-Demy gibt. Ich glaub nicht, dass Sie mit Ihrer Verletzung heute Nacht Remy-Demy haben können. So, ich hab mit einem Mediziner gesprochen. Mhm. Ich hab für dieses Ganze mal grünes Licht gegeben. Okay, Herr Pepper, kann ich mal ganz kurz mit Frau Sack alleine sprechen? Ja, natürlich. Sag mal, ich dachte, zwischen euch ist nix. Hm, für Leute ist da... Weiß ich auch nicht. Also offiziell ist es nicht. Ach so! Hm. Will ich es offiziell machen. Friends with Benefits, ja? Nee. Nicht. Ich weiß es selber nicht. Oh Gott. Hm. Okay. Du hast ne Verletzung? Mhm. Du darfst heute Abend sowieso gar nix machen? Du bleibst jetzt bei mir. Oh, okay. Meine Güte. Und Stark, so ein Jammerton im Funk möchte ich nie wieder hören. Welchen? Na, als du die Leitstelle übernehmen solltest. Hab ich... Oh, ja. Entschuldigung. Wobei, ich hatte vielleicht Vorahnung auch. Was? Ja. Ja, alles gut. Also demnächst mache ich freiwillig Leitstelle, wenn die mir nicht nochmal so abgenommen wird. Ist alles gut. Hm. Ja, irgendwie sollten sie das Leitstelle verboten haben. Keine Ahnung. Aua. Ja, Witze. Ja, das Ding ist halt eben, Gianna wird morgen in den Dienst gehen. Und... Ich weiß nicht, was hat denn der Arzt gesagt? Sind sie dienstfähig? Weiß ich nicht. Naja, eventuell hab ich gesagt, ich will den Hello Kitty Flaster und ich will nicht hierbleiben, aber ansonsten... Hello Kitty Flaster. Ja. John, sag du's mir. Soll die ihre kleine Freundschafts-Fuss-Nacht hier feiern mit Purple oder soll die zu mir? Ich soll... Ich hab jetzt den... Ich schwinge jetzt den Hammer, der dann entscheidet. Ja, also... Oh nein. Das ist nur eine Frage. Ich frag dich nur nach deinen Empfehlungen. Das heißt nicht, dass du so entschieden wirst. Ja, ich denke, vielleicht ist es besser, wenn ihr jetzt mal so... Einfach... 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 Einfach mal so einen Abend zusammen. Eine ruhige Nacht, ne? Ja. Ja, genau. Hallo. 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 Alles klar. Hallo. 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 Ja. Grüß euch. Gut. Hallo. Ich weiß es nicht. Warte, ich mach es. Es ist ein Ziel. Verband oder so? Streets oder? Es sind Cousins... Cousins und Cousins... Ja. Cousin, Cousine. Genau. Ach so, okay. Also familiär. Was ist denn passiert? Also ich hab jetzt nur irgendwie gerade gehört, zwei Officer wurden angestochen? Nein, sie wurde einzeln angestochen. Sie war alleine im PD. Ich weiß nicht, was die Angreifer gemacht haben, ob sie da das Sicherheitssystem gehackt haben oder ähnliches. Sie sind da durch. Hallo zusammen. Getasert und dann... Hallo, Damon. Hallo, Anna. ...haben die sie angegriffen. Mit dem Messer. Frau und Mann. Im PD. Im PD. Also die sind ins PD rein. Die sind ins PD. Wurden getasert. Er hat sich nicht gejuckt. Ja. Die haben die abgeschlossene Tür aufgebrochen und sind dann rein und haben zugestochen. Weiß nicht, was... Wie gesagt, vielleicht war der Adrenalin... Taser ist ja keine Garantie. Wie so ein Taser-Schuss, wenn du deinem kompletten Adrenalin-Zustand vollgepumpt bist mit Drogen oder ähnliches. Ja, kann auch noch sein, dass man das jetzt nicht so mitnimmt, aber... Ja. Weiß man, wer es gewesen ist? Oder hat man einen Indiz oder irgendwas? Äh, da gar nicht. Also... Äh, Frau Stark wird in Verbindung gebracht mit Herrn Pörper. Ähm, also im Sinne von, dass da eventuell was ist. Vielleicht wurde sie, äh, benutzt sozusagen, um an ihn praktischen, äh, Denkzell zu verpassen. An sich hatte sie heute kaum eine Konfrontation außer Herrn Holloway, der wegen seinem Bruder, ähm, etwas sensibel reagiert hat, aber... Ja. Er war nicht in einer Begleitung, äh, mit einer weiblichen Person, äh, eine Viertelstunde vorher zu sehen, so. Okay, aber das ist... Das ist jetzt immer echt eine Ansage, ne? Wenn die ins PD rein stürmen und meinen da jetzt, äh, Krawall zu machen. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall, äh, eine ganz andere Hausnummer. Geht's dir denn besser? Nee, wir sind... Den Umständen, ne? Ja, sie wird jetzt, äh... Ich bin auch ziemlich sauer, aber ansonsten ist alles gut. Sie wird entlassen, dann kommt sie zu mir nach Hause. Äh, 55, Stark und ich werden dann auf sie aufpassen. Juliana, kommst du noch mit? Ja, klar. Äh, Rolex, bist du noch im Chat? Ja, Danny. Oder ist er schon gegangen? Er ist schon gegangen, kann das sein? Ich fand das RP richtig nice. 100.000. Ich wollte ballern, ne? Ich hab diesen Schießstand nicht gefunden. Ich wollte einfach nur losballern. Ich wollte einfach nur fett rumballern. Wir haben den Schießstand nicht gefunden. Äh, ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß, wie gesagt, ich hab die Stelle nicht gesehen. Äh, ich weiß nicht, wie clean das RP war, aber es ist jetzt halt passiert und ich würde jetzt auch, wie gesagt, Leute, äh, da jetzt nicht irgendwie rumdingsen. Aber auch doch langsam aufhören, oder? Jeden Tag ist irgendwie was Neues. Jeden Tag werden irgendwelche Kollegen verletzt. Die nicht so auf Abstechen, ja, das ist richtig. Also, so langsam sollte das mal, ja, ja. Ja, mindestens einer liegt immer, also am Tag im Krankenhaus. Den solchen Leuten. Ja, wenn ich demnächst eine Leitstelle mache, dann verbarrikadier ich mich einfach durch 500 Türen, dann passt das. Ähm, ja. Nämlich den zweiten Balkon als Leitstelle. Klingt nach dem Plan, oder? Aber mir kommt das so bekannt vor. Äh, hab ich richtig verstanden, er hat nicht auf den Taser reagiert? Äh, nee, beide Personen nicht. Äh, weil vorhin bei der Verfolgungsjagd, wo Herr Black, äh, auch, äh, angestochen wurde, ähm, hat der auch nicht auf den Taser reagiert. Da musste ich zur scharfen Waffe greifen. Äh, Moment, 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 Moment. Vorhin wurde Herr Black auch angegriffen mit einem Messer? Ja, 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 richtig. Und die beiden, und die beiden Personen haben auch nicht auf den Taser reagiert. Mann und Frau? Nee, zwei Männer. Sie haben mehrere Taser-Schüsse abbekommen und haben nicht drauf reagiert. Ich weiß nicht, ob die irgendeine Droge zu sich genommen haben oder so. Hi. Hi, hi. Hallo. Was ist Ihnen? Äh, ja. Den Umständen entsprechend? Oh, Mann. Geist, Dreck. Oh, Herr Green übrigens. Hallo, Frau Stark. Hi. Den habe ich ja noch nie gehört. Ja. Tut mir leid, was Ihnen passiert ist. Äh, ja. Informationen oder Profeits ausgelegt. Äh, Jenny, wann wollen wir hier los? Äh, so schnell es geht. Ja, okay. Äh, die Marschids wissen Bescheid. Ja. Okay. Äh, wo ist denn der Arzt hier noch? Ja, der wartet drauf, dass da drinnen mal die ganze Menschenmasse irgendwie rauskommt, damit er sich mit ihr nochmal beschäftigen kann. Ja, alles klar. Okay. Dann mach ich mal hier Platz. So. Äh, der Arzt möchte hier nochmal bei ihr vorbeischauen, deswegen müssten mal die Besucher... Ja, kann mal hin. Ja, okay, kann mal hin. So. Ja, wer wollte gleich wieder kommen? Ich ruf ihn an. Los Santos Medical Center, Toni Martinez, mein Name, was kann ich hier tun? Ja, Green hier. Sie können nochmal... Sie wollten nochmal zu der Patientin? Hey. Alles klar. Also, die ist gerade sozusagen am Bett verfügbar. Müssten Sie... Da noch reingehen. Okay. Dann komm ich einmal. Bis gleich. So war das jetzt nicht gemein. Aber sie kann ja nicht weg. Oh, ja, da bin ich der Ohr. Das ist mir gut. Jetzt muss war mal raus. Verte Besserung. Bis morgen. War das jetzt Drogen oder Versprechen? Danke für 300 Bits, mein guter... Ja, 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 ja. Sehr geil. Ja. Ja, hören wir, sollen wir schon mal außer Dienst gehen oder so? Also, das Ding ist, ich würde schon gerne die Dienstwaffe haben, ne? Das ist das Problem gerade. Okay. Warte mal, ich sichere mich mal bei Street und Gianna ab. Gut, aber wir fahren doch eigentlich jetzt und gehen nach Hause. Ja, machen wir. Ja, aber ich... Meine Uniform. Keine Ahnung. Gianna? Ja, bitte. Wie sieht das aus, wenn wir jetzt zu mir nach Hause fahren, kann ich privat gekleidet, sodass ich zumindest die Dienstwaffe bei mir habe, nur bis morgen Abend? Ich weiß nicht, Street ist auch gerade da. Wie sieht denn da die Lage aus? Ich habe hier diese Waffenscheingeschichte durch, also mit dem Führungszeugnis. Das Ding ist nur... Ja, das Problem ist, ich habe keine... Gesetzlich gesehen ist es so, dass wenn es um Personenschutz geht, eigentlich die Marshalls dafür zuständig sind. Okay, gut. Nee, dann gehe ich nochmal aus dem Dienst ran. Okay. Nee, dann gehe ich nochmal aus dem Dienst raus. Alles gut. Aber Sie haben ja... Haben Sie keine Privatwaffe? Nee, leider nicht. Ich komme nie dazu, dass der Verkäufer da ist irgendwie. Keine Ahnung. Ja, das Einzige, was wir versuchen könnten, ist, da wir gerade die Chief of Justice hier haben, eventuell... Eine Ausnahmegenehmigung. Eine Ausnahmegenehmigung. Aber sag ihr bitte auch, dass ich morgen in diesem beurlaubten Zustand bin, sozusagen. In dem selbstverordneten Urlaub. So, bevor jetzt hier... Warum? Was für ein Urlaub? Es gab eine Empfehlung, dass ich einfach aufgrund der Geschehnisse der letzten paar Tage einfach mal kurz abschalte und das ist auch ganz okay so, ja. Okay. Genau. Alles gut. Ich habe nichts verbrochen oder so, es war nur dieser Schuss da. Davon gehe ich tatsächlich auch nicht aus. Ja. Und das ist ganz okay, weil wenn sie im verletzten Zustand ist und sich nicht großartig bewegen kann, dann kann ich ja dann auf sie aufpassen. Wissen Sie ganz kurz vielleicht, weil ich will Sie jetzt nicht befragen, ich finde, das muss morgen oder so stattfinden, aber als die Person oder die Personin, ich weiß ja jetzt nicht, um was es geht, da ins PD, die gerannt sind, haben die irgendwas gesagt? Also haben die irgendwie eine Nachricht hinterlassen oder war das einfach nur, wir stechen mal drauf ein? Das haben wir noch gar nicht hinterfragt, tatsächlich. Ah, sie wird gerade untersucht, okay. Okay. Naja, mich würde halt nur interessieren, ob eine Botschaft quasi übermittelt wurde damit, ne, gleichzeitig oder ob es halt einfach nur, ähm, einfach nur so war. Ja. Weil normalerweise sagt man ja was, wenn man zusticht, ne, so keine Ahnung, hier für deine große Fresse oder hier, weil du mich letztens, weiß ich nicht, hochgenommen hast oder hier, weil du mich im Knast hast verrotten lassen. Keine Ahnung, die lassen sich ja immer irgendwas einfallen. Ja, dann wird wir auch mehr irgendwie. Ja, das sind so die ersten Indizien, ne, wenn man halt einfach nichts hat, das ist dann, dass man da mal nachhaken kann. Darf ich kurz stören? Ja, klar. Ähm, sie beide passen heute auf die Frau Stark auf, richtig? Die kommt zu mir heute nach Hause, ja. Die schläft auch bei Ihnen. Bitte? Die schläft auch bei Ihnen. Die schläft auch bei mir. Die haben Auge auf Sie. Super. Ich habe erinnert. Ich gebe der Dame jetzt zwei Schmerztabletten noch mit mir, ja. Aber achten Sie bitte darauf, dass sie vor dem Schlafen geht, eine von diesen Schmerztabletten nimmt und dass sie morgen selbstständig am LSMC nochmal vorbeikommt zur Nachkontrolle. Haben Sie, ähm, ja, mache ich auf jeden Fall. Haben Sie, äh, wo ist die Verletzung nochmal genau gewesen? Linker Arm. Und, achso, darf sie dann morgen in den Dienst? Ich würde es nicht vorschlagen. Okay, gut. Also sie soll sich jetzt wirklich mal ein, zwei Tage ausruhen. Alles klar. Ja, dann passe ich auf. Ja, ja. Okay, wunderbar. Dann kann sie auch soweit gleich dann gehen, ja? Ja. Okay. Dankeschön, Herr Merik. Gerne. Gut. Ich kenne ihn doch gar nicht. Der hat auch auf, äh, ja, der ist gut. Der hat auch an den in der Nacht auf mich aufgepasst. Der hat immer so, ich glaube, der denkt sich auch nur so, nachts kommt hier die ganze... Gerne, ja. Gut, dann nehmen wir doch... Die Kops sind hier schon richtig, äh, Stammgäste. Gut, dann verabschiede ich mich mal, ne? Dann pass auf mich auf, ja? Und wenn etwas ist, äh, also ich habe jetzt auch noch, Giuliano noch meine Notknöpfe gegeben, der wird die euch später geben. Wenn irgendwas ist, dann drückt die bitte, ja? Ja. Alles klar. Frustag? Ja. Haben Sie einen Notknopf bei sich? Natürlich, habe ich einen, Dankeschön, habe ich einen Notknopf bei mir. Okay, gut. So, Frustag. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt noch auf den Medic warten soll. So, Frustag. Ja. Gibt es jetzt zwei Tablettchen? Mhm. Eine heute nehmen und eine morgen früh. Ja, die schluckt sie gleich bei mir zu Hause. Au. Super. Dann vergessen sie heute Abend nicht zu schlucken, ja? Tschüss. Ähm. Äh, äh, was? Nichts mehr? Okay. So, dann sind wir auch soweit hier durch. Gut. Alles klar. Empfehlung von Medic. Wir müssen morgen hier vorbeischauen für seine Nachuntersuchung. Und seine Empfehlung ist, dass du einfach mal ein bisschen langsamer machst. Ähm, war die Haarfarbe der Dame lila? Äh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Muss ich später fragen, Ryan. Haben die irgendeine Message hinterlassen? Nein, gar nichts. Sie kamen rein, haben nichts gesagt. Bocklos, gar nichts. Ja, ja. Okay, äh, Frau Green. Ja? Folgende Sache ist jetzt tatsächlich so, was ich gerade auch ziemlich lustig fand. Ich lese einmal vor. Ähm. Du-du-düm, du-du-düm, du-du-düm. Äh, UZWG. Äh, Paragraf 11, Absatz 1. Folgende Waffen sind im Regeldienst von Baden zu tragen. Ein Taser, eine Handfeuerwaffe, eine Schrotflinte. Schrotflinte haben wir aktuell nicht. Ja. Ausnahme gelten bei Sondereinsätzen. Nach jedem Sondereinsatz muss das Equipment in der Waffenkammer vollzählig hinterlegt werden. Wir haben keinen Paragrafen, dass die Dienstwaffen nicht mit nach Hause genommen werden. Oh. Weh, Moment. Was heißt das? Ich darf meine Dienstwaffe mitnehmen? Eigentlich theoretisch ja. Wir bitten trotzdem, das nach Möglichkeit zu unterlassen. Ja, Moment. Aber was passiert, wenn ich die dann benutze? Ich meine, gibt es dafür ein Gesetz? Nein, dafür gibt es tatsächlich kein Gesetz. Das ist auch der Grund, warum wir viele Sachen aktuell, sehr viele Gespräche mit der Justiz haben. Weil im Gesetzbuch einige Sachen fehlen, die uns jedes Mal, sorry, wenn ich so sage, in den Arsch ficken. Aber ich war drei Tage diskutiert wegen sowas. Ja, genau deswegen muss das genauer geklärt werden. Das ist auch der Grund, warum ich aktuell gefühlt mein zweites Zuhause in der Justiz habe, weil ich eine ganze Nacht mit Staatsanwälten und Richtern da zusammensitze und darüber debattiere, wie aktuell eigentlich die Rechtslage generell, was UZWG angeht und AKG angeht. Warum hast du jetzt gefragt, wegen Lila-Haaren? Weil wir eventuell jemanden haben. Also Ryan hat mich angerufen und hat gesagt, wenn die Haarfarbe Lila war, hat er eventuell bestätigt einen Verdacht. Ich gucke geradezu mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil im Moment die Erzählt-Story-Zettik, nämlich krass ist Daumen hoch für die gute Unterhaltung. Sobald du gut und erwacht bist und fit bist, komme ich vorbei zu euch, dann brauche ich eben kurz deine Aussage. Dann wird die ganze Akte fertig gemacht, der CAU überwiesen und dann werden alle Informationen zusammengepackt und dann werden wir schon irgendwie erfolgen. Danke, 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 danke. Wir haben eine Aufklärungsrate von 90 Prozent, was Akten angeht. Keine Ahnung. Dann werden wir auch diese Akte klären, da werde ich mich persönlich für einsetzen. Okay, Gianno, können wir jetzt losfahren? Ja, wir fahren jetzt los. Wir fahren, also wir müssen jetzt kurz zum PD uns umziehen? Genau. Wir fahren euch hinterher und die Marshals fahren euch hinterher und dann achten wir darauf, dass es euch einer hinterher fährt. Alles klar, okay, gut. Dann kann ich endlich Klingelstreichel machen. So, wir werden jetzt abfahren, die Marshals folgen uns, wir folgen uns, wir folgen uns. Da. Haben wir nicht Überwachung, äh, Überwachungskameras im PD? Wegen was? Achso. Weiß ich. Wegen Niederhaal, das würde mich jetzt schon interessieren. Rossa, getrunken sich doch einfach mal aus. Machen sie mal langsam. Oh, ich bin da so wie sie. Stopp, stopp. Oh, ein Wunderschön. Oh Gott. Ich gehe da rein. Manzen. Ja, ich bin erschrocken. Ja, keine Ahnung, sie laufen da so ein bisschen. Das war mein Bike-Tour-Outfit. Alter, wie siehst du denn aus, Ryan? Ah. Menning, fahr du mal bitte. Ich geh jetzt da hinten sitzen, ne? Menning? Ja, ich fahr. Bye. Ja, ich fahr. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist mit euch? Ja. Wie sind wir jetzt hier ab? Ja, wir warten auf die Marshals hinter uns. Ach, die sind doch vor uns, Röder. Ja, deswegen. Alles klar, dann fahren wir. Ah, da sind sie. Ja, ja. Was denn? Was denn? Äh, zu Piddy. Ja, ich weiß. Green, du hast das mitbekommen, ne? Was denn? Ich war drei Tage suspendiert wegen sowas. Ich hab's gerade mitbekommen, ja. Wenn wir die Leute sehen, darf ich sie zweimal tasern? Die machen jetzt immer gar nichts, Frau Stark. Oh, Green. Emily. Ich krieg auf jeden Fall von mir die Erlaubnis, mit denen die Robbe zu machen. Ja. Was ist denn die Robbe? Ja, sie taisern die so lange, bis sie nur noch zucken wie eine kleine Robbe auf dem Boot. Ja, danke. Ja, das will ich. So, wir machen jetzt folgendes. Ich fahr mit meinem Motorrad, okay? Und sie fahren mit Manning mit dem Marshalls Auto hoch, okay? Also, ich kann auch meine Kappe holen. Nein. Meine steht auch hier. Nein. Aber die ist neu. Nein. Und cool. So, ähm, die Frau Stark wird bei Ihnen im Fahrzeug mit Herrn Manning fahren. Ich muss meine Double T nehmen. Alles klar. Und dann fahren wir dann so hoch. Okay. Was ist da? Ja. Was ist los? Ich möchte mich auch gerne umziehen. Alles klar. Äh, okay. Ich war gerade beim Sporn. Okay. Ich bin nicht in den Dienst gekommen bin. Äh, okay. Moment. Ja, okay. Was denn? Max? Ja? Aufgrund deiner freizeitlichen Bekleidung nehme ich an, dass du den PD-Wagen nicht mehr brauchst. Äh, nein? Wieso? Also, indem ich ihn nicht funktioniere, den Scheiß-Taser wieder. Mal prüfen Sie die Kacke. Und indem ich ihn knüppel, eine ganz andere Scheiße. Nochmal, nochmal. Tschüss. Fahrzeug eintragen erlaube ich mir dann mal, ja? Äh, ich hätte das jetzt sowieso gemacht. Wieso? Okay. Alles gut. Okay. Ich wollte schon ärgern, aber es ist langweilig, wenn du nicht mitmachst. Ich, sorry, ich habe gerade auch noch Sorgen. Aber ja, alles klar. Bis dann. Jo. Genau, steigt mal da ein. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt wissen alle, wo die Raya wohnt. Was ist das für eine Scheiße? Super, ey. Toll, so viel zum Thema Privatsphäre. Das wollte ich jetzt irgendwie ehrlich gesagt nicht. Ihr seid in Holloway, folgt mir jetzt. Ja, aber ich dachte nicht, dass jetzt... Gott. Ja, die Marshalls wissen das. Ja, die Marshalls wissen das. Ich habe gerade mit Freude festgestellt, dass es absolut unmöglich ist, langsam mit diesem Auto zu fahren. Okay. Hier ist so ein Notknopf. Egal, was im Laufe des Tages passiert. Ah ja, du kriegst auch noch einen. Ich habe einen. Ziemlich egal. Wenn der nicht funktioniert, dann haben wir ein Problem. Okay, alles klar. Ich drücke einfach alle drei, die ich dabei habe, okay? Ja, könnt ihr von mir das auch machen. Sobald es irgendwas ist, hemmert ihr das Ding kaputt, scheißegal was ist, versucht es einfach. Lieber einmal zu viel gedrückt, als einmal zu wenig. Denkt dran. Ich blitze euch jetzt alle, okay? Ich wirklich keine Lust habe, dass es die Runde macht, dass ich hier wohne. Eigentlich mag ich keine Menschen, aber die ist hier eine Ausnahme. Es weiß ja keiner, welches Apartment du hast. Ja, egal, trotzdem. Außerdem wohnen hier nur Stripper. Das fällt dir aus hier wohnt. Ja, das ist ganz okay so. Damit kann ich leben. Also gewisse Menschen hätten jetzt für die Aussage eine Schelle kassiert. Ah, das ist okay. Ja, nur von mir, das ist richtig. Er weiß halt von früher. So, gehen wir. Er weiß halt von früher. Ja. Wenn etwas ist, meldet ihr euch bitte. Ja, bis dann. Alles klar. Ich glaube, ich bin später. Jetzt notiert. Wer ist diese Frau Zuckerwatte? Wieso? Wer ist diese Frau Zuckerwatte? Äh, die Head of Justice. Okay. Uh. Uh. Oh, Frau Star. Welches Apartment? Äh, 39. Hereinspaziert! Also, okay. Was? Ich will ja jetzt nichts sagen, ne? Aber mein Apartment sieht auch so aus. Ja. Schön für sie. Yes. Ganz nett. Pst. Äh, Jen, hast du was zu trinken? Äh, tatsächlich nicht. Nein. Shit. Okay, ähm. Zack, hast du was zu trinken? Eins noch? Ja, eins. Eine Flasche. Ich hole uns was zu trinken. Nee, ich kann uns was holen. Ich gehe uns was holen. Aber du hast doch kein Fahrzeug. Ich, äh, ja doch, in der Garage stehe. Achso, okay. Ja, ich gehe. Ich gehe mal so. Kann ich ein paar Flaschen, ja? Ja, ja, ja. Ich gehe mal so. Das ist korrekt. Sie hat gerade Green gefragt, ob er Bilder im Kopf hat. Ja, kann ich auch verstehen. Aber, wie gesagt, es geht jetzt nicht darum. Eigentlich um was anderes. Und ein Dreier? Nee, das ist von GTA Online-Bamba. Ja. 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 Was denn? Gib mir deine Schuhe. Gehe dir mal gar nicht, ey. Alter. Ich gebe dir meine Schuhe. Ja. Ich habe eine neue Couch. Ich kaufe dir eine. Oh, oh. Haben wir ein bisschen Geld, ja? Ja, 10.000 Dollar. Oh, 10.000 Dollar. Oh. Oh. Du kannst auch nicht etwa, dass du deine Couch hier ... Pst. Also. Es kostet die Couch. Ich will ja nicht komplett irgendwie jetzt dein ... Du sollst brav sparen. Ja. Ja. Mh. Mh. Ach, Mann. Ist alles so nicht geplant, ja? Das wurde von mir initiiert. Das ist persönliches Training 3.0, Frau Sack. Ich war heute beim Sport. Ich habe genug trainiert. Ja. Geht's dir gut? Oh, Mann. Ja. Hi, Frau Zuckerwatte. Also, kennst du die? Du magst den, ne? Ich mag ihn richtig. Emily? Hm. Keine Sorge. Captain Detective Green tut sich da mal ran, ja? Aber da ist, glaube ich, gar nichts. Wir sind nur dienstlich am Quatschen, okay? Ja, Wolf hat ihm angedroht. Er wird in ein irgendein ... Also, Herr Wolf war in Afghanistan im Einsatz. Herr Wolf hat ihm angedroht, sollte er mir wehtun, dann wird er Herrn Pörper in in ein afghanisches Drecksloch verbuddeln. Hat er ihm das direkt gesagt, ja? Das hat er ihm so ins Gesicht gesagt, ja. Alles klar, gut. Dann habe ich gesagt, okay, dann muss Frau Green ihn erst mit dem Baseballschläger kaputt schauen und dann könnt ihr ihn gemeinsam in Afghanistan verbuddeln. Ich wollte eigentlich mit ihm reden, aber gut, das hat sich dann jetzt auch erledigt. Ich erfahre jeden Tag was Neues über dich, so wie es scheint. Kennst du das, diese neuartigen Gefühle, das ist ja widerlich. Oh, so ein Kribbelchen im Bauch oder so, so, so. Sollte jemand kurz vom Kotzen sein, kennst du das? So, heiße Schokolade, Honig, Wärme ums Herzchen. Heiße Schokolade, Honig, Wärme? Ja. Keine Ahnung. Beruflich nur Rapper? Oh, yeah. I'm droppin' my lines. Ja, es ist ein absolut ekelhaftes Gefühl. Viel Spaß und mein Beide. Mhm. Aber, jetzt mal ernsthaft, ich glaub nicht, dass Herr Holloway mal damit was zu tun hat. Okay. Weil er war nicht mir gegenüber aggressiv. Okay. Weil ich weiß, dass du da ein bisschen, also ich hab da so ein bisschen so eine Panik rausgehört, als du gefragt hast. Nee, ehrlich gesagt nicht, aber ich hab mir das auch irgendwie, also so ein kranker Bastard ist das nicht. Ja, vor allen Dingen, was ich halt nicht verstehe, ich hab wirklich die ganze Zeit mit niemandem irgendeinen Stress gehabt, wirklich nicht. Und, äh, dann kommen die einfach rein, sagen nichts, stechen mich ab, das ist so ein Ding, das versteh ich halt nicht. Mhm. Wenn ich irgendwo abgestochen werde, aufgrund von dem und dem und dem und dem, okay, aua, okay. Wartest du ganz kurz, warte mal? Ja. Dann wie lange brauchst du mit dem Wasser? Ich bin jetzt da, warum? Okay, danke. Dann brauchst du dringend? Äh, ja, aber alles gut, alles gut. Bist du schon da? Äh, ich bin jetzt da, warum? Okay, ich komm zur Tür, ja, und öffne dir. Ja, klar, warte, ich bin auf dem Weg, warte, ich bin doch nicht ganz da, warte. Danke. Oh, scheiße. Alles, nee, mach dir dann, mach dir dann gar keinen Stress, die, ähm, äh, Emily mitwürst geben, ja? Bis gleich. Lass dir Zeit. Ich bin da. Okay, ich geh an die Tür, geh an die Tür, alles gut. Okay. Ich find das grad richtig schön, ne? Gott sei Dank gibt es Wohnungen. Es ist grad so schön. Ich steck das Foyer. Äh. Komm mal, ja, gib mir mal bitte ein bisschen was. Äh, ja, scheiße, Mann. Was hast du da an? Hä? Hey, das sind meine Schlafsachen, was ist los mit dir? Ja, gut, okay, aber richte das mal ein bisschen richtig, das sieht ja feuchtbar aus. Das sind Brüste, ich weiß, du magst sie nicht so sehr, aber das sind meine Brüste. Okay. Ja, kann ich jetzt Wasser bekommen? Ja, dann mach das. Warte, wie viel willst du haben? Äh, Follower. Follower. Gib mir mal bitte ein, zwei Flaschen. Ein, zwei Flaschen, alles klar. Sieht ihr mich jetzt? Ja, hier. Dankeschön. Willst du aus dem Sandwich? Ich hab Sandwiches mitgebracht. Oh, echt? Ja, ja. Mh. Follower, ja. Was? Für Emily. Ja, ich warte. Ich brauch keine. Na gut, okay. Und Schuhe aus. Na gut, okay. So. Okay. Oh, ich bring ein Glas Wasser. Und einmal die Schmerztablette, Frau Stark. Ja. So, bitteschön. Bitteschön. Danke. Moment. Damit auch nichts gemacht, ja? Ich hab das nur gekauft. Und? Mhm. Puh, gut, okay. Also das Chili da drauf stört jetzt nicht, oder? Mhm. Ich steh auch scharf, alles gut. Nicht zu scharf, oder? Nein, nein. Okay, dann kann ich's auch essen. Perfekt. Ah. Okay. Nimmst du? Ich höre alles gut. Mensch, das nenn ich aber mal einen Ausblick, oder? Mhm. Ich hab mir brav einige Wohnungen besichtigt, und ich fand, hier hat es den schönen Ausblick gehabt, den schönsten gehabt. Hoch zum Weinwood. Ja, ich mein, du siehst von dort aus nicht den Strand wie bei mir, ich mein. Ja, die sah man keinen Strand. Ja, man muss sich vorstellen, hinter dem eigenen Gebäude was da ist, aber ansonsten könntest du ihn sehen. Ja, sogar das Observatorium. Ja. Ne? Der Boden ist eigentlich auch ganz bequem. Hier? Mhm. Okay. Warte mal. Ich hab dir mal wenigstens ein Kind. Alter, was isst du für eine Haussau und meine Fresse? Meinst du, dass es verkauft? Nee. Das kannst du dir bestimmt in so zwei, drei Jahren leisten. Bei drei Jahren, sagt sie. Und ich will mal vorrangig, zwei zu bleiben. Aua. Ja, als ob ich das zulassen würde. Der scheiß Quad-Fahr heute, ne? Der scheiß was? Ich hätte ja ein bisschen darunter getasert, den Quad-Fahrer. Hm. Schon lange nicht mehr Autos runtergefahren, so hat sich das heute angefühlt. Aua. Wie gesagt, Gianna wird sich nichts erlauben. Da sind einige. John kommt noch mit dazu. Ja. John kommt auch. Okay. Aua. Als ob da ich irgendwie... Aua, ihr seid so süß. Nee, ihr seid so süß. Ja. Ich hab Aua. Und ne Liquid-Tiefluster, okay? Stark hat gesagt, dass sie nicht glaubt, dass es Holloway ist. Bitte? Ich darf jetzt ein bisschen schwach sein. Auch wenn mein Nachname Stark ist. Ja, klar. Okay. Ich bin nicht gewohnt, das Menschen zu zeigen, aber... Du wolltest mich auch unbedingt mitnehmen. Wofür ich dir übrigens nochmal danke. Wegen Holloway, ne? Mhm. Ja. Du hast mitbekommen, ne, dass er mir immer das Leben geredet hat? Ja, zweimal. Genau. Und... Er hat mir erzählt... Er hat mir erzählt, dass ich ihn an seine Ex-Frau erinnere, die verstorben ist. Und... Ja. Als ich ihn mit diesen lilanen Schuhen gesehen habe, hab ich mich mal gefragt, warum. Warum er sich... Also was es dazu geführt hat, dass er... Dass es so, ne, dass es soweit kommt und scheinbar gehört er jetzt den Platz an. Ähm... Und... Ich seh so ein... Mal davon abgesehen, dass wir beide irgendwie Zwilling sind und alles drum und dran. Die Parallelen waren in letzter Zeit extrem krass. Immer wenn ich auf ihn... Angetroffen bin und... Ähm... Und er hat damals... Keine Ahnung... Als er mir das Leben gerettet hat, wollte er als Gegenstück, dass ich Ben Black irgendwie... Also guck, dass er seine Marke verliert. Und ich hab gesagt, ich werd nichts dergleichen machen, aber dass er halt eben seine eigenen Rechte hat, dagegen vorzugehen. Weil Ben hat ihn in einem gefesselten Zustand getasert und das Schlimmste war das... Was denn für ein Wichs? Entschuldigung. Ja, ja. Und das Schlimmste war das, ähm... Wo seine Frau in einem gefesselten Zustand gefoltert wurde. Ja. Das ist... Und... Green, also Danny und... Und Manning, die haben auf mich eingeredet, weil diese Verbindung so... Ne? Hm. Als Holloway gehört hat das Freeman... Wohl im Beisein von Instance of Anarchy gehört hat, dass es... Dass ich aufgeschlitzt werden soll. Er meinte, boah, ich hör mal weg. Das hat er auch komplett rot gesehen und... Und seine vorletzten Akte, ne? In der einen Nacht, äh... Wo wir... Wo du da... Wo wir uns, ne? Aneinander geraten sind, da... Mhm. Hat er uns angerufen und war verletzt. Und er hat mir das gesagt, so... Wie als ob er sich für mich rächen wollte und das nicht ausstehen konnte, dass ich so... Dass so über mich gesprochen wird. Und am nächsten Tag wird mir... Am nächsten Tag bin ich Käpt'n. Puh. Das hast du dir aber auch reglich verdient. Ja. Ich... Ich will auch hier anpacken. Ich will Giano helfen. Ich seh dich in der Position und ich bin... Der Meinung... Du ne Person bist, vor der man Respekt hat. Weißt du, wie ich mein? Bei den Ben Black als Ausbilder hatten. Sorry, aber... Nicht wirklich. Bei dir weiß ich, ich baue Scheiße und ich... Ich kassiere Nackenklatscher. Weißt du, wie ich das mein? Hm. Du bist mein Vorbild. Hm. Ich hätte... Mich nie gegen meine Marke... Gestellt, aber... Ich hatte irgendwie in Holloway so eine verlorene Seele gesehen. Ich weiß auch nicht und... Die hat mich... Ich glaub, die hat mich mehr berührt, als ich's zugeben wollte. Okay. Hallo, Herr Manning. Ja, ich grüße Sie. Ähm. Ja. Ja, ist gut. Herr Manning? Ja, bitte. Ich habe vorhin ein ganz interessantes Buch gelesen mit einem roten Einband. Könnten Sie mir das einmal bringen? Von Ihnen. Ein super Buch? Ja. Ja. Wirklich auch. Voll in dem Regal. Sie haben's schon hier eingeräumt, oder was? Nee, das lag hier. Das ist wie so eine Art Hausbesetzer, kann das sein. Aber ich mach's. Ja. Da ist der Manning davon? Hm-mm. Okay. Er kann sich's aber ein bisschen denken. Ja, und dann hab ich mich mit ihm getroffen, und, ähm, als ich ihm gesagt habe, dass ich... ...aufgrund der Umstände einfach nicht die Bindung mit ihm haben kann, also auch kein Kontakt... ...da... ...da... ...pfff... Boah, sein Zustand, der ist emotional geworden. Verständlich. Ich hab... Er rettet mir das Leben. Er gibt mir Informationen. Er erzählt mir... Er hat mir scheinbar etwas erzählt, was er so noch nie jemandem hier erzählt hat. Außer, wie gesagt, er hat wenig Freunde. Was mich auch wieder an mich erinnert. Und... Er fühlte sich betrogen. Du hast mindestens zwei Freunde. Bei Sorgen, Kinder, das hab ich. Werd noch groß, ich schwör's dir. Ich hab ihn provoziert. Hab hast du ihn provoziert? Irgendwas sagte mir, tief in mir, dass er mich nie töten würde. Ich war kurz geschockt, als er die Ballers anrief und mich ausliefern wollte. Da war ich wirklich geschockt, aber er hat sich selbst gestoppt. Und dann hat er's getan, und... Er hat ihr alles verloren. Er hat... Sagt dir der Begriff Street Credibility was? Ja, nach dem Abend schon, ja. Wenn du keine mehr hast, und auf den Straßen unterwegs bist, du bist deine Lachnummer. Du bist... Und vor allem... In Gefahr. Das jeder mit dir machen kann. Da ist kein... Kein sogenannter Respekt. Hm. Er war ja gestern unten in den Zellen. Ja. Ähm... Dann bin ich daran vorbeigelaufen. Post-Tag, ich find ihr Buch nicht. Wie sieht das denn genau aus? Das ist so ein Buch mit so einem roten Einband. Ich weiß nicht, äh... Ich hab das jetzt nicht gelesen, ja. Also ich hab nur den... Ich hab nur das hintere... Den hinteren Teil gelesen. Okay. Ja, um so eine kriminelle Geschichte. Und das fanden sie so toll, oder was? Ja. Ich fand den Einband eigentlich ganz hübsch. Hey Green, ich find das echt gut, was du getan hast. Was denn? Na, das Heftchen, was da vorne liegt bei der Bomb. Was hab ich damit getan? Ja, Selbstreflexion ist immer gut. Ja. Ja, aber ich guck jetzt eben nach dem Buch. Willst du's aufleiten? Danke. Follower. Ach ja, genau. Er war gestern unten in den Zellen und er meinte nur, Na, rot scharf, bist du als glücklich? Dann bin ich dran vorbeigegangen und hab gesagt, nee, ich bin grad eigentlich einfach nur froh. Ja, und dann bin ich weitergelaufen. Ich weiß schon ganz genau, wie wir... ...feinander stehen. Und ich... So wie sich das von außen betritt in Energy, da hört sich das eher an, als... ...hat ja Gefühle für dich entwickelt. Hm. Und ich bin froh... Ich mein... Ja? ...dass du... Ich weiß nicht, ob du so fühlst, aber ich bin einfach froh, dass du dich für uns entschieden hast, ja? Ja, klar. Es war nicht... Es war nicht... Ich muss sagen... Also unattraktiv ist er nicht. Aber... Ja, das ist richtig. Ja. Hat er mir seinen Buddy neulich zweimal irgendwie gezacken. Am Ende hab ich ihm das so gesagt. Weißt du, ist die Stimme schon echt nice? Hm. Ja, ja. He's a bad, bad boy. Hm. Nein, aber so war das gar nicht. So war das nicht mehr ansatzweise irgendwie. Es war einfach, wie gesagt, seine Vergangenheit, seine Art. Es war schon heftig, weil mich irgendwie nie jemand des Öfteren aus dem Konzept gebracht hat. Wie gesagt, die Schutzmauer war da leicht zu bröckeln. Und durch die Käptengeschichte und alles wurde es mir mehr bewusst und das Einreden. Und auch für ihn, wie gesagt. Und in jener Nacht hab ich das halt provoziert. Und er hat alles Mögliche machen können. Aber das hat er nicht getan. Hey, Prostak. Ja? Ich glaub, ich hab's gefunden. Das ist das hier. Das war ein anderes. Das hatte so eine goldene Schrift auch noch. Eine goldene Schrift? Ja. Mit einem roten Einband, ja. Mit einem roten... Roten... Okay. Und ein Krimi. Und ein Krimi, ja. Aua. Okay. Ein wenig. Siehst du nach, da muss ich immer lachen. Ist das jetzt einfach nur wegen der Farbe, oder was? Ne, ich fand natürlich das hintere, was da stand, das war spannend. Okay, ich guck mal nach. Okay. Dankeschön, Aua. Oh, der ist goldig. Ja, weiter. Frau Pauli. Reihe, Reihe. Ich glaub, gerade ist es angepasst, Reihe zu sein. Ja, dann hat er mir ins Bein geschossen und... Wie gesagt, dadurch, dass er auch vorher den Bollers... Dadurch, dass er vorher die Bollers noch angerufen hat und wie du ja gewusst hast, haben die danach auch noch vom Krankenhaus da gewartet. Ja. Hat das Ganze wohl seine Runde gemacht und... Wie Juliana in der Jena-Nacht meinte, dass ich eindeutig bewiesen habe, dass ich... Für wen mein Herz sozusagen... Also für wen ich stehe, für die Marke und... Ich glaube, ein Mr. Holloway gilt wohl als derjenige, der, der 31 ins Bein geschossen hat. Somit hat sich seine Credibility wieder etabliert. Okay. Ich hab's ein bisschen provoziert, ja. Es hat auch komplett fatal in den Können. Es kann sein, dass er komplett... Wie gesagt, ich hab den mal unter Drogen erwischt und er war komplett high. Aber das Endergebnis ist das, was ich wollte. Und zwar ein Cut von einer Trennung. Ein getrennter Wege. Ohne, dass du das gemocht hast. Ja. Ein wenig schmerzhaft, aber... Ich mein, allein... Also wie gesagt, auch... Es war ja nicht mal ein Knochensplitter. Er hat... Hey. Ja? Ich wollte euch nicht erschrecken. Alles gut. Okay, passt auf. Ich hab's gefunden. Das lag bei Green auf dem Nachttisch. Ich glaub, es ist richtig. Es hat einen roten Einband und eine goldene Schrift. Was steht hinten drauf? Es ist von Bruce Wright. Bloody Canyon. Mhm. Ja? Mhm. Wie ist es das? Äh, ich... Ich glaub... Ja, das ist es. Ja, das ist es. Echt? Ja. Ich wusste es. Kann man mir schon wieder auf die Schulter klopfen. Oh, Stark. Sie sind ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht, wie es da ins Schlafzimmer gekommen ist, aber ich hab's gefunden. Okay. Dankeschön. Ach, Green. Wenn ich auf jeden Fall heute lesen hab. War vorhin in deinem Büro. Mhm. Hat den Kopierer gesehen. Oh, nein. Das hast du nicht getan. Du hast dich das... John. John. Ja? Hast du dich da drauf gesehen? Oh, nee. Ich hole ein Desinfektionsbe... Du, du, du machst das wieder sauber. Was? Das ist... Bist du bescheuert? Das ist nicht so, dass ich da draufgekackt hätte oder so. Also... Hier. Du desinfizierst komplett die Fläche. Sofort. Dein Ernst oder was? Ja. Mein Ernst. Verdammte Scheiße, doch mal. Ein nettes Bild, aber ich werd dir nicht verraten. Oh. Oh. Gott. Hör mir nicht. Vorsicht. Dieser Schmuck. Mann. Ich kann nicht mehr. Oh, jetzt hat er seinen Haare in den Arsch auf meinen Kopierer gehabt. Der ist ja bescheuert. Au. Ja, aber jetzt mal nochmal eine essenzielle wichtige Frage von mir, ja? Ja. Woher willst du das wissen, dass er keine Gefühle für dich hat? Warum sitzt du eigentlich falsch rum, Mann? Was ist los mit dir? Hä? Was? Wie falsch rum? Ich will... Ja. Ich weiß es nicht und es ist auch, es ist auch egal. Es ist vorbei. Alle schauen mir gerade auf die Finger. Green. Giano, Pörper. Du weißt, was ich meine. Joshua, Pörper. Alle gucken mir gerade auf die Hand. Ja. Ich hab heute allein durch... Keine Ahnung. Deswegen setze ich mich morgen in Urlaub. Also es war auch eine Empfehlung von Pörper Senior und ich hab sie einfach sofort angenommen, weil ich keinen Bock mehr habe, dass sie das alles auf da zurückschieben und... Also von Papa, Pörper, ja? Du kannst ihn Pörper nennen, ey. Nee, nee, nee. Definitiv nicht, Ding. Warum schleicht er eigentlich die ganze Zeit hier rum? Was macht denn der wieder? Ich weiß nicht. Warte mal. Aua. John? Ja. Wo hast du deine Arschkopien getan? Ähm, das verrate ich nicht. Ey, wenn es in irgendwelchen Akten oder anderen Sachen von mir drin ist und ich dann ins PD gehe und dann irgendwie zum FIB muss und vor Frau Street und Herrn Pörper Senior das Ding aufklappe und dann rutscht da so ein Arschbild von dir runter, dann denken die auch nur... Ja, aber ich weiß ja nicht, dass es mein Arsch ist. Aber das ist irrelevant, ob es dein Arsch ist. Ich möchte irgendwie keine Arschkopie in meinen Akten haben. Ich meine, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Kollegen, der den vielleicht erkennen könnte. Nein, nein, ich habe es hier schon, ich habe es in keiner Akte getan. Es hängt hier irgendwo, habe ich es aufgehört. Ich will hier der Akte kontrollieren. Naja, wie dem auch sei. Ich glaube, ich hau mich hin. Alles klar. Ähm... Ihr kommt zu Recht, ja. Ja, Menning und du, wir beide schlafen hier auf der Couch, okay? Sie schläft dann bei mir auf dem Bett. Achso, ich dachte, ich schlafe im Bett. Willst du mich gerade rollen? Warum? Abmarsch! Außerdem ist die Couch extrem geil. Ja, okay. Ja. Ja, ihr kommt ja klar, ne? Ich... Ja. Ja, wenn was ist, sagt einfach Bescheid und schreckt euch nicht. Ich schlaf nackt, aber gute Nacht. Hast du so eine Decke, wo wir ihn einwickeln können? Ja, wir decken wecken ihn komplett. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Hm. Ja. Das ist ein Erlebnis, das werde ich, glaube ich, nie vergessen, ey. Oh Mann, ey. Willst du dich auch langsam schlafen, Link? Du solltest jetzt echt nicht mehr wach sein und nach der Lachaktion von Manny ist auch nicht gut. Ach, das ist gut. Ich bin da... Ja, ich gehe gleich ins Bett, bevor du mich, ne? Ja. Ja. Okay. Du musst noch ein paar Anrufe tätigen. Okay. Ach Gott. Ja. Ich will mich da nicht hindrehen. Danke dir, okay? Alles klar. Und auch, dass du dich in Sachen einmischt mit Herrn, mit dem Junior-Pörper, wo du eigentlich gar nicht Bock drauf hast. Ich danke dir wirklich. Klar. Frau Zuckerwatte nämlich... Egal, egal, alles gut. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich kümmere mich um alles, okay? Okay. Komm. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ja. Oh Gott. Schauen Sie bitte nicht hin. Ja. Zu Ihrem eigenen... Oh Gott. Oh. Verdammte Sche... Ich nehme sofort die Gästedecke mit. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Alter, wie ist denn der bestückt? So. Hier. Ich will sie nicht wissen. Ja. Kannst du deine Brille ablegen? Ja, da, wie gesagt, wenn du dir was Bequemeres anziehen willst, bedien dich ruhig im Schrank. Und, äh... Ja, das Badezimmer, okay? Ja, mache ich. Ja. Okay. Gute Nacht, Rory. Gute Nacht, ja? Emily. Ist da. Hab ich noch gehört? Raya. Oh, sind die scheiß Gästedecke hier. Fuck. Oh. Oh, John, ich bring dich... Oh. Das... Oh, ist das dein... Gott. Ah. Oh, fuck, Alter. Wie bist denn du geschickt, ey? Junge, 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 Junge. Kein... Okay, lassen wir das... Oh. Alter, es geht. Also. Fuck. Das ist ein scheiß Arschbild von ihm. Ist das hier irgendwo... Ah. First things first, Raya. Hallo, ich rede gerade mit Danny. Es ist wichtig. Oh. 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 Nein. Nein. Wir reden morgen. Alles klar. Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja. Was machst du danach? Weiß ich noch nicht. Was machst du... Ich möchte einen ganz genauen Plan haben, was du danach machst. Du bist wahrscheinlich Führungszeugnisse. Aber du bist dann alleine, ja? Ja. Okay, gut. Gute Nacht. Ich habe gerade gefettfingert, Entschuldigung, ich wollte nicht so schnell auflegen. Okay. Ne, alles gut. Also du bist... Ja, das ist klar. Ja. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass du da noch irgendwo rumgehst. Du gehst einfach alleine nach Hause. Niemand bitte deine... Geben mein Captain Office und mal Führungszeugnisse. Ähm. Und du bist da alleine? Keine Ahnung. Wofür nehme ich mir Danny mit? Oder sonst wegen? Keine Ahnung. Die Führungszeugnisse müssen gemacht werden, also... Okay. Als ob da jetzt 24-7 einer von der Tür steht und da darauf wartet, dass ein Officer kommt. Das ist halt nicht für uns sehr unwahrscheinlich. Giano, ich möchte wissen, ob irgendjemand anderes außerhalb PD-Mitarbeiter bei dir noch dann in Begleitung sein werden. Ja oder nein? Nein. Okay? Ja? Keine Lakritzstange oder sowas? Ne, definitiv nicht. Wunderbar. Danke. Bis dann. Ja, ciao. Danke für eure beiden Hosts. Okay. �. Und jetzt. Vielen Dank. Danke schön. Danke. 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 Danke.